Buongiorno, tuta posto. Leute, gib Gas zusammen, ja genau. Ja, wie gesagt, ich kann auf TikTok gar nichts mehr sagen. Und sobald du ein komisches Wort gesagt hast, am Abend wurde ich ja noch gesperrt. Wegen was? Wegen gar nichts. Der Typ, der bei mir reingekommen ist am Abend, wo ich noch bis zwei Uhr morgens live war, hat mir einfach nur seine Geschichte erzählt. Und wollte, dass ich darauf reagiere. Was war denn daran so schlimm? Ich verstehe das nicht. Als hätte er gesagt, ich will die Mutter von denen und denen so und so machen. Ich gehe mal wieder hinter Hijab, bevor ich hier auch noch gesperrt werde. No match, umsonst. Genau. Umsonst habt ihr es bekommen, umsonst werdet ihr auch so weitergeben. Das ist die Grundlage, auf der wir unseren gesamten Glauben haben. Ihr werdet nicht so billig verkaufen wie bei den Muslimen. Da wie bei Alas, der auf einmal hier, sagen wir mal, 4 Euro pro Frage nimmt und alles mögliche. Unglaublich. Sarah, ich sehe dich. Ja, ich sehe dich auch. Danke, liebe. Dankeschön. So, schauen wir mal, wer ist. Amir, Gott segne dich. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Komm, wie geht's dir, Amir? Amir, es ist mir geht's gut, wie geht's dir? Auch gut, auch gut. Und, hast du welche Patienten heute schon gefunden? Nee, noch nicht, aber bestimmt kommt das noch im Laufe des Tages. Ja, ich habe gehört, die Patienten sind am 11 Uhr immer wach. Das sind alles wundervolle Seele. Ja, stimmt doch, stimmt doch auch. Das stimmt. Das stimmt. Sag mal, Amir, wie lange bist du schon konventiert? Wie lange ist das her? Über 10 Jahre. Über 10 Jahre? Ja. Also, du warst ganz schön jung, wo du konventiert hast, war? Ja, also ganz schön jung. Da war ich 28, ich war noch 20 oder so was. Okay. Okay, also bist du jetzt fast 40 oder was? Ja, ich bin fast 40, guck mal. Oh. 40 ist Dr. Scheer, Amir, fast noch ein Jahr. Nächstes Jahr habe ich die 40 voll. Guck. Geil. Ja, egal, aber du siehst sexy aus. Ja, man denkt, du bist 25. Sexy, ey. Hier, da schreibt sogar, sieht aus wie 20 Amir, schreiben die. Ja, sieht aus wie 20, aber umgekehrt, 0,2. Ich bin zwei Jahre alt. Sag mal, woher kommst du aber ursprünglich? Also, deine Rules? Aus dem Iran, komm ich aus dem Iran. Aus dem Iran? Ja. Cool, ja. Das einzige Land mit Saudi-Arabien, das Scharia implementiert. Das ist so krank. Da musst du dir auch vorstellen, wir sind die einzigen beiden Länder, die die Gesetzgebung nach der Scharia haben. Okay, aber bei mir, darf ich kurz dumm sein und erklärst du mir, was Scharia ist? Dann gibt es Beitschniebe für dich. Wenn du aber beim Ehebruch erwischt wirst, dann gibt es nur so Ziegelmans. Dann gibt es richtige Ziegel, man. Krass, ja? Ja. Leute, komm, wir müssen die 100.000 voll machen, ihr Lieben. Wir müssen die 100.000 knacken, das geht nicht anders. Dann müssen alle tippen, tippen, tippen. Und wo bist du in Deutschland? Wenn es hängt, dann geht noch mal raus und wieder rein. Raus und rein. Ja, ich komm mal wieder rein. Hängt das immer noch? Hört ihr mich gut? Hängt nicht? Okay. Ja, lasst uns mal ein bisschen den Herrn Jesus Christus loben, ehren und preisen. Seinen heiligen Namen. Haben wir, glaube ich, zu wenig getan hier, ne? Man kann nicht oft genug den Herrn preisen und loben. Der Herr ist mein Hirte. Na? Danke. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Wir müssen gestärkt durch den Tag gehen. Der Herr ist mein Hirte. 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 wo du herkommst, hast du gehört? Nein, ich bleibe hier und gehe dir auf die Nerven. Was ist denn? Nein, nein, geh mal wieder zurück, bitte. Geh mal zurück, wir wollen hier keine Ex-Muslime. Wir wollen hier mal von uns eben kastieren. Nein, nein, wir wollen hier nur Moslems haben. Wir wollen hier nur Moslems in Deutschland. Nein, ich will hier bleiben. Nein, du bist Ex-Muslim. Ich will hier bleiben. Wir dürfen nur Moslems sein in Deutschland. Ist mir völlig egal, hier werden auch Christen sein, alle anders verbringen, alle werden hier willkommen sein. Das ist kein Problem, aber Leute, die Ex- Ex-Muslime, Ex-Christen sind, die sollen wieder weggehen. Nein, die müssen Ehrengäste sein, die Ex-Muslime. Nein, 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 das ist zweite Wahl. Aber musst du nur den Teppich vor ihnen ausrollen, weil sie erkannt haben, dass der Islam Wahnsinn und Schlecht ist. Alina, ach Schwachsinn. Hör auf. Was ist denn mit dir? Warum hast du denn so einen Ninja-Kost? Warum siehst du so aus wie eine Nikabi-Frau? Weil ich im Knast bin. Ja, toll, sehr, sehr schön. Ja, genauso wie du Ex-Muslim bist und in Deutschland bist. Wie wäre es mal, wenn du die Zeit nutzen würdest und wenn ich die Bibel lesen würdest? Ich bin leider nicht gläubisch. Ich glaube nur an das, was ich sehe, weißt du? Hast du schon mal dein Gehirn gesehen? Das war, das hat mir den Tag schon einer gesagt. Siehst du, siehst du was für eine verkorkste Logik du hast? Das ist kompletter Bullshit, was du quatschst, Mann. Kompletter Bullshit, Junge. Hast du schon mal Radio-Wählen gesehen? Nee, aber ein WLAN-Kabel. Ein WLAN-Kabel, genau. Sehr, sehr gut. So will ich dich sehen. Ich glaube, du bist aus der Kamelurin-Universität in Floh, ne? Ja, ich bin Raketenwissenschaftler. Ja, merkt man schon. Richtig wissenschaftler. Aber ich bin erwünscht in Deutschland und du halt nicht. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Ist es denn nicht wichtig? Ist es denn nicht mal wenigstens einmal in deinem Leben angebracht, einmal wenigstens das Buch, die Bibel mal aufzuschlagen, um zu lesen, was ich dort drin befinde? Ich bin Sonntag in die Kirche, reicht das nicht? Nee, ich werde ja auch nicht zu einem Auto, wenn ich jeden Tag in die Garage gehe, oder? Ja, nee, aber du kannst irgendwann mittlerweile, kannst du fühlen. Fühlen? Ja. Wir sind hier nicht um zu fühlen. Doch, doch. Wenn ich auf Toilette gehe, habe ich auch ein komisches Gefühl. Du bist das auch in der Garage fühlt. Wenn ich auf Toilette gehe, habe ich auch ein komisches Gefühl, Mann. Ich weiß. Siehst du? Also, wir fühlen, wir brauchen nichts zu fühlen. Wir müssen uns Wissen aneignen. Ja. 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 Also, auf jeden Fall, du kannst wieder mit mir sprechen, wenn du nicht mehr Ex bist, okay? Nein, du sollst mir zuhören. Es geht ja um deine Seele, die verloren geht. Meine Seele ist schon verloren. Ich habe alles verloren. Verstehst du meine Freiheit? Nein, der Herr Jesus Christus ist ja genau gekommen für dich, mich und alle, die sündig sind. Aber ich glaube, Hormit. Hormit? Was ist mit dem? An den, glaube ich. Wo kommst du mit Jesus? Warum kommst du mit Jesus? Warum glaubst du denn an jemanden, der ein sechsjähriges Kind geheiratet hat? Ist das schön? Nein, aber weißt du, was ich gut finde? Du sprichst genau das aus, was ich mir so immer denke und alle sagen immer, ach, quatsch nicht. Weißt du wie? Ja, siehst du? Das ist das. Und wenn ich dir sage, dass die Bibel akkurat ist und du sollst die Bibel lesen, dann sollst du auch darauf hören. Nein, nein, mir hat den Tag auch jemand gesagt, dass der Koran verbrannt ist und dass es den gar nicht gibt. Der Koran, ja genau. Der Koran wurde von Usman verbrannt, dem dritten Kalif. Der hat dann seine eigene Version den Leuten mitgegeben. Eine komplette Verfälschung des Korans. Ja, der Gott des Islams sagt, dass die Frauen Spermien haben, in Zuge 86, Vers 6 bis 7. Andreas, was meinst du? Dass sie in ihrem Rippenbereich sitzt. Ja, der Mann, wenn die Frau zuerst kommt oder der Mann zuerst kommt, dem wird das Kind ähneln. Tolle Wissenschaft, ne? Ah, der ist doch schon weg. Der ist schon weg. Hallo? Hallo? Will you speak with me? Hallo? Sagst du, dass Gott Satan ist? Allah ist Satan, aber Jesus ist Gott. Okay, und was heißt Gott auf Arabisch? Sie nennen Gott Allah, ja, aber sie meinen Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber was heißt Gott auf Arabisch? Allah heißt das, ja. Ja, also ist dein Gott Satan? Nein, mein Gott, also im Arabischen, ist Vater, Sohn, Heiliger Geist, ist Allah. Der Allah aus dem Koran ist der Satan. Aber trotzdem heißt dein Gott auch Allah auf Arabisch. Ja, mein Gott heißt Yahweh. Doch. Dein Gott heißt auf Arabisch Allah. Nein, wie ist denn der eigene Name, der Gott der Bibel? Sag mir mal, du Schlau, Meier, du. Weiß ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass bei dir auf Arabisch Allah gedacht wird. Warum fragst du mich dann nicht? Du musst mich fragen, ja, wie ist denn der Name, der Gott der Bibel? Interessiert mich nicht. Ja, wie interessiert dich nicht? Interessiert mich nicht. Ja, warum fragst du mich dann, warum Allah so und so ist, wenn das dich sowieso nicht interessiert? Weil ich ja Allah auch so heiß. Nein, der Gott der Bibel heißt Yahweh. Er heißt Arabisch Allah. Ich bin der, ich bin der Ewig Seiende. Auf Arabisch heißt er so aber. Nein. Natürlich. Die Araber haben, wenn die sagen Allah, dann meinen sie Vater, Sohn, Heiliger Geist, die arabischen Christen. Frag mal arabische Christen. Sie glauben nicht an das fliegende Schienbein Allah. Dein Allah ist ein fliegendes Schienbein, mein Lieber. Hallo. Ja, was ist er? Ein fliegendes Schienbein, das im Universum rumschwirrt. Mit zwei rechten Händen da dran. Nein, nein, nein. Dein Gott, dein Gott. Na ehrlich jetzt, ohne Spaß. Wirklich, der Koran sagt das. Die Religion ist frauenfeindlich. Deine Religion ruft dazu auf Frauen wegzukommen. Deine. Deine Religion sagt, dass Jungfrauen den Männern gehören und die, die keine Jungfrauen mehr sind, die soll man töten. Ja, genau. Wenn jemand gesündigt hat, ist der Lohn der Sünde tot. Das ist frauenfeindlich. Und wenn du zum Beispiel Allahs Religion, dann siehst du, dass Allah erlaubt. In der Bibel werden sie alle beleidigt. Ja, aber du siehst doch, dass Allah der Urheber von altes Testament ist, mein kleiner Junge. Also hat er die Befehle abgegeben? Frauenfeindlich. Ja, aber warte mal. Der Allah sagt in Suche 3, Vers 3, dass der die Tore herabgesagt hat. Sind das nicht deine Befehle? Nein. Hast du gerade Allah selber demoliert, oder was? Nein, habe ich nicht. Ja, doch, du hast doch gerade gesagt, dass dein Gott, aber dein Gott sagt auch, dass er das herabgesandt hat. Mein Gott hat den Koran herabgesandt, nicht die Bibel. Aber nicht die Bibel, ne? Nicht die Tore und Evangelium, ne? Ja. Sehr gut. Das ist Atomwissenschaft. Sehr, sehr gut. Ja, sehr gut. Ein sehr, sehr Atomwissenschaft. Die Bibel wurde von irgendeinem Clown einfach geschrieben. Von irgendeinem Clown. Ja, genau. Der Koran wurde von irgendeinem Clown geschrieben namens Osman, der den Koran verbrannt hat. Und seine Heiligen vier Leute. Die Bibel, die Bibel, die Bibel. Die Bibel wurde von... Ja, die Bibel ist unter einem Eri. Die Bibel ist unter einem Eri. Der Koran war nur inspiriert von Kamino. Ich weiß Eri, da sagt der Eri. Der kleine Junge, da sagt der Eri. Ich weiß Eri. Kleiner Junge, Junge. Only Jesus can sing. Only Jesus can sing. Dankeschön. Gott segne euch in eurer Familie. Leute, wir müssen weiter liken, 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 liken. Danke. F. Francesco, ha? Francesco, eh, Francia. Danke dir, Frank. Danke dir, danke dir. Danke dir. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, büten und beschützen und sein Angesicht überschleuchten. Lass mal wieder weiterhören, bevor wir... Wir müssen wieder geistige Nahrung zu uns nehmen, die Bibel. Danke, danke, wenn wir... Danke, wenn wir... Danke, wenn wir... Danke, wenn wir... Amir, hast Airpods im Mund? Nein, was denn, was denn? Funklaufer, ja, warte. Jetzt hat man mich besser, oder was ist denn jetzt? Ja, vielleicht war der Psalm zu laut, ja, kann sein. Hallo, mein Lieber. Wie geht's das? Kann du lese es, mir geht's gut, mir geht's dir. Auch gut, warum seh ich dich nicht? Weil ich am Fahren bin und das System würde mich dann sperren, weißt du? Ah, Digga, du bist dieser Ex-Muslim von ABK, ne? Was geht ab? Ja, nicht viel, ein bisschen den Islam auf den Boden der Tatsachen bringen und Jesus Christus erhöhen, der da ist Gott, der Allmächtige, auf den Match anfangen zu schicken, du Kauner. Warum? Weil wir nicht hier sind, um das Geld den Leuten aus der Tasche zu ziehen, du Kauner. Was denn sonst? Was denn sonst? Vielleicht können wir auch normal geistliche Gespräche für die Folge gehen zu verlangen. Warte mal, ich kenne dich auch so schon von früher, ne? Mit LG warst du auch, ne? Ja, genau, Abdelino, Pemelino, Schemelino. Der Allmächtige heißt nicht LG, sein richtiger Name ist Abdelino, Pemelino, Schemelino. Der heißt Abdelkader. Nein, der heißt Abdelino, Pemelino, frag ihn mal. Sag mal, heißt du wirklich Abdelino, Schemelino? Der sagt dir ja, der Armin hat recht. Ja? Der kennt mich noch von Zeiten, wo ich sehr, sehr Schemelino unterwegs war. Ich bin nicht auf TikTok. Nein, nicht auf TikTok, von einem YouTuber. Der macht dir immer Dingens, er ist zum Christentum konvertiert. Ich bin nicht konvertiert, ich habe ihn zum wahrhaftigen Gott und zum ewigen Leben Jesus Christus gefunden. Sag, was? Wie sagt dein Kollege? Was grüßtet er da? Hi, Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Gerne. Gott möge euch immer segnen. Ich wünsche mir von Herzen, dass ihr eines Tages auch zu Jesus findet und eure Seelen in Sicherheit bringt. Ich alle. Habt ihr gesehen, dass das Bargeld bald verschwinden wird? Habt ihr es gesehen? Dass die Obergrenze für Bargeld immer weiter angehoben wird. Und die Leute, die... Du meinst, äh... Ja genau, bis 5000 Euro darfst du noch Bargeld, glaube ich, mit dir führen. Und die meisten bezahlen alles schon mit Karten. Und du siehst, dass das alles schon prophezeit wurde in der Bibel, in Offenbarung 13, 16. Und wir werden bald wird als ein Zahlungsmittel geben, das wir in unserer rechten Hand bekommen. Das ist der sogenannte RFID-Chip. Und nur wer das hat, wird kaufen und verkaufen können. Genau, sowas. Ich hab dich. Sehr, sehr gut. Das ist das Mahlzeichen des Teufels. Und wenn wir als Unmensch, wird Gott dich für alle Ewigkeit in die Hölle werfen. Deswegen wird der Herr Jesus Christus hier auf diese Erde kommen, so wie er sagt in 1. Thessalonischer Kapitel 4, Vers 16. Und uns befreien vor diesem Wahnsinn, der auf uns zukommt. Also meinst du, Jesus Christus hat gesagt, bald gibt nur noch Kartenzahlung? In der Bibel steht's geschrieben, dass diejenigen, die weder kaufe noch verkaufen können, die nicht das Mahlzeichen an ihrer rechten Hand haben. Und dann siehst du auf einmal, wie die Werbung machen für einen kleinen Chip unter der Haut. Das ist dann Zahlungsmittel. Hast du das noch niemals gesehen? Ja, doch, das hab ich gesehen, aber das ist in der Bibel steht, Digga. Ja, lies doch mal. Offenbarung 13, 16. Was steht da drin, dass Chip in den Dingens reinkommt? Ich lese dir das mal vor, bevor ich hier mal rausgekommen. Guck mal hier, warte ganz kurz. Das ist sehr wichtig, dass ich dir das mal vorlese. Danke für die Rosen, ja. Roses, Roses. Du hast vergessen, diese NPC zu machen, die hier, diese Leute, die hier unwesen treiben. Komm, Leute, tippen, 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 tippen. 13, 16, guck mal hier, ich lese das vor, hier, guck mal. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird, auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens hat. Hier ist die Weisheit, wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, ist denn, es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666, daher kommt das. Das ist dieser berühmte, berühmte Vers aus der Bibel, 666, das ist das. Okay, mein Lieber, mach dir Gedanken um deine Ewigkeit, setz dich damit auseinander, mach's gut. Alle, die bei dem waren, noch schnell aufgeklärt und weiter geht's. Gefriesen seid der Herr Jesus Christus in aller Ewigkeiten. Leute, tippt, bis ich wiederkomme und teilt den Stream. Danke, danke euch. Gott segne euch. Hier bin ich. Amir, wo bist du? Hier bin ich. I'm here. Habt ihr euch erschrocken, hey, ihr Kleinen hier. So. Gerade reingekommen, ja. Ja, schön. Möge der Herr euch segnen, wütend und beschützen. Wo sind wir? Was ist passiert? Wo sind die ganzen Leute hin? Hallo? Wo sind die hin? Sofort zurück. Kommen Sie zurück. Ich muss noch viel reden. Lass mich ausreden. Danke. Dankeschön. Möge der Herr euch segnen, die Lieben. Ich geh mal wieder hinter Hijab wie Allah. Ich versteck mich auch mal wieder hinter Hijab wie Allah. Besser ist das. Danke, King of King. Danke. Ah, mir hast du mal einen Song gehört. Welchen denn? Hast du einen Song rausgebracht? Haben die der Sprachligaste? Ja, ich verstehe das auch nicht. Wenn dieser Typ nicht mal zwei Sätze gerade ausreden kann, warum will man dann Debatten führen? Wofür denn? Man versteht dich doch sowieso nicht. Der nudelt da einen vor sich hin und will auf einmal auf akademischen Grad irgendwie mit Leuten debattieren. Das ist Quatsch. Außerdem ist er auch gar keine Autorität. Wer folgt diesem Typen denn überhaupt? Fünf TikTok-Kinder oder was? Das ist krass. Die sehen den so als völlige Autorität. Das ist krank. Und dann siehst du, wie Großgelehrten total außer Acht gelassen werden. Und so TikTok-Monafirin, die Mohammed bis aufs Blut bekämpft hätte, die werden dann empfohlen. Weil das so Heuchler sind. Das ist so krank. Ich habe dich verlinkt, okay. Verlinke mich mal auf jedem Account. Ich weiß nicht, welchen Account ich gerade leite. Wo ich bin. Hier, warte mal. Ja, was kann ich für sie tun? Das beste Lied ist immer noch Sahi Al-Bukhari 5, 6, 8, 6. So wertvoll wie das fünsige Gold. Shalom, Bruder Herz. Shalom. Shalom. Oh Gott, das Segen. Aber du musst meinen Song hören auf meinem Account. Gott ist keine Religion. Ich sage dir, dein Song und vom Bruder Reza, den können einpacken. Nein, das geht gar nicht. Der Kaffee-Long ist noch eine Regende. Ja, aber wirklich, du musst ihm diesen Song anhören. Gestern, weil ich hatte das mit Pavlos, der hat mir geholfen, das zu machen. Und dann hatten wir zwei Versuche, die waren nicht so in Ordnung. Und beim dritten Versuch, boah, ich bin vor Freude ausgerastet, wie cool das geworden ist. Hammer. Weil da ist das ganze Evangelium drin und dass Gott keine Religion ist. Das ist Hammer. Ja, wundervoll. Ja, wundervoll. Ist das dein Account Violetta Jesus Christ 2, oder was ist das? Nee. Nee, nee, das ist mein Account. Ja, aber welcher denn hier? Ich hab nur den Account. Ach so, Violetta Jesus Christ 2, okay. Ja, aber müsst ihr euch alle mal anhören. Das Song ist der Hammer. Ja, ich muss gucken, lass es dann. Ja, ich muss gucken, lass es dann. Ja, ich muss gucken, lass es dann. Amen. 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 Ja! Ich hab das gesungen, nicht Violetta. Jetzt hört ihr nicht meine Stimme da raus, Leute. Ich hab das gesungen. Seht ihr? Hört ihr? Meine Stimme raus? Boah, mein Freund, der passt, ey. Der ist ja wahnsinnig, obwohl du hörst den so mit der Schaffung von, ey. Amen. Amen. Cool, oder? Bester Text. Der ist gut, der Text, ja. Der ist heftig. Ja, aber ich gestern einfach so, ey, das war 5 Minuten, ich hab zum Herrn gesagt, ich hab das seit Wochen schon, wo ich eure Songs gehört hab, hab ich so auf dem Herzen gedacht, boah, ich will auch so einen Song. Einen, der, und ich wusste, mein Song muss und wird heißen Gott ist keine Religion. Und dann hab ich das mit dem Herrn geschrieben, ich hab gesagt, Herr, gib mir irgendwas, dass alles drin ist. Und da ist alles drin, das Evangelium, die Wiedergeburt, die Rettung aus Glauben, ewig gerettet. Hammer. Sehr, sehr. Wundervoll. Es freut mich sehr, dass du mich von Ihnen bekommen hast. Wer das nicht so gut gehört hat, wegen der Verbindung, geht einfach auf meinen Account, da ist das. Das ist so schön. Geht einfach auf meinen Account, das ist sehr, sehr schön. Ja, also nicht auf meinen Account. Also alles drin, das stimmt, geht auf meinen Account. Ich meine den Song. Ja, aber mein Song ist sowieso der beste. Okay, Bruder, haben wir. Angesegneten Stream, ja. Da halt die Nerven. Ich weiß, das war schwer. Ja. Wenn du machst das schon. Dann auch immer. Dann auch immer. Das ist der Song, deiner war viel, viel besser, aber der knallt auch gut rein. Da ist nämlich das, was eigentlich gesagt werden muss, dass der Jesus Christus nicht gekommen ist, um eine Religion zu gründen, sondern um Sünder zur Buße zu rufen. Hey, hallo? Was ist das denn? Die redet immer noch mit der Gruppe und die ist schon längst weg. Hörst du mich, Bruder? Hörst du mich? Ich hör dich, Bruder. Hörst du mich? Ja, ich hör dich. Der Ex-Muslim-Kanal, Highlight-Kanal, der ist heftig, der lebt immer die besten Sachen da hoch. Ja, ich habe auch einen Abschnitt von dir hochgeladen, wo du dann mit einem Muslim da gerät hast, wegen dieser Schlange. Und das habe ich auch auf meinem Kanal nochmal hochgeladen. Ich habe dich da verlinkt, aber ich kann auch deinen neuen, boah, ich kann kein Deutsch mehr. Deinen neuen Account dann dort verlinken. Du wurdest gewehrbockt. Du wurdest hart gewehrbockt. Das ist nicht mehr normal, Bruder, aber du hast es wirklich gut widerlegt, ne? Du hast es gut widerlegt. Ex-Muslim-Highlight-Kanal, hier, Ex-Muslim-Highlight-Kanal. Guck mal, der lebt immer die heftigste Sachen hoch. Das Höllenfeuer, ne? Mit den Jinn und Menschen halt füllen Menschen. Du siehst du, dass der Satan manipuliert die Hölle mit Menschen füllen will, weil das seine Eigenschaft ist. Der Hasskorts Mensch, man muss uns in der Hölle sehen, richtig? Er möchte, dass er mit ihnen leidet. Mit ihnen leidet. Ich verstehe. Also er will die Hölle quasi mit Menschen gefüllt sehen, richtig? Genau. Dankeschön, da hast du gerade zugegeben, dass Allah Satan ist, weil er hat einen Verlangen, die Hölle zu füllen mit Menschen. Ah jo. Wenn ein Ex-Muslim-Highlight-Kanal sagt, klar, die Hölle mit Menschen füllen. Sie bist du dazu gekommen, zu sagen, dass der Islam falsch ist und das Christentum das Richtige ist? Der Allah, der war auch der Gott der Bibel zu sein. Und wenn man drei Furchten anstellt und den Koran zur Hand nimmt und das mal durchliest, der Allah sagt in 2.3.54, sie spielt deine List und Allah spielt deine List und Allah spielt deine List. Allah ist der beste Listenspiel. Und dann sehe ich auf einmal, dass im ersten Buch Mose Kapitel 3 Vers 1 die Schlange die Listigste war auf dem Feld. Und dann siehst du, dass Allah von sich selbst sagt, ich bin der beste Teufel von allen. Jetzt guck mal, was der da sagt, was für eine Antwort der mir gibt. Pass mal auf, guck mal. Krass, ey. Wir waren zum Beispiel alle aus der Koranen bis die Flange aus dem alten Testament, die Gott aus dem Paradiesgeschwistern hat. Und der jetzt auf der Erde ist und sich von 1.6 Milliarden Menschen namens Muslime anbieten ist. Ja, aber da sind jetzt Verse aus der Bibel und nicht aus der Koran. Ich habe die Bibel zitiert, ich habe die Bibel zitiert und guck mal, was der da sagt. Das ist so geil. Ich weiß nicht, ob diese Leute überhaupt noch ein Auffassungsvermögen besitzen oder ob sie überhaupt noch nur aufnahmefähig sind. Gar nichts. Unglaublich. Das macht mich wahnsinnig. Das ist unglaublich. Aber du zeigst es immer mit der Schrift und die sehen das nicht mal ein. Und das ist nicht geschwistert, der jetzt hier auf der Erde ist und sich von 1.6 Milliarden Menschen. Ich glaube es nicht, die wir anbieten ist. Ja, aber das sind jetzt Verse aus der Bibel und nicht aus der Koran. Die Bibel ist von den Menschen geschrieben und der Koran ist von der Heiligen Geschwister. Das ist so, ich kann demorieren, was denn das auf den Anfragen ist nicht schlimm. Du hast zwar in den Koran zitiert, das auch bewiesen, dass die Bibel ist. Das ist so, dass die Bibel ist. Das ist so, dass die Bibel ist. Das ist so, dass die Bibel ist. Da musste ich noch in mich reingehen. Da musste ich tief einatmen. Ich war fast kurz vor dem Losschreiben. Krass, Alter. Unglaublich. Unglaublich. Ja, aber wer kann ja nur ruhig bleiben, Leute. Das ist Wahnsinn. Stell dir mal vor, ich rede mit dir. Du fragst mich aber, was für Zweifel hattest du denn im Islam? Was hast du denn so herausgefunden, dass du sagst, Allah ist Satan? Da habe ich ein Beispiel. Da habe ich gesagt, jetzt suche 3 Vers 54 in Al-Imran. Ayah 54 steht ja. Und sich mit Allah spielt deine Liste. Allah ist der beste Liste. Und dann siehst du auf einmal in der ersten Buch, Rose Kapitel 3 Vers 1, dass die Schlange die Liste war auf dem Feld. Also die Eigenschaft nicht zu sein, ist die Schlange. Und dann siehst du auf einmal, dass Allah sich diese Eigenschaft zuspricht. Super. Und dann sagt er zu mir, ja, du hast gerade nur die Bibel zitiert und nicht den Koran. Unglaublich. Er konnte nichts mehr sagen. Er redete sich einfach raus. Unglaublich. Der ist tot. Das ist gar nicht mehr. Nein. Unglaublich. 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 Das kommt davon, wenn man zu viel Hansi inhaliert hat. Hansi und Liebe zwei Schüsse. Ich sag ja, sie können nur rumphilosophieren, aber können nicht mit der Wahrheit klarkommen. Ja. Genau. Das ist unglaublich einfach, ey. Wir können nur für diese Menschen beten. Amen, ja. Amen, mein Lieber. Okay, Gott segne dich und deine Familie. Alles klar. Ich danke dir, Bruder, jetzt. Gottes Segen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, ich geh mal wieder inkognito. Ich sehe aus wie so ein richtiger Muslim, ey. Original. Wer sieht denn mehr muslimischer aus als ich, ey. Der Coach Spenke dir, was er zu mir gesagt hat, sagt er, ja, der Arme, der ist mit mir in Kontakt. Der hat zu mir gesagt, der macht das aus Proben und er liebt eigentlich den Islam. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, ich könnte dem Bruder von einigen sein hier drinnen, genau. Danke. Ja, ist heftig. So, wer ist denn da? Wer will denn den Dr. Schecher bei mir stellen? Keiner? Dann müssen wir wieder ein wenig geistige Nahrung zu uns nehmen. Aber eins wollte ich euch noch zeigen. Hier mit, äh, Dings. Ich habe ein Video hochgeladen, das Wormitt niemals existiert hat. Guck mal, die Beweise, die der Dr. J. Smith mit sich bringt. Einfach nur Hammer. Einfach nur der Hammer. Einfach nur der Hammer. Laut den Schiiten. Laut den Schiiten. Der einzige rechtwesige Erbe Mohammeds 24. Die Zeit von 624 bis 691 wird die Zeit der rechtgeleiteten Kalifen genannt. Diese 50er Jahre. Das ist der Anfang des Islams. Die goldene Zeit des Islams. Das ist der klassische Bericht. Ich habe euch den Überblick gegeben und ich hätte viel mehr Dinge erwähnen können. Aber das haben uns Muslime 1400 Jahre lang erzählt. Oh, nicht 1400 Jahre. Ich korrigiere mich. 1200 Jahre. Warum sage ich das? Kennt jemand einen anderen Bericht? Das wurde einem beigebracht. Das wird euch in der Schule beigebracht. Das wird allen Muslime beigebracht. Und in jeder Schule findet sich dieser klassische Bericht. Und es gab keinen Grund das anzuzweifeln. Denn eine andere Geschichte euch hatten wir nicht. Aber schaut euch an, von wem wir diesen Bericht bekommen. Die meisten von euch wissen vielleicht nicht. Ich finde, dass das meiste, was wir über Mohammed wissen, es in der Biografie Mohammeds, genannt Sirat Rasul Allah, niedergeschrieben wurde. Die erste Person, die es niedergeschrieben hat, war Ibn Ishaq. Das ist Ibn Ishaq. Und ihr könnt es sehen da oben. Lass mich einfach dieses Ding arbeiten. Ich hoffe, ich kann es sehen. Da ist Ibn Ishaq. Schaut auf seine Jahreszahl. Das ist das Jahr 765. Erst im Jahr 765. Einfach so fast 100 Jahre später wurde die Biografie Mohammeds geschrieben. Vorher kannte man gar nichts über Mohammeds. Könnt ihr euch das vorstellen, was das für eine Katastrophe ist? Gar kein Augenzeuge, nichts, der Ibn Ishaq es einfach nur losgezogen hat, von hier und da irgendwelche Leute reden hören. Und jetzt stellt euch mal vor, wir haben ein Augenzeugen. Sowohl Matthäus als auch Johannes sind Augenzeugen. Markus und Lukas haben die Sache noch aufgenommen, die andere ihnen als nachfolgende Jahre dann übermittelt haben. Aber Matthäus und Johannes sind absolut mit dem Herrn. Die haben ihn gesehen. Guckt ihr das doch bitte an. 665 wurde die erste Biografie über Mohammed wieder geschrieben. Er starb im Jahr 632. Seht ihr das Problem? Mohammed starb im Jahre 632. Vorher hat er aber im Jahre 620 die kleine Aisha mit 6 Jahren geheiratet. Mit 3 Jahren, also 623, 3 Jahre später, hat er dann die Ehe vollzogen. Und dieses Kind hat mit Puppen gespielt. Das ist ein Grund, weil sie noch nicht die Pubertät erreicht hat. Da hat der Mohammed schon losgelegt. Was dem Ganzen noch einen draufsetzt ist, dass im Jahre 630 die Schlacht von Tabuk stattfand. Und der Mohammed dort an der Schlacht teilgenommen hat. Und die Aisha immer noch mit Puppen gespielt hat. Und sie immer noch nicht ihre Menstruation gehabt hat. Jetzt könnt ihr mal recht stellen. 623, da war sie 9. Also sieben Jahre drauf, da war sie 16 und hat immer noch nicht menstruiert. Und Mohammed hat immer noch mit ihr geschlagen. Wo finden wir das? In Fatul Bali von Ibn Haddad al-Asqalani. Im 10. Band auf der Seite 544. Traurig, 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 ihr Muslime, traurig. Die ersten Aussagen des Propheten, also die Hadithe, das ist enormes Material. Bei 600.000 Hadithe und sie wurden englisch nach Al-Bukhari gegeben. Und Al-Bukhari stirbt im Jahr 870. Die ersten Hadithe werden von ihm dann wieder geschrieben. Oh warte, habe ich gesagt, dass Ibn Ishaq als erstes seine Biografie schreibt? Das ist wahr. Aber wir haben nichts von Ibn Ishaqs Material. Wir stützen uns auf Ibn Ishaq. 833. Er war ein Schüler von Ibn Ishaq und aus dem, was ich gesagt habe, nahm er das raus, was er nicht mochte. Wisst ihr, was das für eine Katastrophe ist? Dass der Schüler von Ibn Ishaq, dieser Ibn Ishaq, diese Biografie von Mohammed genommen hat und auch nochmal ausgefiltert hat, was ihm nicht gefallen hat. Ihr könnt euch vorstellen, wie katastrophal die Entstehungsgeschichte des Islams und die Entstehungsgeschichte über Mohammeds Biografie überliefert wurde. Ein einziges Desaster. Kein normal vernünftiger Denkner Mensch, der ein Funken Grips noch in den Birnen hat, würde auch nur sich in die Nähe des Islams begeben. Das ist unmöglich. Unmöglich. Unbelievable. 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 Und was wir von Mohammed wissen, der kommt von Ishaq. Genau. Das Datum ist 833 von Mohammed. 200 Jahre später, die Biografie von Mohammed. 200 Jahre später. Wisst ihr, was das heißt? Das ist ein Desaster ist das. Ein riesen Desaster. Und dann sagen die Muslime uns, wir haben Überlieferungsketten. Ja, ja. Ihr habt gar nichts. Ihr habt nichts. Nichts. Nichts worauf ihr fußt. Gerade im Jahr 632. Seht ihr das Problem? Die Bukhari wirft ebenfalls aus den 600.000 Aussagen aus, was er nicht mag. Und behält nur 7397. Ich wünschte, wir könnten mal sehen, was der Imam Bukhari hat. Einmal herauszufinden, was der Imam Bukhari so einfach weggelassen hat von 600.000 und diese 7400 überhalten hat. Schade, dass wir keinen Zugriff darauf haben. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Gott segne dich und deine Familie. Wie bitte? Ich hab's akustisch nicht verstanden. Nochmal. Gott segne dich und deine Familie. Voll süß von dir. Dankeschön. Ja, gerne. Möge der Herr Jesus Christus. Gott segne dich und deine Familie behüten und beschützen dich. Inshallah. 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 Ja, nein, nein. Inshallah. Inshallah Jesus. Ja, ja. Wie geht's dir? Handel, Jesus. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Warum bist du wieder am Prozieren? Red doch nochmal einfach. Sag, wie dein Tag ist und so. Ja, aber warte mal. Du sagst Handel. Darf ich nicht Handel, Jesus sage? Sag, was du willst. Ist mir ehrlich gesagt egal. Ich wollte nur fragen, wie geht's dir? Was machst du Schönes? Ja, ich bin gerade hier am rumfahren und nehme den Islam nebenbei auseinander und verherrliche den Herrn Jesus Christus, wo ich kann. Ach, du nimmst den Islam auseinander. Müssen wir darauf eingehen? Ja. Kannst du auch über andere Sachen reden? So über den Alltag und alltägliche Probleme und so andere Sachen? Nein. Ich bitte um unsere Seelen. Das ist das Wichtigste, was wir gerade besprechen müssen. Weil ich fürchte nicht, dass die Seelen derer, die im Islam drin sind, verloren gehen. Deswegen... Aber... Aber ist es denn richtig, im Christentum über andere Menschen zu urteilen? Ja, klar kannst du urteilen über andere Menschen und Ideologien miteinander vergleichen. Vergleichen kannst du, aber du hast gesagt, du würdest den Islam zerstören. Ja, natürlich. Eine Lüge muss man ja immer zerstören, oder? Aber das ist doch nicht vergleichen. Das ist ja schon so ein bisschen Hass erfüllter bei dir, oder? Nee, der einzige, der Hass erfüllt, ist Allah in Zuge 5, Vers 14, dass der Hass und Zweitracht sich in den Menschen stiftet. Aber das ist... Das finde ich nicht fair. Sag dir ehrlich. Ich bin auch nicht fair, dass Allah sowas macht, dass der Hass und Zweitracht stiftet. Also schau mal, ich bin doch keiner, der jetzt seine Religion schlecht redet, oder? Im Gegenteil. Ich kann auch den Herrn Jesus Christus niemals schlecht reden, weil er niemals eine Sünde getan hat. Wie willst du denn Jesus Christus... Aber über den Islam darfst du schlecht reden. Da habe ich das richtig verstanden. Ja klar, eine Religion, die dazu aufruft, meine Geschwister und mich nacken zu therapieren, muss man absolut schlecht reden. Aber ich finde, jemand, der wirklich gläubig ist, und jemand, der sagt, okay, der fügt doch keinem anderen Schaden zu, oder... Ich füge dir auch keinen Schaden zu. Ich komme ja auch nicht mit deinem Schwert an deinen Hals und sage, entweder du glaubst an Jesus, oder dein Kopf geht jetzt flöten. Nein. Ich sage dir, ohne Jesus Christus wirst du für alle Ewigkeiten in die Verdammnis gehen. Das, was Mohammed und die Sahaba aber praktiziert haben, war, das Schwert an meinen Nacken der Menschen zu halten und zu sagen, entweder du konvertierst zum Islam, oder du gehst jetzt ein wenig mal in die Ewigkeit. Aber du predigst doch gerade Hass, oder nicht? Nein. Das macht der Allah. Ich predige die Wahrheit. Sei doch einfach... Wenn wir doch so schlecht sind, sei doch einfach besser. Warum machst du denn dann... Ich bin besser, indem ich dir die Wahrheit sage. Ihr sagt ja nicht die Wahrheit. Ihr dürft Takiya praktizieren. Das ist die islamische Vorteile. Ach so, ich verstehe schon. Dein Hauptpunkt, du redest nur über die Religion, richtig? Du vergleichst sie. Ja, genau. Ich rede über die Religionen und das, was der Allah da versucht, mir weisszumachen, dass die Bibel verfälscht wäre, obwohl wir Abschriften haben aus dem ersten, zweiten, dritten Jahrhundert, die mit unseren Bibeln heute übereinstimmen. So. Okay, gut. Wenn du mit mir redest, siehst du darin nur eine Diskussion, oder kannst du auch dich normal unterhalten wie ein normaler... Ich kann mich ganz normal mit dir unterhalten, aber das ist meine Art und Weise. Entweder das gefällt dir, dann können wir miteinander weiterreden, oder du willst angelogen werden und ich stehe in den Hinternkriechen. Nein, aber ich habe dich doch gar nichts gefragt, dass du mich jetzt belehren musst, oder? Ja, doch. Du stellst mir einige Kriterien, wonach du... Nein, nein, nein. Du hast direkt den ersten Punkt jetzt... ...dass ihn mir vorwirfst und dann antworte ich da drauf. Das erste, was du gesagt hast, war ja direkt, es ging um Religion und ich habe mich einmal irgendwas religiöses gesagt. Ne, du meintest ja, ich darf ja nicht sagen, handel Jesus, obwohl du handel Allah sagst, oder? Das habe ich nie gesagt. Das war wirklich eine Provokation, als ich zu dir gesagt habe, handel Jesus. Nein, nein, du hast mich gefragt, ob das okay ist, habe ich gesagt, mir ist das egal, was du sagst. Nein, du hast zu Anfang gesagt, das wäre eine Provokation, warum provozierst du so, habe ich gesagt, nein, was denn? Darf ich handel Jesus sagen? Warum darfst du denn Hassel da sagen? Guck mal, warum provozierst du denn darüber hinaus, dass man über Religion streitet? Lass doch jedem glauben, was er glauben muss. Du bist mir hier zu reden, oder? Ich bin doch nicht in der Position, dass ich es recht sein kann. Findest du das in Ordnung, dass sich eine Ideologie hier in Deutschland breit macht, die dazu aufruft, mich, dich und alle Menschen vor die Wahl zu stellen? Ich sag dir ehrlich, was ich in Ordnung finde und was nicht, finde ich, sollte mit mir im Einklang sein. Also wenn ich eine Meinung habe, muss ich... Ich möchte deine Meinung dazu hören. Wir sind in einem Meinungsfreien Land. Ich muss meine Meinung doch nicht mehr in die breite Masse übergreifen. Ja, aber wir reden gerade darüber. Wenn du also mit mir nicht darüber sprechen möchtest, dann geht's. Aber dein Chat kann doch bestätigen, dass ich gar nicht darüber reden möchte. Wir waren doch alle gerade, ja, haben ja recht. Ja, deine Leute können dir recht geben, das ist auch in Ordnung. Aber ich will doch gar nicht mit dir über dieses Thema diskutieren. Wir haben doch ein gutes Auffassungsvermögen. Was redest du da, Mann? Du hast ein gutes Auffassungsvermögen? Nicht nur ich, sondern auch meine Community. Ich habe deine Leute nicht schlecht geredet. Nein, aber du unterstellst uns etwas. Ich sage dir, guck mal, wenn die so ein gutes Auffassungsvermögen haben, dann wüssten die, dass ich von Anfang an der ersten Sekunde angesagt habe, lass uns über etwas anderes reden. Nein, wir müssen aber über diese Themen sprechen. Wir müssen aber über diese Themen sprechen. Es geht um unsere Ewigkeit, um unsere Seelen. Und der Islam ist eine Lüge und das muss aufgedeckt werden. Okay, ihr seid alle besser als wir, richtig? Nein, überhaupt nicht. Das sagte Allah in Sura 3, Vers 110. Wir sagen, wir sind alle Sünder und brauchen Vergebung unserer Schuld. Okay, und das, was du machst, ist keine Sünde? Absolut nicht, wenn ich über Ideologien spreche und sie aufdecke. Wenn du darüber redest, dass man den Islam zerstört, ist das keine Sünde, die du tätest. Ja, aber findest du das richtig, dass man eine Ideologie machen lassen sollte, die hier auch um öffentlich Menschen dann nacken zu therapieren? Ist das in Ordnung, mein Lieber? Kennst du diese militante Veganerin? Es ist auch richtig, was sie sagt. Irgendwo ist es nicht verkehrt, aber die Umsetzung ist falsch. Der Herr hat uns die Tiere gegeben als Nutzen, sowohl als Nutztiere als auch als Essen. Wo ist das Problem? Guck mal, das Lustige ist einfach immer nur, dass du... So aussehen wie sie, als wir gesehen, wie sie vorher aussahen, wie sie jetzt aussieht, die hat sich einfach aus sich ein was weiß ich was gemacht. Guck mal, das Lustige ist einfach, dass du weißt, dass du mit Provokationen hier ziemlich weit kommst und dass du vielleicht eine Denkweise hast, die du... Wenn meine Art nicht provoziert, dann solltest du besser von mir weggehen. Deine Art nicht, sondern deine Redensart und Weise, was du alles für Klicks und Fame tust. Das ist halt ein bisschen traurig. Ach so, so ein Thema für Klicks und Fame, ne? So ein Thema, ne? Ja, für was anderes würdest du, wenn man sich nicht Ex-Moslem nennen. Du bist einer, der polarisieren will mit seiner... Mit seiner Religion oder mit seiner Umwandlung. Natürlich nicht, dass die Leute zuhören. Du siehst doch, dass es normal ist, dass man eventuell Themen anspricht, die heute den Nerv der Zeit ansprechen, verstehst du? Nein, nein, das ist nicht der Nerv der Zeit. Ich sag dir eine Sache... Das ist nicht der Nerv der Zeit. Du siehst doch, wie rasant diese Ideologie sich verbreitet. Ist das okay? Das Einzige, was nervt, ist deine Art und Weise, wie du etwas... Okay, wenn meine Art und Weise dich nervt, dann tue ich dich mal ganz schnell... Ich gehe auch raus. Ich muss nur eine sagen... Ist das ein Typ... Unglaublich, ich komme jetzt gleich wieder. Der bedenkt also nicht, dass selbst er, wenn er mit einer falschen Aqida, also Glaubenslehre, innerhalb des Islams, auf andere Muslime trifft, dann wird er plattgemacht. Das ist geisteskrank. Anstatt der auch so die Gefahren des Islams so bemerkt. Aber gut, der ist ja auch nicht im Glauben. Für uns hat das nochmal eine andere Bedeutung. Weil der Islam ja Lügen verbreitet über den Herrn Jesus Christus und über die Bibel. Und behauptet, dass die Bibel ja verfälscht wäre, dass Jesus Christus nicht gekreuzigt wurde. Für uns hat das nochmal eine ganz, ganz andere Bedeutung, was der Koran davon sich gibt. Für ihn ja nicht. Der ist ja sowieso ein Ungläubiger. Ob er sich jetzt Muslim nennt oder nicht, für ihn spielt das keine Rolle. Man sah schon, dass er so ein säkularisierter Mensch ist. Der mit Religion und gar nichts zu tun hat. Wie geht's dem Schnarchi-Doggi? Dem geht's gut. Der ist hier schön im Kühlen. Ich hab Fußboden-Klimaanlage für den. Ich hab die Klimaanlage angemacht. Und hier schön die Füße. Damit die schön kühl bleiben und der auch. Der muss immer eine Abkühlung bekommen, der Kleine. Kleine Dagi-Dagi-Dagi. Kleine Dagi-Dagi-Dagi. Wo muss ich denn jetzt hin? Was ist das? Ach so. Ja, hier ist das. Wo muss ich denn hier hin? Wo muss ich hin? Ich kann mir jetzt gleich wieder hier wundervollen. Wir müssen die 100.000 knacken. Drei, zwei, eins, jetzt, alle zusammen! Los, Haters, alle liken! Ich muss wieder die Bude hier kühl machen. Ah, ist das herrlich. Schön, machst du das? Doktor Che Rabuami. Wie er lebt und lebt. Ja, das ist sehr, sehr traurig, dass es so viele Leute gibt, die nicht verstehen, wie gefährlich eigentlich diese Ideologie ist. Und wenn man das halt gleich miteinander vergleicht, dann siehst du ja das, was dabei herauskommt. Habe ich euch ja gestern gezeigt, als ich das nochmal für euch gepostet habe, hier auf meinem Kanal, WhatsApp-Kanal. Ja, der Mohammed, der König des islamischen Staates, als er gesagt hat, jeder der stirbt und nicht gekämpft hat oder die Absichten zu kämpfen hatte, stirbt auf der Abzweigung der Heuschelei. Und guck mal hier, er selber will sogar nackentherapieren, nackentherapiert werden, um wiederzukommen, um wieder weiterzukämpfen, nackentherapieren, nackentherapieren und wieder selber nackentherapiert werden, das ist so heftig, ne? Und guck mal, der Satz hat auch total in sich, ne? Ich wurde vor der Stunde mit dem Schwert gesandt, damit Gott alleine angebetet wird, ohne Partner. Und mein Lebensunterhalt wird in den Schatten meines Speeres gestellt. Und Demütigung wird jedem auferlegt, die meinen Befehlen nicht gehorchen. Und wer ein Volk nachahmt, der wird einer von ihnen. Was für eine Aussage, ey. Bro, du machst ja immer noch solche Screams. Ja, ich werde auch niemals aufhören, damit solche Leute wie du immer weiter gute Aufkür bekommen. Ja, ja, wo steht das mit den Geschlechtszeilen wie eine Palme? In Al-Bujayrimi, Al-Khatib. Band 3. Auf der Seite 358 muss das sein. Aber guck mal, ich guck noch mal. Ja, stimmt. Band 3, Seite 352. Ah ja, wo steht das, was du gerade vorgewiesen hast. Seid ihr nicht in meinem WhatsApp-Kanal? Hm? Man hört dich nicht richtig. Ja. Dein Ton ist komisch. Ich weiß nicht, was los ist. Wie viele Raka hat Voodoo? Was für ein Blödsinn der da schreibt. Voodoo ist die Gebetswaschung, oder Kase? Ja. Ja. Und der denkt, ich sage jetzt, Voodoo hat 3 Raka, oder 4 Raka, oder 2 Raka. Guck mal, wie es klappt. Wie peinlich, wie peinlich. Die wollen das hier bei Dr. Sheikh Abu Hamil machen, ne? Lasst es doch sein! Nein! Hör auf! Du sollst hier bei mir lernen! Du musst lernen! Du musst lernen! Du musst lernen, wie Dr. Sheikh Abu Hamil dir Islam beibringt. Und dann sagen die mir, der islamische Staat hat nichts zu tun mit Islam. Das ist so eine irreführende Aussage, ne? Wahnsinn! Ich komme jetzt gleich wieder. Ey, du Taxifahrer-Bubble, nicht so viel. Ich glaube, 99% der Muslime sind alles Taxifahrer. Inklusive dein Daddy. 100.000 voll? Sehr gut. Wie kein Ton. Doch, da ist Ton. Da ist guter Ton. Das gehört zum guten Ton, dass der Dr. Sheikh Abu Hamil hier auf TikTok wieder unterwegs ist. Ich gehe mal wieder hinter Hijab. Oder? Oder nicht? Das gehört auch zum guten Ton. Mit Dr. Sheikh Abu Hamil. Dankeschön. 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 Ja, ich hoffe für jeden von euch, dass ihr eine Entscheidung, eine wahrhaftige Entscheidung für den Herrn getroffen habt, ne? Und wahrhaftig von neu geboren seid und wahrhaftige Kinder Gottes seid, ne? Empfängnis des Heiligen Geistes. Bei eurer Bekehrung und dass ihr auf dem Weg zum ewigen Leben seid. Das wünsche ich mir sehr für euch. Mir geht's gut, dank dem Herrn Jesus Christus. Mir geht's sehr gut. Natürlich habe ich hier und da Probleme, aber im Großen und Ganzen vertrauen wir dem Herrn und lassen niemals die Hand des Herrn los. Egal was ist. Niemals. Komme was wolle. Koste es, was es wolle, oder? Wir haben nicht den Geist der Furcht empfangen, sondern den Geist der Wahrheit, der Besonnenheit, der Klarheit. So sieht's aus. Der Geist, der uns durch alle Wahrheiten führt. Sodass wir die Schrift auch begreifen und nicht mit unserem A in US lesen, so wie Muslime. Ja, das ist schlimm. Hallo? Hallo, mein Lieber. Ja? Ich habe nur eine Frage an dich. Also ich bin auch Christ. Ein oder mehrere? Ist nur eine Frage. Also das ist eine Frage, die viele Christen nicht wahrhaben wollen oder nicht verstehen wollen. Und zwar, dass Jesus Christus ja selber Gott ist. Man sagt, Jesus Christus ist der Vater selber. Der Vater ist ja in ihm. Und ich wollte einfach nur, dass du mal erklärst, weil hier ist auch ein Freund von mir gerade drin, oder mehrere, ich habe in die Gruppe geschrieben, sodass sie mal gucken und reinkommen, dass du das mal denen auch vielleicht erklärst. Ich kann es nicht so gut erklären, weil ich die Verse nicht habe, aber dass du das vielleicht mal... Der Apostel Paulus sagt in Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 9, Denn die ganze Fülle der Gottheit lebte leibhaftig im Herrn Jesus Christus. Du siehst also, dass er als er auf Erden war, die Gestalt eines Knechtes annahm, aber dennoch, als der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn kam, er die Mission dann begann, die der Vater ihm auferlegt hat. Genau, das ist ja der dreieinige Gott. Genau, der dreieinige Gott, dass der Sohn Mensch wurde. Nicht der Vater wurde Mensch, nicht der Heilige Geist wurde Mensch, der Sohn wurde Mensch, Gott der Sohn. Die drei Hypostasen. Er wurde Mensch und lebte ein makelloses, heiliges, perfektes Leben und nur ein sündloses Wesen, wie der Herr Jesus Christus. Der kam ja als sündloser Mensch hier auf diese Erde, der keine Sünde kannte. Und dann wurde er zur Sünde gemacht. Dann musst du mal bitte 2. Korinther, Kapitel 5, Abvers, lass mich nicht lügen, 17 oder 18, glaube ich, war das. 18, musst du dann lesen. Okay. Genau, er kam ja als Wort Gottes auf die Werte. Als Wort Gottes, sündlos, heilig, perfekt, makellos, rein. Der Lamm Gottes hat ja mehrere Titel. Lamm Gottes, Sohn des Menschen, Gottes Sohn, Hohepriester, Prophet, der Jesus Christus verkörpert, der alles in einem, alles, was die Propheten geschrieben haben, über den Messias, dass der Gott, der Allmächtige, selbst auf diese Erde kommt, in Form eines Menschen, hat sich in Jesus Christus erfüllt. Und Jesaja 53, Jesaja 53, an der Kreuzigung haben wir gesehen, dass der Messias alle Sünden der Welt auf ihn geladen wurde. Ja, das war meine Frage eigentlich. Ich wollte nur, dass du da vielleicht ein paar Leute aufklärst. Das ist ja auch ein Ding, was Muslime gerne sagen. Wie kann Jesus Gott sein, wenn er als Mensch auf die Welt kam? Weil Gott ist ja oben und weiß ja, was für Geschwätz da immer rauskommt. Das musst du dir mal fragen. Die Muslime sagen, keine lasttragende Seele trägt die Last einer anderen. Wenn wir den Vers mal näher betrachten, dann sagen wir Amen. Genau, keine lasttragende Seele kann die Last einer anderen tragen. Hatte der Herr Jesus Christus Last und Sünde? Nee, der war ja sündenlos. Haha, genau. Guck mal, wie Allah, wie der die Frage formuliert. Siehst du, wie unwissend dieses Wesen ist? Damit will er sagen, ja, jemand, der nicht gesündigt hat, der kann die Last einer anderen tragen. Ja. Keine lasttragende Seele kann ja die Last einer anderen tragen. Richtig. Aber der Jesus Christus war ja sündlos. Deswegen, warum musste der Herr Jesus, also ich sage, sündlos sein? Warum? Ja, weil er ja die Sünden für uns getragen hat. So sieht es aus. Aber warum musste der Isa aus dem Koran sündlos sein? Was für einen Sinn hat das denn? Was für eine Weisheit steckt denn dahinter? Warum muss er nicht als Kind vorgeboren werden? Warum muss er sündlos sein? Warum ist er der Messias? Ja, das ist alles irgendwie seltsam. In Isaiah, da habe ich ja den Isa ein paar Jahren und die ganzen Leute habe ich ja demoliert bei der Debatte, wo ich gesagt habe, die Qumran-Rollen wurden gefunden, die Jesaja, was zwar auf 200 vor Christus datiert ist, nach der Radio Carbon-Datierung. Und das wird unseren Bibelübersetzung übereinstimmt, unserem Jesaja-Text, unserer Bibel. Und in Jesaja 47 steht, denn dies ist das Zeichen vom Herrn, dass die Jungfrau schwanger wird und ein Kind gebärt und sein Name wird sein Immanuel, Gott mit uns. Warum? Weil der Herr selber durch Prophet Jesaja sagt in Jesaja Kapitel 9, Vers 5, denn uns ist ein Kind gegeben, ein Sohn ist uns geschenkt und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nannte seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Siehst du? Genau. Somit hat der Gott der Bibel Allahs Bein so zertrümmert und allen eine Ohrfeige verpasst, geistig gesehen, die behaupten, dass die Bibel verfälscht war. Somit habe ich vor 2000 Menschen, vor 2000 Muslime, da waren ja mehr als Muslime drin als mehr als Christen, habe ich den Islam ruiniert und den Boden unter den Füßen weggezogen. Das macht mir Herr Jesus Christus, dass er mich da reinlässt, vor 2000 Leuten das sagt, damit die Leute selbst auf die Suche gehen und sagen, ja, Amir hat absolut recht, das ist ja der Wahnsinn. Und da hat sich einer mal schlau gemacht, hat er gesagt, ich habe das mal alles in KI eingegeben, ChatGBT, was es auf sich hat mit den Qumran-Rollen, hat er geschrieben, Amir hat recht. Geistige Ohrfeige verpasst, hast du gesehen, wie der Manuel reagiert hat? Ola, tu den raus, Groß, du bist unterwegs. Ola hat Ohrfeige bekommen. Ja, das macht vorliegend. Ich habe euch vor 2000 Leuten, da habe ich euch den Boden unter den Füßen weggezogen, ihr Kleinen. So einfach geht das, und jetzt sind die total außer sich, die sind vor Wut am Kochen. Wie kann das sein? Wie konnte der Ex-Bus denn da reinkommen? Wie könnt ihr den reinlassen? Seid ihr bekloppt, seid ihr wahnsinnig? Ja, das macht der Herr Jesus Christus, weil der ein Anliegen hat, dass eure Seelen nicht verloren gehen, damit ihr auch keine Entschuldigung habt am Tage der Auferstehung, dass ihr sagt, dass seine Worte verfälscht. So einfach. Nein, nein, nein. Du bist ja, ganz kurz, du bist ja Ex-Muslim, seit wann eigentlich, wenn ich fragen darf, ich habe dich jetzt nicht so lange verfolgt, weil ich finde es schön, dass du das gemacht hast und dich so informiert hast über die Religion und alles. Ja, natürlich. Meine Beispiele sind ja zigtausende gefolgt, das ist auch gut so. Das ist so untervoll. Geprieße sein, der Herr Jesus Christus. Amen. In alle Ewigkeiten. Amen. Ja, vor über zehn Jahren fing das Ganze an, elf, zwölf Jahre fing das an, wo ich mich komplett damit auseinandergesetzt habe. Und dann habe ich so meine Monate und fast Jahre dafür gebraucht, um mir sicher zu sein, dass der Islam Quatsch ist. Und dann fängst du damit an, von morgens bis abends sich damit zu beschäftigen, weil das so ein Thema war, was mir sehr nahe ging. Ich wollte herausfinden, was passiert mit meiner Seele? Wohin geht sie denn nach dem Tod? Und das sind ja die Fragen, die der Herr uns in die Ewigkeit reingelegt hat. So heißt es ja auch in Prediger müsste es sein, ne? Prediger, wer weiß noch, wo das steht, dass der Herr uns das in die Ewigkeit gelegt hat, dass wir diese Suche nach Gott haben, dieses Verlangen nach Gott. Prediger 5 müsste es sein, glaube ich, ne? Ich kann leider jetzt nicht nachschauen, aber... Warte, ich schau nach, das ist ja hundertprozentig Prediger. Gott hat uns das in die Ewigkeit reingelegt. Die Ewigkeit in unserem Herzen. Warte. Prediger 3, Vers 11 steht da. Ja, 3, Vers 11, ja, sehr gut, siehst du? Habe ich doch recht gehabt, Prediger. Ja. Prediger, Kapitel 3, Vers 11, wir schauen mal nach. Wir wollen das immer prüfen, nicht, dass wir einfach irgendeinen Quatsch erzählen. Prediger, Kapitel 3, Vers 11. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang an bis zum Ende ergründen kann. Siehst du? So sieht es aus. Er hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt, sodass wir auch auf die Suche gehen nach Gott. Jeder Mensch stellt sich einmal die Frage in seinem Leben, ob er der übelste Atheist ist oder nicht, aber er kommt im Büro mit Gott. Und entweder er lehnt Gott ab oder er will herausfinden, was es auf sich hat mit der Bibel, Koran und Religion und, und, und. Ja, und wenn du dann durch diesen ganzen Wald dich durchkämpfst, durch die ganzen Büsche und alles Mögliche, da siehst du ja vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, was der Satan angerichtet hat mit Religionen. Und so sagt es ja auch die Heilige Schrift in 2. Korinther 4, 4. Hast du die Bibel zur Hand? Ich, nee, gerade nicht. Nee, ich bin gerade nicht in Deutschland, deswegen habe ich hier keine Bibel. Ja, so eine Bibel musst du dir überhaupt zur Hand nehmen, ob du in Deutschland bist oder egal, wo du auf der Welt bist. Nee, also ich bin jetzt gerade erst richtig, wieder richtig so, ich bin zwar schon mein Leben lang Christ, aber jetzt gerade bin ich wieder richtig so, dass ich meine Religion richtig auslebe, dass ich jeden Tag bete und so. Davor habe ich das ja also vernachlässigt, ich bin auch noch sehr jung, weißt du. Ah, okay. War das durch meine Sachen, die ich getan habe, oder wie bist du zum Glauben? Nee, also ich habe deine Videos auch so gesehen auf TikTok, deswegen bin ich jetzt auch reingekommen, folgt den, hört dir gern zu. Aber nee, ich habe einfach gerade eine schwierige Zeit und habe jetzt angefangen zu beten, auch, dass es vielleicht ein bisschen besser wird, aber habe auch durch diese schwierige Zeit mehr zu Gott gefunden. So, weißt du. Weil, aber ich werde natürlich nicht, wenn es besser wird, werde ich dann nicht. Hast du deine Knie vor dem Herrn Jesus Christus gebeugt, deine Schuld bereut und Buße getan? Ja, ja, habe ich. Ich habe auch nachts gebetet. Also, ich bete jede Nacht auch richtig. Würde? Ich habe gesagt, die Wiedergeburt ist der Schlüssel zur Vergebung deiner Schuld, ne? Ja. Wenn der Herr sagt, dass jemand nicht von Neuem geboren ist, so kann er das Reich Gottes nicht erben. Muss aus dem Geiste Gottes neu geboren werden. Der Alte, äh, ich weiß ja nicht, wie du heißen, so gut, oder wie du dich hinhennst. Äh. Dein altes Ich muss abstimmen und das Neue muss geboren werden. Da muss eine Veränderung in deinem Leben stattfinden. Äh, ja, ich habe mich auch schon verändert, weil ich, äh, wenn ich jetzt ganz offen und ehrlich zu dir sein kann, äh, war ich nämlich jetzt vor mehr als einem halben Jahr, war ich drogenabhängig. Ich habe, ähm, geraucht. Ich habe alles gemacht und ich habe das jetzt alles auch aufgehört. Ich habe jetzt wirklich konstant, ich habe nicht einmal mehr irgendwas genommen. Also, es war nur Rauchen, wenn du verstehst, was ich meine. Rauchen und Rauchen. Ja, ja, sehr gut. Äh, ich habe damit komplett aufgehört, weil ich einfach rein in das Leben bin. Sehr gut. Siehst du, der Sohn, der macht dich frei. Weil ich jetzt auch rein sein will. Ich möchte, ich, wirklich von allem Schlechten mich fernhalten. Ich habe auch nur ein, zwei Freunde, von denen ich weiß, okay, die sind auch wirklich Leute, mit denen ich mich gut, äh, gut umgeben kann, die nicht einen schlechten Einfluss auf mich und meine, meine Seele, kann man so sagen, haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn ich einfach etwas ändere, vielleicht wird einfach für mich, dass ich rein in mir selber bin. Ja. Ja, okay, also du hast auf jeden Fall deine Schuld vor dem Herrn Jesus Christus bereut, ne, in einem Gebet, ne? Ja, genau. Mehrmals, mehrmals. Also auch, ich habe auch vor Jesus Christus geweint, da bin ich ehrlich. Ich will dir mal was vorlesen aus 2. Korinther 4, 4. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das herrliche Licht des Evangeliums des Jesus Christus nicht aufgeht, welcher Gottes Ebenbild ist. Halleluja. Jesus ist Gottes Ebenbild. Na, weißt du, dass der Gott dieser Weltzeit die Sinne der Menschen verblendet hat, so dass ihnen das herrliche Licht des Evangeliums nicht aufgeht? Ja. Wir wurden ja auch alle nach dem Bild Gottes geschaffen, von dem her. Ja, aber der Herr Jesus Christus ist derjenige, der uns Gott nähergezeigt hat, ne? Gott nähergebracht hat, ne? Ja. Deswegen ist er ja Gott mit uns, Immanuel ist ja sein Name. Einer seiner Titel, Gott mit uns, Immanuel. Wenn es okay ist, habe ich noch eine Frage, wenn es für dich passt. Ja. Es geht um den Islam allgemein. Es gibt ja, ich weiß nicht 100 Prozent, ob das stimmt, ich habe das jetzt mal auch irgendwo aufgefangen. Es steht ja irgendwo im Koran, ich habe auch keine Verse, gar nichts, okay? Aber nur dieses eine Ding. Da steht ja im Koran im Namen Allas, ne? Oder im Namen von Allah, ich weiß es nicht ganz genau. Und wenn man das aus dem Original übersetzt mit den griechischen Zahlen, sollte es die Nummer 666 geben. Wenn man genau das mit den griechischen Zahlen vergleicht, diese Schrift, die da geschrieben ist. Ich weiß nicht, was für eine Schrift das ist, oder was ist das? Also du meinst Allah, der arabische Name für Allah. Ich glaube, ich kann mal kurz gucken, ob ich hier so ein Bild habe. Warte. Ich hatte da so ein Bild davon, wo das gut veranschaulicht war. Ja, der Walid Chobeit hat das damals in Umlauf gebracht, als er gezeigt hat, dass dieses 666 im griechischen dieses Exzess ist. Das sind die zwei gekreuzten Schwerter von Saudi-Arabien. Und wenn du Allah um 90 Grad drehst, dann sieht man, dass eigentlich eine Zahl rauskommt, ne? Wenn du das alles kombinierst. Und das ist dann 666, ein Exzess im griechischen. So sieht man das hier? Warte. Ungefähr so. Ich glaube, man sieht es nicht ganz, aber... Ja, genau, da ist es. Kann man das hier irgendwie breiter machen? Ja, da ist es. Ich weiß nicht, ob man es ganz sieht, aber ich kriege es nicht besser hin. Eine Sekunde. Ja, so sieht man es vielleicht einigermaßen. Ja, wir kennen das, mein Lieber. Was sagst du dazu? Ja, ich kenne das, ne? Ich kenne das. Das ist natürlich eine Theorie von anderen Theorien, ne? Die dafür sprechen, ne? Ja. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, mein Bruder. Pass auf dich auf. Okay, ciao. Ciao, ciao. Ich kenne mich nicht. Hallo? Hallo? Hältst du Englisch? Ja. Ja? Ich versuche mein Best. Okay, du bist ein Ex-Muslim, nicht wahr? Right. Ja, so do you think the Quran is from Satan? Yes, because Allah said so in Surat Maida. All right, all right, all right. Yes, yes, let me use the Bible. I will use the Bible. All right, use the Bible. You got the Bible? Do you got the Bible? Yeah, I had the Bible here. All right, open up Matthew chapter 12 verse 26. It says if Satan, yes, if Satan is divided, if Satan casts out himself, then his kingdom cannot stand. Yeah. All right. What have to do with it? No, 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 wait, wait. Now we will go to Surah, Surah 113. Surah 113 is casting out Satan. So Satan, his own book is casting out Satan. So explain me. No, no, no. Explain me how Satan's kingdom isn't fallen in Quran. Are you stupid or what's wrong with you? All right, tell me. Are you serious? Are you serious? Yes, I'm serious. Matthew 12 chapter, Matthew 12 26 says, if Satan is cast, cast out himself, his kingdom cannot stand. Now explain me how Surah 113, his own book, Satan. It's Surah, Surah 113 is the PNES of Muhammad. You worship the PNES of Muhammad. Again, again, again. John chapter 8. Yes, yes. I will explain you. I will explain you. All right. So if you're saying, wait, wait. Can you open for us Tafsir Ibn Abbas for Surah 113, please? I know the Surah out of my head. I know the explanation. But look at the first two ayahs. No, wait, wait. Look at the first two ayahs. The first two ayahs. What does it say? Read the first two ayahs only. Yeah, read it for us. No, you say it. No, you add it in your mind. Read it for us. All right. All right. So this says, this says, this is, we got to translate this word, Lord, Lord. We're going to translate this to Satan. Because you said in your life, Allah is Satan. Yes, because he said so. All right. All right. All right. All right. Oh, Satan. Oh, Satan. Oh, it was about. Oh, Satan. Protect me from your evil. It says, it says, oh, Satan. Protect me from your evil. Hello, madam. Madam. Do you listen to me? Can I explain why I say, say, Allah is said? Yes, but I can prove you, but that's for another time. No, 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 no. It's Muslim. Don't run. Don't run. No, no, no. I'm not running. I'm here. I'm not running. I'm not running. You can use Al-Ikrimbitch. Do you know what is Al-Ikrimbitch? What is that, bro? Do you know what is Al-Ikrimbitch? Your Ibn Al-Khaym said in his book. What are you talking about? Yes, Al-Ikrimbitch. It is a P-N-E-S. You can put it in your... You know what I mean. I don't can say this word here. What are you yapping, bro? I don't care about that. Again. No, no, no. Wait, wait. Where are you running? You're running like a dog. You're running like a dog. No, shut up. Shut up. Shut up. Huh? Dog is in heaven of Allah in Surah 53, Ayah 1. Tafsir al-Tabari. I don't... Bro, do you think I memorize all Quran again? Let's see on this topic? No, you can open your Quran. No, no, wait. Ya Hayawan. Don't run from this topic. You're running. You're running. Why are you running? To this guy who married a six-year-old child. Why are you running? Why are you running? Why are you running? I'm here. Why are you running? No, you're changing. You're changing topic. Bro, are you dumb? No, I don't change the topic. Can I give you my proof? No. Again, again, again. I'm disapproving you. No, wait. I'm disapproving you with Bible that the Quran is not from Satan. Can I give you my proof? Hello. Do you listen to me? Are you gay? What did I sing for you? You gay? Open for me chapter 5 verse 14 and chapter 5 verse 91. What does it say? And compare the two passages. What does it say? Allah said, I will spread hate and enmity to all people. And Satan wants to do the same thing in surah 5 verse 91. Alright, you're an idiot. Because if you're an ex-Muslim, you should have known this. Because Allah is testing every human being. If we look at Bible, if we look at... No, no. You're an idiot. Isaiah, Isaiah, Isaiah chapter 45 verse 7. It says God created light and dark. Are you an idiot? Please, please. Don't insult me. No, no, no. You're an idiot. Because look at Isaiah. Isaiah, no, no, no. No, no, no. You're an idiot. Wallah, you're an hyewan. Look at Isaiah, Isaiah 45 verse 7. Please open the Quran, please. I did. I did. I agree with it. Wanna know why? No, no, no. Chapter 5. I'll buy that. Chapter 5. No, no. Shut up. Shut up. Shut up. Hey, hey, hey. Why are you outside the pub Bhag... Wow. Why do you inside the pub jeans? Shut up. He's like. Ever to me. Once was. What. What a girl, he. Once. When. Is that a man, he. If he's like. Whoa. What.. What a man? What a girl, he's like. On your head, he's like. Good. Muslim. Do you have some Alekrimwitsch in your face? I give it to you, Alekrimwitsch. Give it to me baby, nice and slow. Na 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 na, in a rodeo. Ist die immer noch online? Ist die immer noch dabei? Ja, ja, die ist hier. Okay, so let me speak now. Just tell me, Mohamed is a big prophet, is that right? Yes. So if Mohamed is a big prophet, then tell me how Mohamed says, Wait, talk one by one. I know, I know you want to bother. How will an unbeliever die? Excuse me, don't bother. Wait, wait, wait. No, you're screaming. Let's go away how he was died. And Mohamed is not, not reading, not, not writing. So who is writing the Koran? Please tell me. If Mohamed was writing the Koran, he can't wait because he was not able to write. And not being able to speak. Yes, yes. So that's a lie. And you are in the lie. Okay, because you are in the lie. Because Mohamed is in the lie. All right, Dickie, 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 Dickie. And someone who is a unbeliever, how he will die. And Mohamed is dying in the same way. So stop it. I said, wait, don't tell me. Why are you screaming like a dog? That's all. Give it. All right, shut up, shut up. Wait. Alk, be quiet, be quiet. Don't bark like a dog. Wait, 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 wait. Don't bark. Hello? Don't insult. Oh God. All right, Dickie, Dickie, you said, you said, you didn't read Koran. Wait, wait, let me explain. Something is a lie. I have to tell it to you. Because you are in the wrong way. On the way, it's okay, I stop now. Dickie, Dick, let me tell you. No, no, let me tell you. Let me tell you. Again, like I said, like I said, like I said, I'm gonna explain this but not bark. Wait, don't let me tell you first. All right. So if you read the Koran, we know both, this is the uncreated word of allah and he send it down he sent it down to muhammad salli wassalam nobody said it was written down how many uncreated what do you say no no shut up shut up let me talk to the qiran is uncreated you have two uncreated things all right all right let me let me debunk you let me debunk you Ich habe einen Schaumbuch. Let me tell you. No, 3 Sekunden. Again. Fatwa. Fatwa. I will debunk your point about the two gods. Because uncreated Koran and God. Two uncreated. I will debunk you. Mohammed. Don't go on another page. Shut up. Shut up. Stay on that what I said. Because you are going on the side just like a snake. Sorry. Raus. Raus. What's wrong with you? Your Eben Taimiyah said you can marry babies. Is that okay? Can you tell me something from Eben Taimiyah? What's wrong with you? Hey? Is that from Eben Taimiyah? Yes. It is from Eben Taimiyah. He says you can marry babies. What a joke, girl. What's wrong with this? With this? With this woman? My brother is also another. Reza. He looks at her from the outside. He's crazy. Reza. Rats. 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 Not yet. Rats. Rats. You had the most speaking speech. Was it was in the beginning? Is it Arabic or English? Ich habe keine Ahnung, das ist sehr, sehr schlimm, sehr, sehr schlimm. Don't run! Don't run! Open the Bible! Open the Bible! Don't run! Open the Bible! Meine, was für ein Lieblings. Wie ist die neue John Dark, der Muskele? Jetzt die ganze Apolybid. Wer war das? War die mit Hansi verwandt, oder was war das? Ich weiß es nicht, aber sie hat sich so angehört, als ob sie sich so ein bisschen vorbereitet hat. Und jetzt so gegen die Apologen zu merken gehen müsste. Ja. Ja, sie wollte damit sagen, Matthäus 12, dass der Herr mit dem Heiligen Geist das ausgetrieben hat, diese ganzen Sachen. Ja. So kann Satan sich nicht mit sich selbst austreiben. Ja. Aber das ist ein ganz anderer Kontext. Das genau. Was der Herr Jesus da meint, ist eben, weil die Juden dem Herr Jesus vorgeworfen hat, dass er selber ein Dämon hat. Johannes 8 zum Beispiel. Da sprechen die Juden, du hast einen Dämon. Ja. Und dann sagt er aber, wie, wenn ich die Dämonen austreibe, mit welcher Kraft mache ich das? Er kann doch nicht Satan, Satan austreiben. Ja. Ja. Und das bezieht sich auf den Herrn Jesus Christus, weil sie den Herrn Jesus als Satan betitelt haben. Aber der Allah ist der Satan. Der ist der Satan, der die Leute sozusagen besetzt. Ja, deswegen wollte ich ja, dass die Sura 5 Vers 14 aufsteckt und das Ganze vergleicht mit, ähm, hier, Sura 5 Vers 91, als Allah sagte, ich werde Hass und Zwietrat durch den Menschen stiften. Und dann sagte er, Satan, ich werde Hass und Zwietrat durch den Menschen stiften. Ja, wer denn jetzt? Allah oder Satan? Das Thema gewesen. Oh, danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Er hat das bezogen auf Allah. Ja, Allah, Satan, die kann er alle austreiben. Aber sowas gibt es ja im Koran. Das ist auf den Herrn Jesus bezogen. Ja. Der Herr Jesus hat alle ausgetrieben aus den Menschen. Das ist das, was sie nicht begreifen, ne? Aber trotzdem ganz, ganz lügel auf die, wie die geredet hat, wie die immer beleidigt hat, ne? Die ich und die ganzen Leute. Ganz, ganz lügel. Danke. Sehr hoch. Aber war sehr lustig, der Akzent war brutal, ne? Ja. Die Akzent hat mir gerade den Rest gegeben. Ich komme gleich wieder. Ich war nur am Lachen bei dem Akzent, wenn man so einen brutalen Akzent gab. Genial. Das ist das Problem. Viele Menschen haben mehr Gehirn, also haben mehr Selbstbewusstsein als Gehirn. Ja? Die kann nicht richtig Englisch fein, sauber sprechen, ohne Akzent, aber will Debatten führen auf Englisch. Versteht ihr, was ich meine? So, wir haben die. Haben die hat auch mehr Hochmut, mehr Arroganz als Gehirn. Der kann nicht eins als Deutsch, aber geht in deutschsprachige Räume und will dann auf Deutsch debattieren. Ein normaler Mensch, der sich selbst reflektiert, der wird sagen, Moment mal, ich kann ja gar nicht so richtig Deutsch. Ich würde mich ja nur peinlich machen vor den anderen Leuten, wenn ich in eine Debatte gehe. Also lerne ich erstmal gut Deutsch, versuche an meiner Aussprache zu arbeiten, an meinem Wortschatz zu arbeiten und dann gehe ich in eine Debatte rein. Aber nein, die gehen sofort in eine Debatte rein und sagen, hey, komm her. Das ist also, wenn mehr Stolz und Hochmut da ist als Gehirn. Ja, das betrifft diese ganze Dauerwand. Ja. Viele Menschen, die sehr selbstbewusst sind, haben kein Gehirn. Nochmal? Ja. Ganz, ganz vorne ist der Typ mit gefärbten Bereichen. Gefärbte Schamhafen. Hat er die Gelb gefärbt? Ja, dann wäre er ein richtiger Muster, aber so nehme ich den nicht ernst. Wenn er gelbe Haare hat, der Typ, dann nehme ich den ernst. Dann sage ich, Bro, der ist heftig. Der steht zu seinem Profil. Wenn er am Ende wüsste, dass der Mohamed komplett gelb gefärbt war und alles gelb anhatte. Wenn er das wüsste. Ja, das ist natürlich brutal. Eine Frau, muss man sich vorstellen, wie selbstbewusst eine Frau ist. Die ist als selbstbewusster als 99% der Muslime, wie die geredet hat hier. Als, oh, ich sag dir jetzt, was abgeht. So, richtige Ramboletta. Rambolina. Wenn er wüsste, was in der Scharia, überhaupt für eine Frau, die ihren Mund so weit aufmacht, so ganz frech, so. Wenn er nur wüsste, was ihre eigene Religion mit der tun würde, dann würde die nicht mehr so große Töne spucken. Ganz hart. Ganz hart. Aber das ist das, ne? Das Selbstbewusstsein ist auf 100, das Gehirn ist auf 0. 0. Ramboletta richtig. Ramboletta Ramboletta yo leht da 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 kein letter weh ganas why are you running hier Most Leafs why are you running Why are you running indifferent und er hat eigentlich Arabisch gesprochen aber kein Englisch Heftig, heftig, heftig. Aber so ist das leider. Diese Welt ist voll von Menschen ohne Gehirn, aber große Hochmut. Das ist leider so. Das ist eine Welt geschaffen von Sündern, die hochmütig sind. Shut up, shut up, sagt die ganze Zeit. Dankeschön. Ramboletta, Ramboletta, Ramboletta. Let me talk, 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 talk. Let me talk, talk, let me talk, talk. I'm running, run, run, talk, talk. Hallo, Gottes reichen Segen. Ich hatte mal eine Frage. Und zwar sehe ich leider unter den christlichen Geschwistern momentan sehr viele Livestreams bezüglich, ja, wir müssen die AfD wählen und so. Und ich wollte mal eure Meinung dazu hören, weil, also ich bin der Meinung, wir gehören ja nicht zu dieser Welt. Die Politiker sind eh alle korrupt. Und ich, also ich bin der Meinung, am besten für Christen ist es die Stimme ungültig zu machen bei den Wahlen. Aber ich weiß ja nicht, ob ihr vielleicht da eine bessere Partei kennt, die vielleicht christliche Werte vertritt. Ich weiß nicht. Nein, du hast das schon genau selber gut gesagt. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Der Herr Jesus hat uns aus dieser Welt herausbekommen. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Und unser Bürgertum ist im Himmel. Von wo aus auch wir den Herrn Jesus erwarten. Also wir sind ja dieser Welt abgestorben, sagt der Apostel Paulus, ja, in Galater 6. Ich bin der Welt gekreuzigt und die Welt mir. Ja, das versuche ich denen ja auch so klar zu machen. Weil die sind alle korrupt und die haben alle gefühlt mit Jesus gar nichts zu tun. Die werden den Antichristen nicht aufhalten. Die werden den dritten Tempelbau nicht aufhalten. Gar nichts werden die aufhalten. Und wir haben mit denen ja nichts gemeinsam. Und für mich ist es so geworden, mir ist es so mäßig egal geworden, was auf der Welt passiert. Weil was soll Schlimmeres passieren, als dass ich sterbe? So versteht ihr, wie ich meine? Dann gehe ich ja eh nach Hause. Ja, genau. Vor allen Dingen, weil wir auch entrückt werden in den Himmel. Und die Ereignisse, die auf der Erde sich ja überstürzen werden und ins Chaos übergehen werden. Und der Herr will ja die Menschen demnächst durch die apokalyptischen Gerichte, das Buch der Offenbarung, ab Kapitel 6, beginnen ja die Zornesgerichte Gottes auf die Menschen, auf die gesamte Erde. Aber hauptsächlich Europa, der Westen, Amerika, Europa, Australien und so weiter, die westlichen Nationen. Da fokussiert sich der Zorn Gottes am meisten. Und wenn Gott doch vorhat, die ganze Welt zu zerschmettern, Was willst du hier dann noch einen Asylanten raushalten aus Deutschland? Außerdem haben wir einen ganz anderen Auftrag als die Regierung. Die Regierung will solche Menschen gar nicht haben, aber wir sind ja nicht so. Ja, wenn Leute zu uns kommen, ich meine, wir waren Christen, die Wiedergeborenen, die brauchen Christen. Wir müssen Menschen aufnehmen, sie versorgen, sie speisen. Wir haben einen ganz anderen Auftrag als die Regierung. Die Regierung sind nicht wiedergeborene Christen. Wir haben den Auftrag, unsere Feinde zu tun. Die Regierung muss alles daran zu tun, Feinde aus dem Land zu halten. Also das ist genau das diametral entgegengesetzte Gebot. Wir sind das Gegenteil von der Welt. Absolut. Wenn du nicht aber das Gegenteil von der Welt bist. Wenn du mit der Welt mitgehst, dann stimmt was mit deiner Bekehrung nicht. Amen. Wenn du dich mit der Welt eins machst. Amen. Das sagt auch das Wort Gottes Jakobus 4, Vers 4. Ja. Ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt, also Freundschaft mit AfD, Feindschaft zu Gott ist? Das heißt, das sind Feinde Gottes. So radikal musst du es mal sehen. Ja. Oder du willst ein Freund Gottes sein, dann musst du Feind der Welt sein. Andersrum. Das Gegenteil. Willst du ein Freund Gottes sein nach Jakobus 4, Vers 4, musst du Feind der Welt sein. Ja. Also Feind meine ich nicht, dass du jetzt da reingehst und die Leute bekämpfst. Nein. Aber du musst absolut Cut machen mit der Welt. Mit der Sünderwelt. Amen. So bist du gar nicht wiedergeboren. Amen. Das Ding ist halt, das Ding ist halt auch, also ich sehe die AfD als besonders gefährlich auch, weil für mich scheint das alles so wie so eine Manipulationsstrategie. Also absichtlich das ansprechen, was die Deutschen stört, um die Stimmen zu bekommen. Aber die Leute sympathisieren halt mit der Alice Weidel. Aber ich bin mir eigentlich fast sicher, dass wenn die AfD gewinnt, die zurücktreten wird und dann dieser Typ, ich weiß seinen Namen jetzt gerade nicht, er dann an die Macht kommt und dann richtig radikale Sachen macht. Also und das ist ja mit unserer christlichen Ideologie, ich weiß nicht wie ich es gerade nennen soll, ist das ja gar nicht vertretbar. Nein. Der Herr Jesus hat auch einen ganz anderen Auftrag gegeben als die Welt. Ja. Wir müssen die Feinde lieben, wenn ein Asylant zu dir kommt und von dir Speise haben will. Sagst du, ey geh raus, ich will dich nicht, ich will AfD und euch rausschmeißen. Das passt ja gar nicht zusammen. Ja. Wir haben einen ganz anderen Auftrag, die Welt hat einen ganz anderen Auftrag. Und die sind diametral entgegengesetzt. Amen. Gegeneinander. Und wenn du aber trotzdem mit der Welt bist, dann kannst du nicht ein Diener des Herrn sein. Ja. Viele christliche Geschwister verstehen mich da leider nicht. Weil für die kommt es so rüber, als wäre mir alles egal ausgestellt. Aber ist es halt auch irgendwie auch. Weil wir ja, wie gesagt, ich bin der Welt hier abgestorben. Es ist eh alles vorgeschrieben. Also meiner Meinung nach kann die Entrückung auch jederzeit schon stattfinden. Weil, wie gesagt, ich glaube ihr habt das ja auch mitbekommen mit den roten Kühen und dritter Tempelbau und so weiter. Ja. Das dauert ja alles nicht mehr lange. Also eigentlich kann die Entrückung jede Sekunde losgehen. Passiert. Ja klar. Was willst du denn noch hier AfD wählen? Ja. Wenn wir doch nächste Woche entrückt werden, was willst du AfD wählen? Ja genau. Das ist es wirklich. Außerdem, wenn du die AfD willst, weißt du was du wählst? Du wählst Feindschaft gegenüber Menschen. Ja. Die zum Beispiel hier flüchten vor Krieg, um sich in Sicherheit zu bringen. Okay, natürlich kommen auch Terroristen mit rein. Aber selbst die hat man doch zu lieben, hat der Herr doch gesagt. War der Apostel Paulus nicht ein Terrorist, der die Christen getötet hat? Ja. War er doch. Der hat doch die Gemeinde getötet. Ja, richtig krass. Wie der dann umgekehrt ist. Ja. Und so ist es auch unser Auftrag, unser Feindes zu lieben, weil unter dem vielleicht wieder einer ist, der zum Beispiel die Apostel Paulus sich bekehrt. Dann siehst du, dass unser Vorhaben, ich meine mit unser immer, die wiedergeborenen Christen, die Braut Christi, ist was ganz anderes als das, was die Welt vorhat. Die Welt wird bald gerichtet werden. Wie aber wird errettet werden durch die Entrückung? Was willst du denn hier eine Blume retten, die Umwelt retten, wenn doch die Welt durch den Herrn Jesus bald zerschlagen wird? Die wollen Apokalypse aufweiten. Mit AfD und Trump. Das ist so Quatsch. Das kannst du keinem erzählen. Das wusste ich doch jemals. Wenn du zum Beispiel von Neuem geboren bist und dich mit der Bibel beschäftigt, dann weißt du doch, dass der Herr zum Beispiel sein untreues Volk selbst zerschlagen hat. Weil der Herr ja gerecht und fair ist. Wenn also Israel missgebaut hat, hat doch Gott umliegende Völker benutzt, um Israel zu strafen. Und genauso das macht er mit Deutschland. Und deswegen lässt er auch die ganze Muslime hier rein. Natürlich. Der Jesus spricht auch von einem guten Weltkrieg. Das sind also Leute, meine Liebe, um es nochmal zu verkürzen, das sind Leute, die nicht wiedergeboren sind. Wie sowas tun. Leider, leider. Das ist traurig. Das ist traurig, weil sie glauben an Jesus, aber die Wiedergeburt fehlt. Die sind nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und das ist so traurig. Sie gehen davon aus, dass jeder Gläubige auch wahrhaftig ist. Aber der Herr Jesus macht einen Unterschied. Der differenzierte Herr. In Markus 4 von einem vierfachen Ackerfeld, da spricht der Herr Jesus von einem Fall, wo sie glauben zwar, aber sie fallen auch wieder ab. Also sie glauben, sie sind wirklich Gläubige. Aber sie sind nicht wiedergeboren. Sie fallen ab, später sagt der Herr. Ja. So wie bei den Pharisäern eigentlich. Ja. Genau. Ja. Also es gibt ein Glaube, der rettet und es gibt ein Glaube, der nicht rettet. Und das ist das große, aber das zu unterscheiden. Herr Reza, ich habe gestern so schlimme Sachen gehört. Also wirklich, ich will jetzt nicht gegen die anderen Konfessionen und so schießen. Aber erstens Thema Fegefeuer, wir müssen erstmal bereinigt werden. Zweitens dann, dass alle nicht getauften Kinder nicht errettet sind. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Also was ist das für ein Schwachsinn? Ja, das ist Katholizismus oder Orthodoxie. Ja, das war ein Katholisches. Aber das hat mich richtig sauer gemacht. Ich musste dann rausgehen. Also zu sagen, dass ungetaufte Kinder nicht gerettet sind, also das ist richtig schlimm. Ja. Und das sind halt die Ehelehren der Großkirchen. Auch die evangelische Kirche, die taufte auch Babys. Ja, ich wurde auch evangelisch getauft als Baby tatsächlich. Ja, weil Luther war ja eigentlich ein Katholik. Die Weiße verstehst du nicht, dass Luther eigentlich gar kein Reform... Also er war schon Reformator, aber er war ja nicht der Führer der Protestanten. Der wollte nie die katholische Kirche weg haben. Der wollte einfach Katholik bleiben, nur ein paar Dinge ändern. Mehr nicht. Und so ist es heute mit den Ehelehren der evangelischen Kirche, dass sie zum Beispiel Babys taufen. Das ist eine ganz große Kirche. Ich habe gestern wieder ein Video gesehen, wie ein evangelischer Pfarrer zwei Männer in der Kirche getauft hat. Das sind ja nicht nur die katholische Kirche, sondern auch die evangelische Kirche. Die evangelische Kirche ist genauso verloren. Ist vorbei. Also ich komme aus einer Großstadt und hier hängen an den Kirchen überall Regenbogenflacken. Ja, das ist heftig. Da siehst du mal, wie der Satan, was für eine Macht er besitzt. Ist krass. Wenn er die ganze Großkirche sofort eingenommen hat. Wahnsinn, ne? Ja. Vor allen Dingen, man merkt schon, dass diese Regenbogenflacke auch total satanisch ist. Weil der Regenbogen, den uns Gott als Zeichen geschenkt hat, der hat ja sieben Farben. Und sieben steht ja für Vollkommenheit. Und der Ex-Petitie-Regenbogen, der hat sechs Farben. Und ja, sechs, 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 das ist ja Teufel. Ja, genau. Ja. Das ist eigentlich offensichtlich. Die LGBTQ wird ja auch von Satanisten geführt. Die Führer der Bewegung sind Satanisten. Sie sind in satanischen Logen aktiv. Zum Beispiel, ganz, ganz stark wird die LGBTQ-Szene in Amerika von Satanic Temple, die Gruppe, geführt. Kass. Kennst du die Satanic Temple? Nein, nein. Die sind sehr aktiv. Und die bestehen aus Homosexueller, diese Satanisten. Satanic Temple heißen die. Das Ding ist, bevor ich Christin geworden bin, habe ich mich auch immer dafür eingesetzt. Ich war früher auf dem CSD und so. Ich habe mich dafür richtig eingesetzt. Und ich war selber, ich dachte immer so, ja, ich gebe mir keine Sexualität, weil ich weiß es ja nicht, wenn ich sie ausprobiert habe. So dachte ich immer. Also ich war eigentlich sehr offen. Und dann nach meiner Bekehrung habe ich erst mal verstanden, dass das so vom Satan kommt. Also die tun mir leid, diese Menschen, die können nicht dafür. Die sind so besessen von einem Dämon oder halt krank gemacht durch Satan, dass die halt total verwirrt sind. Ja. Ihr Lieben, bitte den Bruder Danny Savatkat Sklokokokuketuklats. Sie heißt? Nein, ja, man kann sich aber auch einen Namen ausruhen. Bitte alle den folgen. Ami, sag mal den den Brüdern und den Schwestern, dass sie den Instrumenten folgen. Voll und mal Kulut. Voll, okay. Also einen besseren Namen hat Danny anscheinend nicht gefunden. Ja, sehr gut, Danny. Was passiert, wenn man zu viel isst? Wenn der Bauch zu voll ist, dann kann das Gehirn nicht mehr so gut arbeiten. Jeden Stream ist der Danny am Essen. Das ist unglaublich. Das ist der Test, wenn man sich voll isst. Es kann sich aussehen, obwohl er nicht gekocht hat und gegessen hat. Also ich bin da wie so ein Schildkröte auf seinem Rücken, der sich so bewegt und sich nicht mehr bewegen kann. Und ich bin den ganzen Tag am Hungern und am Verdursten. Abi, Abi. Das kannst du keinem erzählen, ey. Warte mal, ich bin gleich wieder zurück. Ja. Ja, Leute, ich wollte eigentlich nur hochkommen und euch sagen an meine christlichen Geschwister, macht bitte eure Stimmen ungültig. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Die werden hier eh machen, was sie wollen und das sicherlich nicht in Jesus' Namen. Die werden den Antichristen nicht aufhalten. Das ist alles ein bisschen irrelevant, was hier abgeht. Allein doch nur die Aussagen von Horst Seehofer hat doch schon alles gesagt, was hier abgeht. Was hat er denn gesagt? Diejenigen, die gewählt wurden, haben nichts zu entscheiden und die, was zu entscheiden haben, wurden nicht gewählt. Ach du Kacke. Die Deutschen verstehen einfach nicht, dass egal wen du willst, es schon festgeschrieben steht. Das finde ich nämlich auch, weil ich frage mich, wer hat diese Ampel gewählt? Keiner. Kein Mensch. Kein Mensch. Ich gucke, so ein Mensch, der stand, geht hin und will hier so Grüne und so Rote und alles mögliche. Für was stehen die denn? Die Grünen haben Wahlprogramm gemacht für Kinderehe und sowas. Alter. Also ich schlaf. Die rollen den Teppich mir. Ich schlaf aus. Kinder, ey, was ist das? Ja, also was, was die Ampelregierung da ist, was die mit, was sie mit Kindern machen wollen, das ist echt schlimm. Also mit den, ihr wisst ja eh Bescheid mit den Räumen und frühkindliche Dings. Ja natürlich, natürlich. Ganz schön. Ja. Das ist für mich einfach nur die Kinder vorzubereiten auf Pädophile. So kommt es für mich rüber. Ja natürlich, du siehst, im Kindergarten geht es jetzt los. Die erste schwul-lesbische Kita hat ja geöffnet in Berlin. Ja. Und da wird dann diese LGBTQ-Ideologie den Kindern eingetrichtert. Ja, das ist heftig. Und wenn du dagegen bist, dann bist du so ein Feind des Staates. Das ist krass. Ja, dann bist du rechtsradikal. Ja genau. Dann bist du ein Nazi. Ja, wenn du also etwas dagegen sagst, dass das nicht mehr normal ist, dann kriegst du sogar noch eine Strafe. Das ist heftig. Das war wie damals mit der Impfung. Da war ich dann auch auf einmal rechtsradikal, weil ich mich nicht impfen lassen wollte. Ja und heute müssen die Leute zugeben, dass das alles ein Humbug war. Ja und das. Wer traut sich von den Leuten, die die anderen denunziert haben? Keinen. Siehst du? Ja. Weil das alles Systemlinge sind. So heftig ist das Ganze. Systemlinge nennt man sie. Dass sie total manipuliert auf Kurs sind und überhaupt nichts mehr hinterfragen. gar keinen eigenen Gedanken mehr zulassen, sondern einfach straight so machen, was denen gesagt wird. Das ist krank. Komplett. Also das mit der Impfung, das fand ich schon sehr interessant zu beobachten. Wie schnell Menschen sich wirklich Hops nehmen lassen. Teilweise haben das Leute gemacht für eine Bratwurst. Also was ist das? Bratwurst, Bratwurst. Also ich fand das wirklich krass. Also ich fand das richtig krass. Ich war richtig geschockt, was sie alles durchgesetzt haben. Die haben die Leuten die Freiheiten und alles weggenommen, alles Mögliche. Und die ersten haben sich dann gleich schon die Impfung reingeballert. Das ist richtig heftig. Ja, weil warum? Weil ihnen die Freiheit versprochen wurde, siehst du? Ja. Was die alles machen für ihre Freiheit. Der Mensch ist wie ein Tier. Ja. Dass er nicht eingesperrt werden möchte und alles Mögliche. Das war ein perfekter Testlauf schon mal für den Antichrist. So sieht's aus. Okay, meine liebe Gott segne dich für meine Familie. Danke euch auch und eure Familie. Gottes Segen. Tschau. Gottes Segen. Hallo. Hallo. Orient. Orient im Chorient. Orient im Chorient. Orient im Chorient. Florient. 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 Hallo. 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 Ich will nicht so viel trinken. Was war das für die Stimme? Wie eine Empfehlung? Wie eine Empfehlung? Empfehlung? Hallo. Wie ein... Hast einen geballert? Hallo. Willst du mit Burak Airlines am fliegen? Burak Airlines. Kasse. Hallo. 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 Bruder Gerleins. Hallo. 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 Armin. Bruder. Armin. Gottes Segen. Korinth. Der redet so. Der redet so. Er hat so eine... Er ist Christ, aber er hat so eine Krankheit. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, manchmal kommen Leute rein, die am frühen Morgen schon sechs Bier in den Tuss haben. Weißt du? Ja, ich weiß, Bruder. Oder so islamische Leute auch und so. Ja, genau. Ich wollte nur Bescheid sagen. Gottes Segen für euch auch, Reza. Und möge der Stream auch gesegnet werden. Weiterhin bleibt gesund. Ja, Gott segne dich und deine Familie. Danke dir. Dankeschön, Bruder. Ciao. Ciao. Ja, tut mir leid, Leute. Ich kannte den nicht. Keine Ahnung, Mann. Ihr wisst ja, manchmal kommen die Leute rein, die tollen hier rum. Und die haben dann auf einmal sechs Bier in den Tuss und drei Johnnies. Was habt ihr nicht gesehen? Johnny Ballondi und ein bisschen Pivo hier, Pivo da. Und Nastrovje hier, Nastrovje da. Und dann hast du den Salat, ey. Komm, wir hören ein bisschen Psalm 91, ey. Was haltet ihr davon, ihr Lieben? Ein wenig geistliche Speise zu uns zu nehmen, ey. Ihr wundervoll? So muss das sein. Hä? Ist ja immer noch da. Habt ihr das gerade gehört? Wer unter dem Schirm des Allerhöchsten steht. Und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Er spricht zu dem Herrn. Meine Zuversicht und meine Burg. Ein Gott, auf den ich hoffe. Denn er rettet dich vom Strick des Jägers. Und von deiner unglaublichen Pest. Er wird dich mit seiner Zuflucht, wirst du. Woher kommt der denn? Hä? Was ist das denn? Woher kommt der denn? Hä? Was ist das denn? Ich verschwörungst von den Klauen der Nacht, von den Zeilen, die des Tages fliegen, von der Pest, von der Seuche, die am Mittag verdarmt wird. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, dann wird es mit eigenen Augen sehen und schrauben, wie den Gottlosen vergoldet wird. Der Herr ist deine Zufrieden, der höchste ist deine Zufrieden. Es wird dir kein Blüten geben und keine Plage wird sich deinem Aussehen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich wünschen und auf allen anderen Wegen gehen, dass sie dich auf den Händen tragen und deinen Fuß nicht am Einstern füllen, über Lüben und Ottert wirst du gehen und junge Löwen und Drachen wieder trinken. Er liebt mich, darum bin ich ihn errettet. Er kennt meinen Mann. Warum will ich ihn schützen? Er ruft mich an. Will ich ihn erhören? Ich will mich in beiden. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben. Und will ihm zeigen, mein Heil. Amen. Amen, 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 Amen. Amen. Gabi, wann bist du hierher gekommen? Amen, Amen, ich sage euch. Ihr sucht mich nicht, weil ihr ein Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müt euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Das ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt. Das Brot vom Himmel gab er ihn zu essen. Amen, Amen, ich sage euch nicht, Musa, hat euch das Brot vom Himmel gegeben. Wer denn? Sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Amen. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Herr, gib uns doch immer dieses Brot. Hast du gehört, Amir? Der Herr sagt, ich komme vom Himmel. Ich komme vom Himmel. Was sagst du? Ja. Der Herr sagt ja, ich komme vom Himmel. Nicht von der Erde. Das ist vom Himmel, ja. Das Brot, was vom Himmel herunterkommt. Und da nimmt der Herr Jesus eben Bezug auf das Manna, was vom Himmel heruntergeworfen wurde in der Wüste, damit Israel was zu essen hat. Damit sie überleben. Hat ja Gott immer vom Himmel Manna regnen lassen. Eine Art Brot, aber auch Kuchen gleichzeitig. Amen. Und da nimmt der Herr Jesus auf dieses Ereignis in der Wüste mit Israel, als sie aus Ägypten hinausgeführt wurden in der Wüste. Und auf einmal Gott dieses Brot, Manna, vom Himmel herab regnen muss. Damit Israel was zu essen hat. Damit Israel leben kann in der Wüste. Und das, sagt der Herr Jesus, ich bin eigentlich dieses wahre Brot, das Leben, das war ewiges Leben. Ich gebe euch das ewige Leben wieder zurück, was der Satan euch gestohlen hat. Und ich mache das rückgängig. Amen. Das Brot seines Leibes. Wenn das Manna, was sie gegessen haben, zu der Meinung zeigen, sie sind gestorben. Aber das Brot, das ich ihnen gebe, sie werden nicht sterben, in Ewigkeit nicht. Genau so ist das. Abidowski ist hier. Abidowski ist hier. Merkst du hier? Hä? Abidowski ist hier. Abidowski ist hier. So, weiter im Text. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber ich habe auch gesagt, ihr habt mich gesehen und doch, glaubt ihr nicht. Jetzt hören die Riesengehirne an mir sagen, ja wie denn? Ihr habt doch Jesus Christus angenommen. Der Herr sagt doch, wenn ich dem das Manna gebe, das Brot und so, dann wird er niemals Hunger haben und Durst. Aber ihr trinkt doch alle Wasser und ihr habt doch Hunger. Also stimmt das nicht, was Jesus da gesagt hat? Wieso habt die Christen denn noch Hunger und Durst? Siehst du? Das ist alles Quatsch, sagt der Muslim dann. Ich sehe immer Christen essen und trinken. Wie geht das, wenn Jesus sagt, ihr werdet nie wieder Durst? Was antwortest du da drauf? Was antwortest du da drauf? Ich sage dann, Armin, der meint das nicht so, das ist zu viel Kamelurin. Bitte vergib ihn, er ist einfach, er liebt. Wie will mit deinem ANUS ist kein Problem, du musst ihm helfen. Armin, bitte hilf ihm, beruhige dich, atme tief ein, atme tief aus. Versuche ihnen zu erklären, wie geistig der Jesus Christus ist und was er damit meint. Und dann atme ich wieder tief aus. Ja, das ist das Problem, ne? Man muss geistig sein, geistiger Mensch sein, weil Gott ist ja auch Geist. Also muss auch geistig sein. Und mit Gleichkeit. Und der Geist des Menschen, der wird weiter entdeckt. So, weiter entdeckt. Danke. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen... Dann würde der Pierfugel jetzt anhalten und sagen, siehst du, das ist Islam. Das war's. Das ist für Pierfugel dann Islam. Aber lässt die acht Millionen anderen Stellen außer acht, wo der Herr Jesus Christus selbst Gott ist. Der Mohammed konnte das natürlich auch sagen, dass er alle, die an ihn glauben, sie auferwecken wird am Tage der Aufestürmung. Das kann der Mohammed auch machen. Auferwecke am letzten Tag. Dass alle, die den Sohn sehen, auf die Augen, das ewige Leben haben. Und dass ich die auferwecke am letzten Tag. Natürlich. So was sagen Propheten, jetzt ist er pausiert. Ihr Lieben. So was sagen Propheten, dass Propheten die Menschen auferwecken werden am Tage der Auferstehung. Und dass Propheten ewiges Leben geben. Das machen Propheten so. Das macht jetzt nicht nur Gott, sondern auch Propheten machen so was. Und da sagt der Pierfugel auf einmal nicht, ey, das ist Islam. Nur ein Vers, auf einmal ist Islam. Alles andere in der Bibel lassen wir außer Acht. Zwei Verse weiter. Hätte der Pierfugel sich doch nur damit richtig beschäftigt, dann wäre er niemals Muslim gewesen. Oder Muslim geworden. Und Masek krass genauso wenig. Wisst ihr, sie haben ein Riesenproblem, dass Gott Mensch wurde. Sie möchten sowas nicht haben. Sie möchten einfach nicht, dass Gott Mensch wurde. Sie lehnen das vehement ab und haben sich natürlich irreführenden Geistern zugewendet, die ihnen eine Alternative geben. Und dann sagt der Allah, ja, in meiner Religion kannst du dann gerne eintreten. Wir glauben nicht, ihr braucht dann nicht zu glauben, dass ich Mensch wurde. Aber ihr könnt dann diejenigen nackentherapieren, die sagen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Auch wenn dieses Buch vor mir gewarnt hat, so macht es trotzdem. Helft dich, ne? Die Bibel warnt uns ja vor Allah und seiner Religion. Die Auferwecke am letzten Tag. Ist das nicht Jesus, der Sohn Josef, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Murrt nicht. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bei den Propheten heißt es, und alle werden Schüler Gottes sein. Ein jeder, der auf den Vater hört, und seine Lehre annimmt, der wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen. Außerdem, der von Gott ist nur er, hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Amen. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist das mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Niemals. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. In Ewigkeit. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Amen, amen, das sage ich euch. Ja, genau, wie die Samarjan das einmal gemacht hat. Guck mal, der Jesus sagt, wir sollen Kannibalismus betreiben, wir sollen sein Fleisch essen. Das ist, wie man nicht geistig ist. Du verstehst alles, alles verstehen die so fleischig. Ich weiß, ja. Da sagt der Issam Bayan, ja, ich höre dich. Da sagt der Issam Bayan, seht ihr, die Christen, die praktizieren Kannibalismus, die müssen das Fleisch von Jesus essen. Der ist er. Ich bin fast durchgedreht. Nein, ja, man kann natürlich diese Dinge fleischlich sehen und verstehen wollen, wie der Issam Bayan oder Issam Bayer, Bayern München oder wo spielt der Issam? oder eben geistig verstehen. Ja, wenn der Herr Jesus sagt, wenn mein Fleisch aufnimmt, in sich aufnimmt und mein Blut in sich aufnimmt, der ist wahrhaftig, gehört zu mir. Das ist eben geistig zu verstehen. Nämlich das, was der Herr Jesus am Kreuz für uns getan hat, sein Leib und sein Blut für uns geopfert. Und wenn wir das in uns aufnehmen, also annehmen, und zwar ganz, nicht so ein bisschen halb, nein, ganz, so wie beim Essen. Du kannst natürlich etwas essen, aber nicht runterschlucken. Das bringt nichts, wenn du es wieder rausspuckst. Dann hast du es nicht gegessen. Das ist nicht ein Teil von dir geworden, das Essen. Du weißt, wenn du es runterschluckst, dann geht es ganz in deinen Körper rein. Ja, ja. Die Kohlenhydrate werden in die Muskelzelle transportiert, die Proteine, das Wasser, die Vitamine, wenn komplett mit dir eins. Und so will das der Herr Jesus auch, dass er mit uns eins wird mit seiner Braut. Er in der Braut und die Braut in ihm. Deswegen sagt der Herr Jesus, so wird der Mann Mutter und Vater verlassen und seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Uppfleisch sein. Also sie gehen ineinander rein und sie werden eins. Ja. Und das ist, wenn Gott dann mit den Menschen wieder zusammenkommt. Das ist nicht nur eine billige Anbetung im Universum rein. Nein, Gott ist dann mit in dir und du bist in Gott. Es gibt keine innere Beziehung, keine nähere Beziehung, als wenn zwei Menschen ineinander sind. Man kann das nicht mehr übertreffen. Verstehst du? Oder versteht ihr ihr Lieben? Ja. Und deswegen wählt Gott diesen Weg, dass er zeigt, dass er wirklich so nah uns sein will, dass er in uns sein will. Also noch näher geht er gar nicht mehr, die Liebe. Ja, andersherum ist ja, andersherum ist ja, so wie das hier einer schreibt, dass dann die Dauer-Teams ihre Vater und Mutter verlassen und dann Nagellack lackieren und eins werden dann, mit Bad, Nagellack, Nagellack lackieren und so. Ja, man ist ein Lackiermeister. Ja, zum Lackiermeister. Ja, ist auch schön, wenn du Lackiermeister bist, dann, in der Gottesbeziehung ein Lackiermeister von der Fingernägel, das ist auch eine schöne Gottesbeziehung. Ja, ist auch eine Gottesbeziehung. Ja, aber ich, mich würde das nicht erfüllen, so eine Beziehung mit einem Lackiermeister. Ja, ich will schon näher. Ich will nur mich ein bisschen näher. Das Gesicht schminken, das Gesicht schminken, die Nägel lackieren, leider von Frauen anziehen und so, das erfüllt mich auch nicht. Also das will ich. Ja, es ist eine Transvestitin, Transvestitin, Transzendenz. Ja. Es ist eine Transvestitin, Transzendente Beziehung zu einem Wesen. Aber das, das will ich nicht, finde ich. Ich habe hohe Ansprüche und die hohen Ansprüche kann nur der wahre Gott mir geben, kein Untergott und kein Zwischengott. Ja, Bei den Muslimen ist das ja so, dass sie ja einfach Allah irgendwo im tiefen Universum anbinden, einfach weit weg von denen. Im dritten, was weiß ich, irgendwo hinter Jupiter. Aber das ist keine Beziehung. Das ist eine Getrennte. Das ist ein Getrennte. Ja. Das ist aber getrennt von Gott. Das, was du bist hier, der ist da und jetzt sendest du einfach Signale jetzt zu ihm. Aber das erfüllt einen ja nicht. Du musst damit Gott zusammenkommen, diese Connection muss stattfinden, damit die Erfüllung kommt. Stell dir mal vor, du hast ein Bild von einem schönen Strand. Dein Leben lang hast du nur ein Bild von einem Strand. Aber du warst nie an diesem Strand und du warst auch nie in diesem Wasser. Was hast du denn von diesem Bild? Nichts. Gar nichts. Das ist nur eine Zwischenstufe. Etwas zu betrachten. Einfach außerhalb von dir oder mit dieser Sache einzuwerden. Das ist ein großer Unterschied. Genau. Allah anzubeten. Einfach irgendwo im tiefsten Universum oder mit Allah eins zu sein, dass er in dir ist und du in ihm, das ist eine ganz andere Ebene. Komplizien. Das haben wir nicht. Genau. Deswegen sind wir auch nicht erfüllt. Keine Erfüllung. Die sind befüllt, aber nicht erfüllt. Die sind befüllt. Ja, mit komischen Sachen, aber nicht erfüllt. Nicht erfüllt. Ja, helft dich. Sehr, sehr große Erkenntnis. Sehr, sehr gut. Ich habe nur die besten Erkenntnisse für euch. Preach it, brother. Preach it. High-class, High-class Erkenntnis. Wenn ihr mal Erkenntnis habt, wenn ihr ihm viele Erkenntnisse gebt. Frohe Erkenntnis. Da sind eure frohe, super Erkenntnisse. Ich habe auch, also Mittelerkenntnisse. Wenn ihr Mittelerkenntnisse, ich habe für jedes Portemonnaie Erkenntnisse dabei. Kommt drauf an, was ihr für Erkenntnisse habt. Ja? So sieht die Sache aus. Ja, so sieht die Sache aus. Ja, danke, danke. Nein, aber es ist ja so. Stell dir mal vor, du als Prefe gebt euer Leben lang für eine Beziehung. Es ist zwar eine Beziehung, was ist er dein Leben lang? Oder eine Partnerin. Und du redest zwar mit ihm, aber es kommt nicht dieses Ineinandergehen. Ja. Dann ist das keine Beziehung zwischen Mann und Frau. Beinahe Wissen mit Gewissheit. Ja, beinahe, genau. Er war beinahe nur ein bisschen mit Gewissheit. Leider. Kurz davor ist er abgebogen, um zu bewahren Erkenntnis. Kurz vorab. Ihr Lieben, hört ihr mich? Kann man mich hören? Hallo? Also doch. H, V, L, A, Martin. Ah, okay, alles klar. Nein, die Erkenntnis mehrt sich von alleine, wenn ihr natürlich die Schrift liest. Ganz, ganz wichtig, ja. Je mehr ihr die Schrift studiert, je mehr ihr betet und der Herr wird euch noch mehr Erkenntnis schenken. Ich bin da gar nicht sessen. Ihr könnt das zehntausendfache von mir erreichen an Erkenntnis. Da gibt es keine Grenze gesetzt. Was Erkenntnis betrifft, Da gibt es keine Grenze. Das will ja auch Gott. Gott will ja auch, dass wir ihn erkennen, noch tiefer ihn begreifen, noch tiefer. Und noch, klar, ganz wenn wir Gott nie herein, weil er ist unten begrenzt. Aber wir können sehr weit ihn erkennen, ja. Das geht. Und Erkenntnis bringt ja auch wieder Freude. Wenn wir den Herrn wieder aus einem anderen Blickwinkel, wenn wir den Herrn Jesus aus einem anderen Blickwinkel wieder betrachtet haben, wieder Erkenntnis dazu gewonnen haben, dann gibt es ja auch wieder Freude. Deswegen sollte zum Beispiel der hohe Priester in 2. eine Buchhose diesen Gewand tragen und auf diesem Gewand waren ja auch Granatäpfel. Sollten ja Granatäpfel verziert sein auf diesem Gewand von dem hohen Priester. Warum Granatäpfel? Wenn wir uns betrachten, wie Gott diese Frucht erschaffen hat, diese Art, wie diese Frucht erschaffen ist, wie beschaffen hat diese Frucht zu betrachten, da sehen wir jetzt mal eine trockene Kruste um Hülle, also eine Hülle, die sehr trocken ist. Du kannst dich sofort reinbeißen in einen Granatapfel. Du musst dich erst mal mühsam durch diese trockene Kruste hindurcharbeiten und wenn du aber durch die Kruste dich hindurch gearbeitet hast, warten auf dich tausende kleine leckere Erkenntnisse. Richtig? Dann schmeckt das, wenn du durch die Frucht hindurch dich gearbeitet hast. Aber die Kruste ist zunächst erst mal trocken und unbekömmlich. So ist es auch mit der Bibel. Die Bibel ist zunächst erst mal trocken, aber wenn man sich da durchkämpft, aber auf einmal, wenn das aufgeht, und man diese ganz kleinen, schönen, tausende verschiedenen Erkenntnisse sieht, diese kleinen Erkenntnisse, die man dadurch gewinnt, ist symbolisch mit jedem einzelnen Granatapfelkern gleichzusetzen. Und dann beginnt die Freude, wenn man davon isst. Aber weil die meisten Menschen eben sich nicht durch diese trockene Kruste hindurcharbeiten wollen, weil sie zu faul sind oder die wissen, dass da schon was Leckeres drin ist. Aber man muss sich da durchkämpfen. Man muss erst mal mit dem Messer das schneiden, die Kruste schneiden und dann gehen sie lieber zu einer anderen Sorte von Obst. Ja, wo man direkt reinbeißen kann. Wie eine Apfel zum Beispiel. Da konnte man direkt reinbeißen. Die war einfach. Richtig? Da kann man direkt reinbeißen. Aber meiner Meinung nach schmeckt der Granatapfel viel heftiger als ein Apfel. Ja, das Königsklassik. Aber nichtsdestotrotz, deswegen sollte der hohe Priester eben diese Granatapfel auf seinem Gewand tragen. Die Juden, die verstehen das ja nicht. Die sehen das ja nicht geistig. Die machen diese hohe Priester gewandt mit diesen Sachen da drauf, ohne den Sinn dahinter zu verstehen. Und erst mit dem Heiligen Geist, ja im Neuen Testament, können wir erkennen, warum zum Beispiel so ein Granatapfel auf dem hohen Priesterkleid verzehrt sein musste. Zum Beispiel, wenn man das dritte Buch Mose liest, das ist für die meisten Menschen so trocken, die Leute überspringen das dritte Buch Mose, alle, weil es so trocken ist. Das ist ein Granatapfel. Aber wenn du dann dich da durchgekämpft hast durch das Buch, durch das dritte Buch Mose, dann kommen diese Granatäpfelkerne, die entgegen, tausende einzelne, kleine, schöne Erkenntnisse, die dir den Herrn Jesus in der Tiefe zeigen. Und dann hast du Freude. Aber ein normaler Mensch, wenn ein normaler Mensch das dritte Buch Mose liest, der geht kaputt, der kann keinen zwei Sätze aushalten, weil er so trocken ist. Mit den ganzen Geboten und so, ne? Wie wie die Kruste? Ja. Das ist ein Granatapfel, ja? Die Kruste ist trocken. Da kannst du nicht direkt rein, weil es mit Freude haben. Wie andere Bücher. Ja, ja. Zum Beispiel, wenn man die Briefe liest, da hat man sofort Freude. Ja, weil das schon die Süße ist, ne? Ja, direkt, ja genau, weil du direkt reinbeißen kannst. Aber so ist das zum Beispiel mit dem dritten Buch Mose nicht. Das dritte Buch Mose ist sehr trocken, erst mal die Oberfläche. Aber wenn du dich da durchgekämpft hast, dann erwarten dich sehr viele schöne, kleine, einzelne Granatapfelkerne, die dir sehr schmecken. So ist es mit der Erkenntnis. Das ist allgemein mit der Erkenntnis. Und wahre Priester Gottes, so wie wir sehen, der ist im 1. Petrus Kapitel 2, werden wir, also königliche Priestertum, ja, genannt. Und dann sollen wir genauso uns durch die Bücher der Bibel hindurchkämpfen, weil uns eben granatäpfelartig Erkenntnisse erwarten. Dank allen Grünen. Ja, Erkenntnis kommt ein Stück weiter, ne? Ja. Die ganzen Opfergaben im dritten Buch Mose, sie verdeutlichen ja auch den Herrn Jesus in seinem Opfer, was er getan hat, aber in der Tiefe. Wie Gott das so schön dargestellt hat in Levitikus, im dritten Buch Mose. Wenn die Juden haben hier das Buch lesen, Levitikus, die verstehen das, weil das eine erdische Erkenntnis ist, was sie dadurch haben, mit den Tieropfern. Die verstehen ja nicht, diese einzelnen Erkenntnisse auf das Opfer des Herrn Jesus Christus, verstehen sie ja nicht. Weil das ja geistig ist. Im Neuen Testament bekommen wir den Heiligen Geist und dann können wir erst, wenn ein Jude zum Beispiel sich bekennt, bekehrt zum Herrn Jesus und wiedergeboren wird und den Heiligen Geist bekommt, was glaubst du, was er für Erkenntnisse bekommt, wenn er wieder zurückgeht und das Buch Levitikus liest? Ja, ja. Dann gehen ihm alles auf und zwar aus höchster Sicht. Wenn ein richtiger Profi-Rab sich bekehrt zum Herrn Jesus und den Heiligen Geist empfängt und wieder zurückgeht und die Toralys, der wird staunen. Der wird aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Aber das bekommt er nicht. Warum? Weil er keine Lust hat, sich durch das, durch die harte, trockene Schale der Granatapfel hindurch zu kämpfen, weil er den Heiligen Geist nicht hat. Das ist das Problem. Dem fehlt das. Deswegen wird er niemals an die Freude dran kommen, was das für ein Geschmack ist, die Granatkerne, die Granatapfelkerne zu essen. Niemals. Der wird immer nur den Granatapfel immer anschauen, vom Weiten an der Baum hängt. Und niemals die Erkenntnis haben. Am Anfang sagte Gott ja, ich soll nicht vom Baum der Erkenntnis essen. weil Erkenntnis war jetzt nur dem Herrn vorbehalten. Aber jetzt, wo wir unser Bewusstsein schon geöffnet wurde, durch diese Verführung des Satans, wo wir jetzt so oder so Erkenntnis bekommen, sagt Gott, Gott, jetzt ist er das fliegt nicht erkennt. So, du kommst doch noch nur in Gott, in Böse. Du hast nicht so guten Empfang gehabt, nochmal. Hörst du mich? Ja, manchmal kommst du Hallo. Ja. Ah, okay. Nochmal, weil wir sozusagen jetzt Erkenntnis haben, seit dem Sündenfall, weißt du ja, Gott hat gesagt, du sollst nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Adam und Eva haben ja davon gegessen. So, jetzt haben wir Erkenntnis, aber wir können Erkenntnis im Bösen verwenden, als auch im Guten. Deswegen sagt Gott, jetzt müsst ihr Erkenntnis haben. Jetzt fordert Gott uns auf, Erkenntnis zu haben, aber doch nur in Gott, im Heiligen Geist. Und die Menschen, die alles andere als Erkenntnis in Gott suchen, hier auf der Welt, Wissen, also höheres Wissen, die werden das Wissen immer nur für sich selber oder halt für das Böse benutzen. Also es gibt zwei Arten von Erkenntnis, von Erleuchtung. Eine Erleuchtung, die weltlich ist, erdisch ist und eine Erleuchtung, die göttlich ist und nicht von dieser Welt ist. Ist eben weltlich. Und dazu sind wir berufen, Erkenntnis zu haben. Vorher durften wir keine Erkenntnis haben im Garten gehen, aber jetzt müssen die Erkenntnis haben. Weil unser Bewusstsein schon geöffnet worden ist. Ist vorbei. Es gibt kein Zurück mehr. Das Bewusstsein ist jetzt schon geöffnet von den Menschen. Und jetzt müssen wir in der Erkenntnis in Gott vorstrengen. Ja, du siehst ja, wo die Erkenntnis auf einmal gelangt ist, wenn zum Beispiel Atomwissenschaftler, Atomphysiker und so dann die übelsten Waffen entwickeln, durch die Erkenntnis. Du siehst ja, was der Mensch fähig geworden ist, was für fiederliche Waffen in den Umlauf gebracht hat. Womit andere Menschen da nicht reisen müssen. Genau. Aber das ist eine böse Erkenntnis zur Zerstörung und zur Tötung. Er sagt, kannst du das irgendwo nachvollziehen, wenn zum Beispiel diese Leute, die jetzt bei Hamburg mitbekommen, den Kalifatsteinen und so Blödsinn, kannst du das irgendwo nachvollziehen, wenn zum Beispiel diese Bilder sehen in Palästina, das soll ja in ihren Köpfen reinprojiziert werden, dass sie dann sagen, die am liebsten so Deutschland in Schub und Asche legen können würden. Ja, natürlich. Ja, klar. Die Muslime weltweit sind jetzt richtig zornig. Richtig zornig auf die Europäer, weil sie Israel unterstützen und die sehen, dass Europa hinter Israel steht und Israel zerbombt ja die ganzen Palästinenser in Gaza. Ja, das ist heftig. Und der Zorn von den Muslimen weltweit erhöht sich jetzt. Und die Anschläge in Europa, in Westen, in Amerika werden jetzt losgehen. Und die Muslime werden demnächst, ja, die werden mit so einer Hass. Das ist das, wovon wir immer gewarnt haben, dass der Muslim sich sehr dadurch verleiten lässt. Das ist ja das, was die Elite ja will. Ja. Die provozieren die Muslime durch solche Sachen mit Israel und Palästina. Und der Herr erlaubt das. haben wir. Weil der Herr will ja demnächst mit Europa was machen, mit den europäischen Passchristen. Ja. Der Herr Jesus hat etwas sehr heftiges vor mit den europäischen Passchristen. Und das wird nicht schön sein. Das wird alles andere als schön sein. Das wird nicht schön sein. Das wird grauenhaft werden. Aber wer nicht hören wollte, der muss leider fühlen. Ja. Das ist das Problem. man muss fühlen. Aber das ist schon heftig, dass wir zum Beispiel in einem Staat leben, wo die Leute dann diese Meinungsbehalte ausnutzen und dann auf der Straße tausend Mann sind und dann auch noch so lautstatt schreien. Und stellen wir vor, wie würden das in den Islam schneller machen? Was meinen Sie, wie zusammengeknüppelt werden? Ja, natürlich. Aber ich würde die Muslime auch verstehen, wenn man sieht, dass ihre Familienmitglieder in Hamas massakriert werden. Jetzt alle, millionenfach. Also nicht nur Hamas, sondern jetzt auch Dinge, also normale Menschen. Israel bekommt ja alles, die tötet alles da. Hallo, Gottes Segen. Hallo, mein lieber Gott. Ja, ich war ja schon letztes Mal bei der NAB. Und da ging es ja darum, wegen der Züchtigung des Herrn. Ich bin ja wiedergeborener Christ. Und ich habe letztendlich da mit Lisa geredet, ne, diese eine Sünde. Und ich war auch im Krankenhaus, deswegen, ich kann sich noch daran erinnern. Ja, ich kann mich erinnern. Ja, ich war wieder im Krankenhaus. Okay, hast du losgelassen von der Sünde, hast du Buße getan? Ich habe es, ich habe es, also nachdem wir das nochmal gemacht, also nachdem wir nochmal geredet haben, habe ich es leider noch einmal diese Sünde gemacht. Ja gut, dann musst du es auch hinnehmen. Ja, da war ich dann wieder im Krankenhaus, Ja, dann mach weiter, dann wirst du dann demnächst weggenommen werden von der Erde. Du willst mit dem Herrn so kämpfen, spielen, du willst deine Grenzen testen, richtig? Nein, 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 also, ich habe es doch, 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 du siehst ja, dass du weitermachst. Das Ding ist, das Ding ist, ich habe auch Buße gemacht, also Buße getan und sowas, ich habe auch gebetet und so, etc., und ich habe jetzt richtig Angst, also, ich will diese Sünde nicht tun, aber was passiert, wenn die noch einmal geschieht, so, weißt du, was ich meine? Sekunde, ich komme gleich, muss man was sagen. Wie mein Bruder schon gesagt hat, der Herr kann dich dann frühzeitig aus dem Leben reißen, deine Seele wird gerettet, aber dein Fleisch wird verderben, das ist das. Wenn du wahrhaftig im Herrn Jesus Christus wiedergeboren bist, dann kann uns ja keine Sünde vom Herrn trennen, denn niemand kann uns aus der Hand des Herrn Jesus Christus reißen. Verstehst du, aber wenn ein Wiedergeborener auf einmal anfängt zu viel zu sündigen, dann kann der Herr auf einmal direkt eingreifen und sagen, bis hierhin und ich weiter. Verstehst du? Ja. Ja. Aber wie mein Bruder gerade gesagt hat, du sollst den Herrn ja nicht ausreizen und austesten, wie weit du gehen kannst. Du musst da loslassen von diesem Wahnsinn, von dieser Sünde. Ja, auf jeden Fall. So. Ja. Und ja, das Ding ist so, ich habe, ich, mit dem von euch kann ich so schreiben darüber, so, ich würde echt so, weil hier ist das in der Öffentlichkeit zu sagen, so, ich schäme mich, ehrlich, ja. Ja, glaube ich dir. Das ist ja auch, ja gut, die anderen können ja dadurch auch erbaut werden, die zum Beispiel genau sowas in sich haben. Ja. Du darfst halt nicht verzagen, auch wenn du jetzt natürlich vom Herrn Jesus Christus gezüchtigt wirst. Hast du ihm doch auch schon mal dafür gedankt? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, sehr gut, weil der Apostel Petrus sagt ja auch, macht euch bereit, auch für Christus zu leiden, beziehungsweise auch die Züchtigung in Liebe auch anzunehmen. Wahnsinn, in Liebe anzunehmen. Das heißt, wenn Gott uns züchtigt, muss ich mir sogar noch sagen, oh, Dankeschön, Herr, dass du dich so beten, wie du das sogar schwer machst, Herr. Was willst du mir damit sagen, Herr Jesus Christus? Ich preise dich und lobe dich auch für diese Sache, die du in meinem Leben bringst, Herr. Ich weiß, wie schwer das ist, wenn du auf einmal auf dem Boden liegst und fast alle auf dich eintreten und sagen, danke, sogar noch dafür. Das ist heftig. Ja. Ja. Nein, es ist so wie ein kleines Kind. Du bist ein kleines Kind und du hast das mit deinem Vater zu tun und du fängst an, Blödsinn zu machen und dein Vater fängt an, dich zu züchtigen, ja? Ja. Und du machst weiter und er züchtigt dich immer härter, damit du es loslässt und du machst aber trotzdem weiter. Ja, da kann sein, dass der Vater dir die Freiheit nimmt, komplett. Ja. Ja. Auch wenn das so eine kleine Sinne ist. Ja, was heißt kleine Sinne, ich weiß nicht, worum es geht, aber trotzdem, du hast mit mir gesprochen darüber und da hast du gesagt, dass der Herr dich gezüchtigt hat, dann habe ich dir gesagt, du sollst damit aufhören, sofort. Mhm. Dann hast du nicht auf mich gehört, auf die Erwahnung und der Herr hat die Züchtigung erhöht. Ja. Das heißt, die nächste Station wird was Schlimmes sein. Ja. Aber die nächste Station, da wirst du loslassen. Ich denke mal, bei der nächsten Station wirst du loslassen. Es kann aber gut. Ja, doch, der Herr, wenn der Anfang, der Herr, wenn der Anfang die Intensität zu erhöhen, dann irgendwann mal wirst du loslassen, weil das wird so brutal werden, die Züchtigung, dass du loslässt. Ich verspreche es dir. Wenn der Herr zum Beispiel deine ganze Familie tötet demnächst, dann wirst du loslassen. Das verspreche ich dir. Tatsächlich ist schon jemand, der vor kurzem... Ja, dann mach weiter. Dann wird der Herr seine ganze Familie töten. Und wenn du dann nicht loslässt, dann kann es sein, dass du auch dann drauf gehst. Willst du das? Ehrlich gesagt nicht, ne? Ja. Dann lass los. Dann tu Buß und lass los. Mach es nicht. Mit wem kann ich denn schreiben? Also kann ich mit einem persönlich... Du hast ja jetzt gerade mit mir gesprochen und das reicht schon. Ich sag dir zu dir, lass es sein. Du brauchst mit niemandem zu schreiben. Ja. Du weißt selber die Sünde, der Herr weiß es und das reicht. Ja, ja, ja. Der Herr hat dich zu mir geführt, damit ich dich warne. Damit ich dich nochmal, Eman, ein letztes Mal. Ja. Ja, das ist halt so, ne? Ja, ja. Ja. Das ist dir belassen. Wenn du möchtest, dass deine ganze Familie drauf geht, dann mach weiter. Das ist, verstehst du? Der Herr lässt dir deinen freien Willen. Du kannst jetzt schon wieder diese Sünde weitermachen. Verstehst du? Der Herr lässt dir deine Freiheit. Aber er sagt, das wird eine Konsequenz haben. Oh, ja, ja, ja. Das Heftige ist, ich war einfach als Kandil und Kranken auch so. Ja, ja. Aber es reicht anscheinend nicht für dich. Es ist noch nicht hart genug. Die nächste Stufe wird wahrscheinlich so sein, dass du loslässt, aber dann würdest du eventuell die Wünschen, dass du vorher losgelassen hättest von der Sünde. Aber du willst du deine Spielchen treiben mit dem Herrn? Nein, nein, nein. Also ich wünsche mir, dass du jetzt schon vorher losgelassen hast. Dann lass es jetzt los. Also koste nicht die nächste Züchtigung aus. Vordere es nicht heraus. Ja, ja, ja. Ja, ja, das Ding, das Ding ist, diese Krankheit, also diese Krankheit war ja weg, so, und auf einmal kam sie wieder. Also, das ist gut aufgeklappt, ne? Und auch am gleichen Tag, als ich die Sünde gemacht habe, ne? Ja. Sie erreichen ihr Ziel um 13.50 Uhr. Du weißt jetzt Bescheid. Sie können tausendmal darüber reden, aber im Endeffekt ist das dein freier Wille, ob du davon loslassen wirst, von der Sünde oder nicht, oder ob du weitermachst mit der Sünde. Ja, ich würde auf jeden Fall safe loslassen, so, ja. Ja, besser ist es, bevor der Herr dir was antut, was Schlimmes. Ja. Du schaffst das schon, mein Lieber. Danke. Du weißt ja, was der Herr mit Dingens gemacht hat, bevor du jetzt seine letzte Ermahnung damit aus der Schrift siehst, was der Herr imstande ist zu tun. Du hast doch gesehen, was der Herr mit David gemacht hat, als der diese Frau genommen hat, mit der geschlafen hat. Da hat alle Kinder David ungelegt. Da hat die Hälfte von seinen Kindern ungelegt und sein ungeborenes Kind war gerade mal geboren und der Herr hat gesagt, weil du das getan hast, so eine schlimme Sünde, weil du den Mann getötet hast, werde ich jetzt dein Kind nehmen, werde ich dein Kind töten. Und der David hat gedacht, der Herr meint das nicht so, mit dem Kind töten. Und da hat er angefangen zu beten. Als ob er das rückgängig machen kann. Wo steht das? Das ist im ersten Buch Samuel. Ja, okay. Da hat der David seinen General töten lassen, weil er mit der Frau seines Generals geschlafen hatte. Und er wollte diese Sünde verbergen. Ah, okay. Aber nicht mit dem Herrn, ne? Ja. Und der Herr hat gesagt, nicht mit mir, genau. Hat der Prophet Nathan zu ihm geschickt und David hat gesagt, eine Gleichnis hat er ihm erklärt, eine Geschichte. Er hat gesagt, was würdest du tun, wenn ein Mann eine Ziege hat, ein armer Mann, und da kommt ein reicher Typ und klaut ihm noch die letzte Ziege und tötet die Ziege. Was würdest du mit diesem Menschen tun, der dem armen Mann seine letzte Ziege genommen hat? Oh, ja. Und da meinte David, so ein Mensch, so ein ungerechter Mensch, der sowas getan hat, der muss sterben. Und dann sagt der Prophet Nathan zu David, du bist es, dieser ungerechte Mensch. Du hast das getan. Und er brichtet zusammen mit David. Heftig. Ja, da wusste direkt, dass er gemeint wurde, ne? Ja, natürlich. Er selber hat genau gerecht gerichtet, er hat gesagt, dieser Mann muss sterben, der so etwas Böses getan hat. Und dann sagt der Prophet Nathan, du bist dieser Mann, der so etwas Böses getan hat. Ja, da war der David still, ne? Da wusste ja niemand, was zu sagen, ne? Ja, genau. Da hat er gesagt, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Oh, 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 ich habe gesündigt. Aber da sagt der Herr trotzdem, ich vergebe dir, aber dein Kind werde ich töten. Aber ich denke mal, das Kind ist auch beim Herrn, ne? Natürlich. Gleich ist es errettet. David wird diesem Kind, diesem Sohn, wiedersehen. Ja. Aber trotzdem soll man nicht so wandeln, dass der Herr unsere Familienmitglieder killt. Verstehst du? Du bist auch nicht sündig. Verstehe ich schon, ich verstehe schon. Ja, es ist halt so, ne? Also wiedergeborener Christ wird man halt gezüchtigt. Es ist halt so. Ja, natürlich. Ja, klar, weil der Herr Jesus uns auch liebt und er sieht und er möchte eben, dass wir in der Heiligung fortschreiten. Du hast es nur mal mit einem heiligen Gott zu tun. Warum bist du in diese Beziehung mit einem heiligen Gott gekommen? Verstehst du? Geh raus, geh in die Welt mit der heiligen Welt, mit der unheiligen Welt und mach was du willst mit allen Unheiligkeiten. Da sagt der Herr nichts dazu dagegen. Aber wenn du zum Heiligen kommst und sagst, ich will dir nachfolgen, ich will mit dir wandeln, ich will mit dir eine Beziehung haben, dann sagt der Herr, wandle ordentlich vor mir, wenn du mit mir sein willst. Wandel heilig. Ja, ja, das ist halt so, ne? Das betrifft uns alle. Ich habe ja dieselbe Geschichte, was du durchgemacht, das habe ich schon selber durchgemacht. Ich habe von einer Sünde nicht losgelassen. Da hat der Herr angefangen, die Züchtigung zu erhöhen, immer intensivieren. Und ich habe immer noch nicht losgelassen und dann hat der Herr mir etwas angetan, wo ich zusammengebrochen bin, für mein Leben lang. Bis heute noch kämpfe ich dagegen, innerlich. Und dann habe ich losgelassen. Ja, das ist ja. Mach es nicht. Ich will dir nicht sagen, was der Herr imstande ist, dir anzutun. Und dann wirst du loslassen. Du wirst, glaube es mir. Ja, du kriegst Sachen, da, 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 das ist echt, ne? Also du bist sprachlos, ne? Ja, ja. Der wird dir etwas antun, glaube es mir. Du wirst brechen für dein Leben lang. So schmerzhaft wird es sein. Da wirst du wünschen, kurz davor aufgehört zu haben, damit du das wieder rückgängig machen kannst, was passiert ist. Aber du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Der Herr wird dich brechen, Ja, ich bin mir, ich bin mir dessen, also der hat mich ja schon, der hat mich ja schon gut gebrochen. Ja, nein, 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 du machst ja weiter. Also es ist noch nicht so gebrochen, dass du loslässt. Nein, 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 du bist noch nicht gebrochen. Der kann dich nur brechen. Warte noch ab. Wenn du nicht loslässt, sofort. Und da brauchst du auch nicht mit jemandem zu reden, über welche Sünde es geht. Du brauchst das nicht so mit Leuten zu besprechen. Du kannst, aber brauchst du eigentlich nicht. Du weißt es und der Herr weiß es. Das reicht. Und ich habe dich jetzt doch mal ermahnt, zum zweiten Mal. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, safe, safe. Also, auf jeden Fall. Dann danke ich euch, Männer, ne? Und in dem Fall. Alltäglich war es dann. Gott singe ich euch auch, ne? Alles Gute. Dem Handy ist es an der Freude. Ihr Lieben, bitte beten für den Bruder, dass er auch im Standort bleibt und dass er die Gnade nicht ausnutzt. Wir dürfen nicht die Gnade ausnutzen, zu Sünden, vor allem die schweren Sünden, hat schwere Konsequenzen, schwere Züchtigung mit sich. Bringt es schwere Züchtigung mit sich. Der Herr wird das nicht segnen, eine Sache. Da werdet ihr leiden. Lange Zeit leiden. Wenn ihr aber ordentlich wandelt, so öffnet der Herr die Türen und dann werdet ihr auch gesegnet sein. Genau. Sagt der Herr, welcher Vater ist das denn, seinem Sohn nicht züchtig? Der Vater, der seinen Sohn liebt, den züchtigt er. Ja, genau. Wie gerecht der Herr aber auch ist, ne? Ja. Stell dir mal vor, du hast einen Sohn, der läuft immer auf die Straße, ohne zu gucken an mir. Und du hast Angst um das Leben des Kindes. Und dann packst du das Kind und sagst, mach es nicht nochmal. Dir wird etwas passieren, hör auf damit. Und das Kind hört nicht auf dich und läuft wieder auf die Straße. Und dann sagst du es dem nochmal an. Da kriegt er erstmal was auf den Popo. Und dann heißt das dann dann, dass der, dass der, dich noch einmal warnt, der Vater, obwohl er dir ein Popo, also auf dem Popo einen Klaps gibt. Ja, die Züchtigung mag vielleicht komisch sein für das Kind. Aber das Kind versteht es nicht. Der Vater versteht das, dass das Kind in Gefahr ist, wenn es immer auf die Straße läuft, ohne zu gucken. Und dann läuft das Kind immer wieder weiter, obwohl der Vater sagt, mach es nicht. Ja, was glaubst du, was der Vater dann eines Tages macht mit dem Kind? Der nimmt dem Kind die Freiheit weg, überhaupt auf die Straße zu gehen. Weil es ja für das Kind lebensbedrohlich ist. Und wenn das Kind seinen freien Willen dazu benutzt, sich in solchen Situationen zu begeben, dann wird Gott die Freiheit dir wegnehmen. Ja. Zu sündigen. Ja. Einfach ein, einfach ein Autounfall, Querschnittsgelähmt und dann kannst du nicht mehr dahin gehen, so leicht, wie du vorher dahin gegangen bist und zu sündigen. Das war's. Das ist ja noch mal drauf zurückzukommen von eben, dass der mit diesem Kalifat zum Blödsinn da. Ja, ja. Du siehst ja auch, dass diese Leute, die da vorne sprechen, die da auch gar nicht so richtig mit der richtigen Glaubenslehre innerhalb des Islams zu tun haben. Also viele Muslime sagen, das sind so selbstgesprochen muslimermäßig. Ja. Ja. Der Typ, der hat da so, ja du weißt ja, im Islam darfst du ja nicht einfach so eine Frisur haben, wie du willst. Also hier so ein Teil weglassen und oben mehr lassen, so Seiten auf Null und so blödsinn. Ja. Und dann siehst du auf einmal diese Redner, die sind alle so total gestylt mäßig und haben so Seiten auf Null und haben... Ich dachte mir, hä? Was ist das denn? Die Redner sind in Klauen. Ja, aber viele von diesen Shisha-Muslime-Armee sind auch für Scharia. Ja, aber was nützt ihnen das, wenn das selbst hier zum Verhängnis wird? Die wissen das doch, die raffen das doch nicht. Die denken, das ist was Gutes. Also so wie Mama und Papa damals. Ja, genau. Wie Mama und Papa, genau. Lasst den Islam kommen, das ist das Gottesparadies auf Erden. Ja. Und dann hat man gesehen, was Gottesparadies auf Erden war in Iran. Ja, das ist heftig. Deswegen wünsche ich, ich wünsche den Muslimen, dass die Scharia in ihr Land kommt. Damit sie Islam am eigenen Leim zu spüren bekommt, ja? Zu spüren bekommt. Damit sie die Schönheit des Allahs und seine Gesetze verstehen. Ja. Vorher werden die es nicht raffen. Die Leute müssen fühlen. Hallo. 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 Hören Sie mich? Ja, Gibril, wir hören dich. Gibril, der Bürger, du sollst nicht in der Höhle abhängen, du sollst rauskommen aus der Höhle. Ich weiß, heute hat die Hochleute gewürzt. Woher die anfliebte Welt rum, ich schau. Hallo, du sollst dir solche Dreckswörter nicht sagen. Hast du kapiert? Raus mit dir! Gibril, hör auf damit. Raus. Ich habe keine Lust für was. Kann doch nicht wahr sein. Keine Lust. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Aus der Höhle. Hina, um mir hier zu reden. Was wollte der Typ? Das war ein Muslim, der für die AfD war. Ja, das ist doch richtig. Der will sich selber ausreißen aus Deutschland. Der will sich selber ausreißen. Was passiert denn, wenn zum Beispiel die AfD an die Macht kommt? Ja, was sollen die denn machen? Verfassen. Die müssen eine komplett neue Verfassung machen, weil die können nicht ein... ...aus dem Land. Nein, geht nicht. Das ist eine komplette Verfassung. Das geht nicht so einfach. Hallo, Herr Dr. Scheer, Herr Dr. Mir ist heute ein Vorfall passiert. Kann ich es dir erzählen? Du bist doch, Scheer. Was willst du gar nicht? Also, ich war in der Schule, ich musste kacken und bin auf Dach gegangen, habe gekackt, wegen Zayimus im 266a. Okay, dann geh und kack weiter. Ciao. Was war denn Zayimus im 262a? Ja, der Mohammed ist auf Dach gegangen und hat in Richtung Gaba gekackt. Achso, das kennt dich. Sehr, sehr krank. Sehr schöne Information. Tolle Weisheit, die Dilematik. Auf Dach gehen und kacken. Weisheit. Tiefen Weisheit, Dresa. Sehr schön. Tiefen rein. Wieder so, wieder so, Jäkens. Wieder was, was du wolle? Dresa, Dresa, das ist heftig, ne? Dresa, das ist heftig, als ich gestern mit dir darüber gesprochen habe, was für eine Verhöhung der Mohammed den Muslimen so mitgegeben hat, ne? Dieses mit dem Pipi trinken und Kaka und alles mögliche, ne? Moinsen, ich schon wieder, lass mal debattieren. Ich habe dir gesagt, du sollst hier raus. Nee. Nein, 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 kleiner Mann. So nicht. Ja, also auf jeden Fall große, große Erkenntnisse, was ich da mitkacken lassen habe, was ich da habe, die ich da habe, die ich da habe, was ich da habe. Man hört dich nicht. Hörst du mich? Leise, was ist denn passiert? Ich weiß es nicht. Ich bin hier in der Pedersen. Hallo. Ja, du kommst auf einmal so leise rüber. Ehrlich? Warte, ich gehe nochmal rein. Sind deine Kopfhörer? Sind deine Kopfhörer? Nee, ich habe mich selben Kopfhörer. Hä? Warum bist du denn auf einmal so leise? Ja, warte, ich gehe raus. Ja, okay. Onkel Riesmann. So, hörst du mich, ist besser, Onkel? Äh, immer noch. Was hast du denn mit deinem Handy gemacht? Ich habe keine Ahnung. Das sind deine Kopfhörer aus, oder? Mach mal aus. Nee, die Kopfhörer sind ja mal. Bluetooth. Ich komme dann nachher rein, oder was? Vielleicht ist das eigentlich auf der Autobahn. Jetzt wird es langsam besser. Okay, dann hat es das mit dem Autobahn. Der Empfang hier auf der Autobahn ist nicht. Ja, kann sein. Ja, ihr Lieben, nochmal zurück zu dieser Züchtigung mit dem, äh, mit dem Herrn. Wenn ihr seht, dass der Herr euch langsam züchtigt, dann müsst ihr wirklich loslassen, weil die Züchtigung, die Züchtigung, kann so hart sein, das, das ist sehr, sehr spätestens. Wir, Menschen, wir würden das schon viel früher in die Kräfte kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Da sieht man zum Beispiel die Züchtigung von, ähm, wie hieß der nochmal, der, äh, Alten Testament. Samson, äh, Simson. Simson. Sam, der Simson, ja. Du weißt ja, dass der immer mit seinen Augen immer die Frauen angeguckt hat. Ja, der hat also richtig mit seinen Augen immer die Frauen bekehrt. Schöne Frau, hier schöne Frau, da. Was hat der Herr mit seinen Augen gemacht? Die Filister, was haben sie mit seinen Augen gemacht? Die haben er rausgehauen, die Augen. Die haben er rausgestoffen. Das ist die Herr. Das war ja ein Mann Gottes. Er war in der Sirea, also ein besonderer Mann Gottes. Er war sehr nahe in den Herrn. Genau, die Augen zerstoffen. Aber der wurde bestimmt schon tausendmal gewarnt. Ja, senke deinen Blick, schau nicht auf andere Frauen. So rot rein. Ja, mit Lust. Aber wenn er es nicht tut, dann geht er hinten her und süchtig nicht so, dass du dann nicht mehr das Problem hast. da war ja eine Geschichte auch von so einem ehemaligen Drogenbieter da in Amerika, der auch Zeugnis abgelegt hat. Der meinte auch, der hat da gesündigt, hat weiterhin vertickt, aber ja, ja, mit der Hand weiterhin vertickt und dann hat der Herr ihm beide Hände genommen bei einem Unfall und dann konnte er nicht mit ihm. Und dann meinte er, da habe ich es sein gelassen. Da hat er es sein gelassen, habe ich mir. Der Herr ist gerecht, ne? Ja. Aber warum muss das denn so weit kommen, dass der Herr die beiden Hände nimmt? Ja, weil man nicht begreift, ne? Der Mensch, der begreift ja nicht. der spricht mit der Sünde und denkt, der Herr meint das nicht so, und er muss wieder so. Der Herr meint das nicht so. Der Herr meint das nicht. Das ist sehr fatales Denken. Das ist alles Spielerei. Das ist alles ein bisschen Spaß. Aber wenn der Herr dich dann erzählt hat, siehst du, dass das auf einmal doch nicht so Spaß ist. Und das ist alles. Wie hier. Ahaha. Da sind wir nicht. Das ist sehr traurig, auch immer wieder, wenn man die Geschichte von David liest, der mit seinem Neugeborenen ist, kennenlernen. Wie der so acht Tage lang oder was gefastet hat und der sich auf den Boden geschlossen hat. Dass der Herr Gnade mal ihn das und der Herr nicht getan hat. Und du weißt, du hast es selber gesagt, was der Herr mit seinen restlichen Kindern alles gemacht hat. Hast du ja gesehen, ne? Der eine Bruder vergewaltigt die Schwester. Hast du gesehen? Der Bruder vergewaltigt die Schwester. Der Sohn von David vergewaltigt die Tochter von David. Absalom. Weiteres Kind von David fängt auf und wird durchstoffen. Der Herr sagt, ich werde die Sünde vergeben, aber keinesfalls werde ich die Sünde ungeschlafen lassen. damit wir genau wissen wo dran wir sagen wir wandeln mit dem Heiligen und damit wir nicht machen das was wir wollen wir haben zum Herrn Ja gesagt zu der Heiligkeit zu dem König der Heiligkeit der durch und durch heilig ist. wir haben zu ihm Ja gesagt wir haben gesagt Ja Herr wir wollen mit dir sein wir wollen mit dir wandeln Amen Aber wenn wir hingehen und diese Heiligkeit im Wandel mit Füßen trinken und anfangen nicht alle Sachen zu tun Diese ganzen Psalmen sind einfach ein einziges Beklagen sehr oft hörst du das raus wie der David zum Herrn schreit Vergebung bitte Die Erkenntnis die Zustimmung ist auch nicht nur damit du heilig wandelst sondern doch Erkenntnis des Herrn Danke Die Furcht des Herrn ist der Erkenntnis einfach Ja David du vernünftig mit Respekt mit dem Herrn Mann und nicht einfach Öh ich mach was ich Ich mach was ich So läuft das nicht Aber auch zu dem Thema mit AfD und Weltrenten und so weiter Die meisten Menschen die setzten auf AfD die ganzen abgefallenen Fastchristen die ganzen Atheisten und so weiter die setzten ihre Hoffnung auf AfD aber die wissen was demnächst auf Deutsch das ist unaufhaltbar ne weil sie nicht auf den Herrn setzen die setzen die auf die Welt die suchen das Glück wie auf der Welt und deswegen setzen sie auf eine weltliche Instanz Institution namens AfD Aber Wählen die wir auf Gott vertrauen setzen auf Gott und warten auf ihn und setzen nicht auf wenn ich ist Ja Ami Deswegen alle ihr Lieben Der Ami ist zehn Jahre älter sich ähm ihr Lieben deswegen wenn ihr AfD und so weiter gewählt habt ihr müsst sofort damit aufhören und rufen euch eiligen und ganz zu dem Herrn kommen und euch nur auf den Erdlich zu verlassen die 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 auf der Erde die das Leben hier nur auf der Erde sehen die kennen kein Leben nach dem Po Das Wollen die hier so gut wie wirklich hier auf der Erde leben Ich hab kein Glauben Aber die 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 abgestorben sind Die haben Glauben Dank Gott Ganz ganz wichtig Auch alle andere Parteien Genau Natürlich Schwerden Weil die Leute alle AfD wählen Natürlich Egal welche Partei Wir setzen Nicht auf das Welt Schwerden Wir Vertrauen ganz und gar nur auf unseren Herren Ganz ganz wichtig Wählen ist christlich und Pflicht ist er Nein Wählen ist anti christlich Also ich hatte vergessen anti davor zu schreiben Sabrina das kann doch nicht dein Ernst sagen Du siehst doch dass die Leute die gewählt werden überhaupt nicht zu entscheiden haben Dieses Land ist nicht das Land was es vor Jahrzehnten mal war Dieses Land wird verwaltet von einer ganz von einem anderen speziellen Land selbst wenn AfD an die Macht kommt machen sie nur das was ihnen vor gegeben wird machen sie das nicht so wird dann direkt eingegriffen ganz schnell geht das egal wen du wählen gehst es steht alles schon geschrieben und alles steht fest Du darfst als Christ nicht Weltliches wählen weil die Fremdlinge sind hier ohne Bürgerrecht ja wenn du Fremdling bist wenn du nach Sauer du machst Urlaub auf Malediven und du weißt in zwei Wochen bist du wieder weg wirst du da wählen auch dann darfst du ja nicht wählen du kannst auch nicht wählen weil du gar nicht dieses Bürgerrecht hast da und so ist das mit uns wir sind Himmelsbürger die auf der Erde als Fremdlinge hier sind ohne Bürgerrecht du darfst nur Bürger des Landes sein um zu wählen aber wir sind nicht mehr Bürger dieser Welt es sei denn ihr seid doch Bürger dieser Welt dann ist was anderes wenn ihr aber nicht Fremdlinge seid auf der Erde dann dürft wählen aber die wahren Kinder Gottes die Fremdlinge sind ja auf der Erde ohne Bürgerrecht die werden auch nicht wählen das ist das entscheidende die die auch nicht hören muss tun und um kehren und der Welt auf Widersinn sagen oder ihr liebt die Welt und damit seid ihr keine Gebetze entweder oder wer regiert dann Gott regiert doch immer Römer 13 egal welche Obrigkeit eingesetzt wird alle Obrigkeiten sind von Gott eingesetzt du als Obrigkeit unterordnen die verstehen das nicht dass diese Regierung jetzt diese linksgrüne Regierung vom Herrn eingesetzt ist das kapieren die nicht und wenn du gegen das kämpfst was der Herr eingesetzt hat gegen wen kämpfst du eigentlich gegen den Herrn das ist heftig Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott du kämpfst gegen Gott du bist ein Feind Gottes das kapieren die nicht egal wie oft man das ist meine befürchtung ist dass wir nicht den geist haben wir sind nicht wieder da aber wäre das nicht besser aus einer perspektive gesehen den muslimen die zum beispiel scharia wollen denen zu sagen möchtet ihr scharia system dann könnt ihr gerne in ein scharia system ein wandern scharia her ja aber das dürfen wir nicht machen wir müssen die muslime lieben und ihnen das evangelium verkündet mehr nicht wir sind fremdlinge hier wir haben unseren auftrag wie außereldische die hinkommen und nur zum beispiel werben für das außer frisland außer frisische so mehr nicht wir haben nicht uns in die belange der welt einzig zugreifen ja aber ich will mich demnächst als bürgermeister aufstellen in meinem dörr bürgermeister von bürgermeister bürgermeister dr scheck abu amir ich will das alles aufhalten wenn ich mit dir einverstanden ist der kriegt direkt den pakt von dr scheck abu amir du willst natürlich dass du willst den muslimen das wiedergeben was dir andere leute angetan haben oder was der allah will du willst den ja Auge um Auge sagen wenn du das verstehen ich will Ihnen eine Kursprobe geben von islamisch Sura 9 fest 29 und die Auslegung von Oman Ibn Al-Khattar Ressa ja ich weiß du denkst dass du wenn du Auge um Auge Zahn und Zahn praktizierst mit denen dass sie es begreifen nein ich möchte sie das mal spüren lassen Ressa ja aber es ist nicht der Herr hat die brauchen ein wenig Sura 9 29 und Auslegung von Ibn Castell die brauchen das deshalb die finden das schön die finden das schön wenn die das an anderen praktizieren die finden das nicht schön wenn das an ihnen praktizieren wird ja aber ich will in ihre Häuser reinkommen und den Kühlschrank leer essen und mich mit ihren Frauen unterhalten und so nein das finden die ungerecht wenn du denen das antun amir aber warum finden die ist bei mir gerecht dass die mir das antun ja weil bei dir gerecht ist wenn die dir das antun also ich habe es verdient aber die nicht ja genau und dann sagt Allah ist der gerechteste man sieht wie gerecht Allah ist besser nur für den Muslime ist das gerecht genau so wie der Herr Jesus ja gesagt hat was du nicht willst dass man an dir tut das du den anderen an das ist das Gesetz der Gerechtigkeit das was du willst dass man dir tut das man auf anderen jetzt rein lieb also ich muss die bementer das was du nicht willst dass man es nie antun das du den anderen an ja genau das was du nicht willst das ist lau stelle mal vor wir würden zum krass gehen und zu vier punkten und packt von oma an hier praktizieren wir würden also hingehen und die Frau von ihm dann so beiseite legen die Kinder genauso ihn fesseln und so dann darf der erst mal zugucken das ist er weil er findet das gesetzte gut von Allah ja die würden sagen das ist ungerecht dein system ist aber nicht so super wie unser system deswegen darf du das nicht machen wir dürfen das mit dir machen weil unser system ist besser hat mehr PS Dein System hat nur 55 PS Unser hat 80 PS Allah hat sehr viel Herz für die Ungläubigen sagen ja nein also erst mal 99,99% in der Muslime wissen ja gar nicht was Allah und Koran sagt und was Mohammed war das schon das eine und die 0,1% die wirklich diese Al-Shabaab und die Jesu die richtigen waren die haben noch nie richtig über diese Sachen nachgedacht was wir besprechen wieder das aber haben noch die tiefe darüber nachgedacht und wenn du denen was antun würdest wenn du sagen wirst okay ich will das an dir praktizieren was nur die schlecht ist dass man hier tut dann könnte es sein dass sie dann ja das ist okay wir haben es verstanden okay hör bitte auf wir haben es verstanden wir dürfen das nicht das ist ungerecht du hast recht gehabt wir haben es verstanden du hast das an uns praktiziert und wir haben es endgültig gesehen dass das system doch nicht gerecht ist aber was ist wenn die sagen ist mir egal an mir dann töte uns doch wahnsinn was dann was dann wie willst du mit solchen leuten treten das ist krass ja ja haben sie das mitbekommen mit Marcel krass der ist ja kein Telefin der gehört zu irgendeiner Rechtsschule an achso und dann sagt der war ja ein Telefin der hat ja die Sachen aus den Büchern von Mohammed Abdul Bahab gelernt ja und jetzt hat er so einen Podcast gemacht wie der so allen gesagt hat dass er weggegangen ist von den Telefis und dann sagte der in einem seiner in einem seiner äh in einer Szene sagte der so wenn ich diese Sachen meinem Vater gezeigt hätte wie Allah beschrieben wird da hätte der gesagt dass das ein Indugott wäre weil Allah ja wie so ein Shiva-Gott kennst du ja mit diese zwei sechs Hände und so drei Augen ja er ist auch noch nicht in der Wahrheit angekommen er ist noch nicht in der Wahrheit angekommen deswegen springt er hin und her und sucht immer noch die Wahrheit der denkt jetzt hat er die Wahrheit da in der neuen Schule da aber das wird ihn auch nicht zufrieden stellen das wird ihn auch nicht zufrieden stellen und weißt du wer mit ihm die ganze Zeit abhängt diese eine Kickboxer wenn da diese Proke Kickboxer ehemaliger oder wer das war dieser Hallie Hansen wie heißt sie nochmal Hanna Hansen also Hanna Hansen ah ok ja wie gesagt du solltest auch da Video machen auf YouTube über Hanna Hansen das ist sehr sehr wichtig ganz wichtig ich bin mal kurz wieder im Hintergrund Armin ja ja ich muss demnächst erst mal meine Verfälschung des Korans mal irgendwie hinkriegen über YouTube zu rauszuhauen und dann wollte ich auf sie reagieren dann auch auf andere Sachen reagieren Mann 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 dann aber Dali 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 ja los Bursche wie sagt der Stürzberg immer los Bursche Bursche so kommst du mir aber nicht da Baustelle muss fertig genau ja ich muss das irgendwie hinkriegen ja ich versuch das schon seit Wochen versuch ich das schon irgendwie hinzukriegen habe er das auch schon fertig ist alles gespeichert ja und ich kriege das irgendwie nicht hin da äh das Ganze dann euch zu zeigen das ist aber auch enorm viel ich muss so viel vorlesen so viel zeigen boah das ist echt heftig enorm viel Bursche Bursche du lenkst für dich ans Kifo ja genau ja genau ja genau ich gehe dann auf beiden Plattformen dann live ich lasse das parallel einfach laufen während ich auf YouTube bin äh lasse ich den Livestream auch auf TikTok laufen Bursche du nennst mich nicht Kufa Kufa ja sind einige Sachen die ich noch abzuarbeiten haben aber dass ihr mit mir auf dem WhatsApp-Kanal verbunden seid das ist schon mal gut da habt ihr auch für euch die ganzen Beweise falls ihr mit Muslime im Gespräch seid ihr wisst ja wie Muslime sind sie versuchen alles zu vertuschen und zu verheimlichen ja die Stürzenberger wie der manchmal redet ne ich lache mich immer kaputt ne Best auf Stürzenberger hehehe das ist heftig ah du wirst uns mal angehört warte mal ganz kurz Best auf Stürzenberger Best auf Stürzi Best 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 auf Stürzberger das ist das das okay Ace Die Leute, die den aber auch bedrängen auf den Grundgebungen, das ist heftig. Die wollen einfach nicht zuhören. Die denken, da ist irgend so ein Hetzer, der über den Islam redet. Und die denken so, dass er keine Ahnung hätte, dass er nicht über den Islam reden soll. Die Islamisierung soll einfach weiter stattfinden, wir sollen unser Mund halten und uns zur Schlachtbank führen lassen. Amir, dein Ton, was ist denn damit? Was ist denn los mit dem TikTok-Bahn? Könnt ihr mich jetzt wieder hören? Könnt ihr mich hören? Jetzt ist es besser. Keine Ahnung, was mit dem System los ist. Auf jeden Fall ist das heftig, wenn du mal beobachtest, wie die Leute da abgehen auf den Grundgebungen. Einer schlimmer wie der andere. Und wollen da partout nicht zuhören und nicht begreifen, wie gefährlich der Islam auch für sie sein wird. Selbst die Muslime, die dort sind. Das ist heftig. Was meinst du, wenn ich dann da auftauchen würde, was dann los wäre? Auf einmal ist der, ist der Doktor Scherer-Boamil da. Das wäre krank. Das wäre schon wieder Detonation ausgelöst. Der Hansi, der würde direkt von Österreich nach Deutschland kommen. Glaub mir das. Der Typ, der würde extra von Österreich nach Deutschland kommen. Nur um den guten alten Doktor Scherer-Boamil zu sehen. Das ist heftig. Das ist krank. Das ist heftig. Das ist so krank. Der würde einfach losfliegen. Das ist krank. Hallo? Hallo? Assalamu alaikum. Ich wollte dir eins sagen. Was willst du mir? Nicht zwei sagen, eins sagen. Ich würde erst sagen, die Muslime, wir werden singen. Alhamdulillah, wir werden Europa übernehmen. Inja Allah. Und wir werden Inja Allah. Ich bin ein Cheikh. Ja, du bist ein Cheikh? Ja. Ah, okay. Ich kann dir beweisen. Ja? Ich bin 40 Jahre lang im Mekir. Und ich habe zu Allah gebetet. Allah hat mir die Vision gegeben, dass ich nach Europa kommen soll. Und meinem islamischen Bruder helfen soll. Den Scharia. Inja Allah, das wird passieren. Das wird nicht aufzuhalten. Inja Allah, wir werden die Kalifat hier in Deutschland vorbringen. Inja Allah. Wie bist du denn hier rübergekommen? Gott hat mich hingebracht. Allah. Wie denn mit Burak Airlines? Nein, mit Schlagboot. Inja Allah. Schlagboot? Ja. Sehr gut. Sehr sehr gut. Wo hast du deinen Cheikh Titel erworben? Allah hat mir das gegeben. Hat dir das von ihm ja nachgebracht? Das war das Schöße, was ich gesehen habe. Allah. Und Mohammed, sallallahu al-sallam. Ich weiß nicht. Ich kenne ihn doch. Inja Allah. Inja Allah. Inja Allah. Warum bekommst du nicht in den Islam? Wir werden doch eh Alman übernehmen. Inja Allah. Ich wollte eigentlich. Aber dann dachte ich mehr, dass ich 73 umfroren wollte. Aber der Allah sagt nur 72. Deswegen habe ich gesagt, bin ich nicht. Ja, aber wenn wir Inja Allah Alman übernehmen, dann du weißt schon, du bist ein Käfer. Ein Käfer, ein Käfer. Dein Blut ist in Islam Halal. Halal. Inja Allah. Du wirst es eines Tages bereuen. Wir Muslime, wir werden hier in Deutschland herrschen. Das wird passieren. Heute, morgen, in 10 Jahren, 20 Jahren, wir machen 12 Kinder. Die Deutschen machen keine Kinder. Die werden immer weniger. Die Muslime werden immer mehr. Inja Allah, wir werden Europa übernehmen. Das wird passieren. Das ist so. Das wird passieren. Inja Allah. Ja, das Problem ist, der Allah macht ja aus den Frauen so mehr oder weniger Geburtsmaschinen. Das muss passieren. Das muss passieren. Das muss passieren. Wenn der Islam siegen, der Islam wird siegen. Das ist so. Ja, der Islam wird biegen, nicht siegen. Biegen. Und du bist ein Käfer. Inja Allah, wenn der Kalifat hier in Deutschland ist. Wir werden die Kirchen zu Moschees machen. Inja Allah. Und die Deutschen werden uns um unsere Hände küssen. Ja, ihr Lieben, der Typ, der macht vielleicht gerade Spaß. Aber er sagt genau das, was im Islam eigentlich vorhanden ist. Es ist heftig. Inja Allah, ich mache keine Spaß. Ja. Wallah. Meister Allah. Ich will meine Mutter sich die Mutter. Ich will die Mutter nicht so fünfhöriger sein. Nur ich will die Name. Ich will deine Mutter. Ich will deine Mutter eigentlich nicht. Ich will deine Mutter. Du aufge aimsen recovery большindивал. Hast du gesehen wie siehst du Ein-Díaschuk? Hast du gesehen wie es ich sehe? Habt du gesehen wie es sagt awake? Ich will den Koran rechnen, habt ihr gesehen. die gesinnung so wie er sich selber also wie er das dargestellt hat ist genau die gesinnung wie in den köpfen der muslime drin ist das ist das ich gehe wieder hinter hijab ja seht ihr das war der eine sagt uns die gesinnung des islafs und der andere kommt und rezitiert noch den koran hinterher habt ihr gehört ich punk punkte deine mutter krasse kombi heftige kombi genau dass das war aber auch ein bezeichnetes bild der da über mir der hat so die islamische die islamische kriegsführung und so erklärt also die kriegserklärung erklärt uns einen krieg erklärt und der da unten hat direkt den koran rezitiert wahnsinn stellen wir keine anfrage in die zwei lümpel alles gut bei dir ist noch keine kopfschmerzen von den ganzen leuten hier bekommen ja kamelurin ist ja die lösung dagegen genau besser als ibuprofen lieber kamelurin kamelurin mit ibuprofen hey bruder aber weißt du was ich mir mal denke ich denke mir so mal angenommen jetzt die ganze welt alles muslime was ist dann ist dann frieden überall ich denke ich denke ich denke es richtig los die muslime werden immer noch nicht in frieden weil der allah von ihnen verlangt dass keine andere gewalt über die andere her also keine muslimische gruppe über die andere herrscht eine muslimische gruppe muss über alle muslime herrscht und dann würden sie sehen wie die alle sich selber bekriegen und wenn ich dachte ihr wenn die ganze welt denn jetzt überall alles muslime sind dann ist dann bleibt die welt stehen weil der islam lässt ja kein fortschritt zu du musst jedoch nur mal die islamische länder angucken da lungern alle auf den straßen rum von klein bis groß reden den ganzen tag von allah 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 sich am tod beleidigen am hetzen am schlagen hier und da keine fortschritt nicht keine bei den gibt es nichts was geführt sich zu leben lohnt gibt es nicht die wissen nicht die muslime die wissen nicht die denken die hauen vor ihrer aus von ihrer heimat ab wegen krieg aber die wüsste ich dass ihre religion deswegen schuld ist die religion ist schuld daran dass die abhauen da kommen die hierhin wo alles funktioniert werden immer mehr und dann dasselbe spiel noch mal die verstehen das gar nicht sehr perfide in das sehr sehr kaputt und krank sind die ohne scheiß aber sehr viele muslime haben auch kein punkt auf scharia ich sag auch mein arbeitskollegen immer wieder normalerweise könnten wir alle froh sein dass der großteil der muslime keine ahnung von ihrer religion hat wenn die alle sich damit beschäftigen würden und diese die theologische also das theologische kennenlernen die hat hat dies um so ein scheiß das ist morgen wird es los geht die bündersystem morgen noch feine heute doch sogar verrückt aber auch alle wie bei dieser demo jetzt in hamburg ich wette mit dir 80 prozent von denen die da standen die sagen ja kalifat hier und da perfekt aber die wissen nicht was auf die zukunft die haben keine ahnung die leben hier so gerne in europa und in deutschland die lieben es hier aber sagen trotzdem ja allah islam allah islam aber wenn der islam hier herrscht dann ist vorbei mit denen die können dann nicht mit dilara und achmet um 22 wobei classic tankstelle ein jacky cola trinken geht nicht mehr vorbei vorbei dann ist sicher war ende gibt kein sicher war mehr keine mehr als war es richtig dann jeden tag kamelurin kein jacky cola so sieht es aus wie kamelurin ausschütten dann gibt es das nicht mehr ehrlich die muslime die haben keine ahnung wovon die reden aber man kann denen das ja auch nicht mal übel nehmen weil guck mal stell dir mal vor du bist an einem glauben so tief verfestigt und da kommt jemand und sagt dir das ist eine lüge du kannst das nicht glauben am anfang das ist schwer das auch anzuteilen und wir haben die wahrheit gepachtet und heuer nicht auf die anderen ist das ist wunderschön also kann ich kann ich kann die muslime wirklich verstehen wenn die das wenn die nicht mal daran zweifeln wollen weil irgendwo tut es ja auch weh wenn du das alles anzweifelt das was du dein leben lang kennengelernt hat ich kann das ja verstehen aber normalerweise wenn die muslime ja so überzeugt davon dass alles was da drin steht die wahrheit ist dann müssten die das doch eigentlich lesen und dabei denken ja ich habe sowieso recht aber die die müssten ja rein theoretisch keine angst haben was schlechtes darin zu finden versteht wie ich das meine ja wenn die so wenn ich die ganze zeit sagen alles perfekt alles wahrheit dann dann geh doch mal und lies das doch mal sagt nicht nur blind ja es ist die wahrheit sondern studier das mal denn das mal kennen und dann wirst du schon merken was da drin steht ja genau man muss alle muslime mal ein crashkurs in scharia geben einmal mal der hinschicken und der scharia zu leben da die werden keine zwei wochen keine zwei tage werden die aushalten keine chance natürlich nicht nein sie werden unglücklich vor allem die ganzen muslime die hier geboren sind die sind die muslime die hier geboren sind die sind mehr christen als muslime wirklich natürlich auch ungläubige freunde alles also sie haben sie genießen wochenende frei sonntag frei feiertage das genießen die hier alles weihnachtsgeld urlaubsgeld das gibt es alles hier in den islamischen ländern gibt es so einen scheiß nicht ja genau maximal und dankbar bis zum geht nicht mehr und dann wollen das system noch ändern und diejenigen die das gewährt haben dann auch noch kaputt war das kraft ist auch meine eltern die sind ja damals aus der türkei hierher gepflichtet und die haben ja damals schon gesagt passt auf bei dem islam passt auf bei den muslimen aber keiner wollte es glauben keiner wollte es hören die haben damals schon gewusst was was heute passiert nur keiner wollte es glauben die deutschen sind naiv und blind die verstehen nicht was auf die zukunft die verstehen das einfach nicht ja das ist traurig der tot der herr war das so unglaublich ja der herr hat ja auch ein anliegen das einzige was man tun kann ist weiterhin aufklären weiterhin darüber reden und fertig die muslime die sagen ja immer zu uns christen hört auf lügen über den islam zu erzählen aber das was wir machen ist die reine wahrheit wir hören auf die wahrheit über den islam zu sagen wenn die aufhören würden lügen über die bibel zu erzählen so sieht es aus selber sagen die was die wollen in einem christlichen land genau aber die spieße und in einem islamischen land das machen würden was die hier machen dann kann selber entscheiden was mit ihm passieren würde deswegen würde ich mir wünschen einmal nur ein wunsch einen wunsch aber ich habe gemerkt die iraner sind was der muslime angeht die mit am meisten kopf die haben am meisten kopf die iraner ich glaube die werden als erstes aufwachen wirklich habe ich das gefühl sie sind doch gerade total versuchte die kämpfen doch gerade im iran für ihre freiheit sie leben nicht gegen das system ein werden eingesperrt aufgang alles das ist krank ich hoffe so sehr dass wenigstens ein muslimisches land mal richtig aufwacht und man die wahrheit spricht und ich glaube es wird iran sein ich wünschte ich könnte eine rede halten oder beziehungsweise der irgendjemand der das sagen in deutschland hätte und eine rede hält im fernsehen sagt muslime ihr sagt dass der koran und die islamischen schriften gerecht sind und das alles in ordnung ist so dann macht euch gefasst morgen darf jeder der kein muslim ist an euch den fakt von eurem eigenen kalif omar ibn al-khatar praktizieren alle 20 punkte werden an euch praktiziert und sobald ihr eure hand erhebt gegenüber jemanden werdet ihr die ewigkeit geschickt mal gucken wie lange ihr das aushält wahnsinn das hat doch alles nichts mit dem islam zu tun amir die quelle die du gelesen hast musst du auf arabisch geben einmal wenn ich einen wunsch frei hätte nur den vertrag von omar schön erstmal den dauer teams die die werbung machen für den islam alle alle imame alle dauer teams alle die in youtube und überall in tik tok den islam als so eine schöne religion mehr verkaufen wollen ok kein problem mal gucken wie schön diese religion ist nur ein einziges mal damit sie das erfahren was die christin über jahrhunderte erfahren haben nur ein einziges mal damit sie vor mir weinen und sagen amir wir waren der letzte müllhaus in unseren synapsen sind der allerletzte dreck gewesen amir du hast so vollkommen recht amir bitte es tut uns doch so leid wir haben es begriffen ja unsere religion ist so aber du hast vollkommen recht gab wir haben es nicht begriffen entschuldige bitte nur ein einziges mal das an ihnen zu praktizieren einfach mal ein monat in afghanistan leben will ich mal gucken wie viele freiwillig da bleiben keiner von denen alle die europa das leben in europa kennengelernt haben die aufgewachsen sind wollen nie wieder woanders leben auf jeden fall nicht in einem scharia-staat auf gar keinen fall kann ich mir nicht vorstellen da kam jetzt vor ich glaube vorgestern gestern oder was kann so eine afghane zu stürzenberger in seine grundgebung da sagt der islam ist gut islam ist frieden und so dann sagt er ja ist das woher kommst du aus afghanistan aber was macht er dann hier ja was machst du hier wenn die afghanistan so schön ist warum bist du hier ja wegen geld und wegen nichts ja das ist unglaublich alter die kriegen hier alles in den arsch gesteckt müssen gar nichts machen und dann kommen immer mehr von denen mehr von denen aber irgendwann funktioniert dieses system auch gar nicht mehr dass jeder geld kriegen kann weil damit man damit der staat den menschen geld geben kann muss der staat erst mal geld einnehmen aber wenn so eine arbeit geht dann funktioniert das ja nicht wir haben das nicht verstanden ja das system wird weiter okay mein lieber gott segne dich und deine familie tschau arin stell mir keine frage oder ich werde eine anfrage und ich werde sie blockieren mach deine anfrage weg okay du willst dich hören ich gebe dir noch eine chance 3 2 1 okay dann musst du gehen also was hat dich dazu gefällt ja der koran hat sehr viele bestandteile die man so einfach nicht akzeptieren kann der allah behauptet dinge die absolut unwissenschaftlich sind das ist eine lüge der allah kopiert und klaut seine verse von menschen menschen haben muhammad als falschen propheten entlarvt und ja das haben wir alles herausgefunden und du warst früher mal muslim kannst du mir kurz mal zurat al fatiha rezitieren also kannst du es auswendig ja ja weiter ich kann alles suchen nicht auswendig kann so verlangst du das dann von mir ich wollte nur bestätigen also wirklich mal ex muslim warst du verstehst du hast du die bestätigung wenn jemand diese blöden sachen auswendig gelernt hat das dann für dich ex muslims sein nein ich wollte mir einfach so sicher gehen weil es gibt so viele leute die behaupten die werden ex muslime aber lügen dabei sowas was ich meine ja also ja das wollte ich einfach nur wissen und kannst du mir mal ein paar werse sagen die für dich keinen sinn gemacht haben oder was heißt sinn gemacht du siehst du dass der koran ein einziger widerspruch in sich selber ist zum beispiel zum beispiel zu 5 vers 14 sagt allah dass er hass und zwietracht zwischen den menschen stiften will und dann sehen wir dass genau das gleiche machen will hass und zwietracht sehen zwischen menschen kannst du mir den vers vorlesen ja suche 5 vers 14 kombination mit suchen 5 vers 91 ich guck mal kurz selber eine minute 5 vers 14 ja aus 5 vers 14 und suche 5 vers 91 sowas und zwar nur ein Gänser. Gänsebraut. Wie heftig sich das handelt, ne? Ey, mach dich nicht lustig darüber. Ja, aber dein Gott dann betet, ist dir das nicht aufgefallen? Wenn Allah, wenn der Koran das direkte Wort Gottes ist, dann betet dein Gott, ja. Mein Gott betet? Ja, natürlich betet dein Gott. Wie, der betet was? Ja, Surat al-Fatiha, ist doch ein Gebet, oder nicht? Du meinst, dein Gott betet? Nein, dein Gott betet, wirklich. Was, Jesus fiel auf die Schirme und betete zu Gott? Ja, richtig, mein Gott wurde ja auch Menschen, hat zu seinem Vater gebetet. Beten heißt er kommunizieren. Zu wem kommuniziert denn Allah, wenn er der einzige Gott ist? Ja, ja, warte mal ganz kurz. Kannst du mir kurz mal Dings erklären, die Trinity, oder? Ja, aber warte mal, du wolltest doch gerade eben was prüfen, hast du das jetzt geprüft? Ja, ich hab's gelesen, aber ich hab nicht verstanden, was daran falsch war. Ach so, kannst du das mal bitte vorlesen, dann kommen wir erstmal zusammen durch. Ich hab's auf mein Handy, Bruder, ich hab kein Koran von mir. Ja, du hast bestimmt noch ein Ersatz-Handy oder Internet. Nee, hab ich nicht. Nee, hab ich nicht. Nee, hab ich nicht. Schwör auf Allah, dass du kein Tablet und kein Dings hast. Ich schwör, oh Allah. Du hast nichts, wo du jetzt ins Internet gehen kannst. Doch, mein Handy nur, halt. Oder mein Fernseher. Und nicht an... Soll ich jetzt über mein Fernseher oder was? Warum lügst du? Warum lügst du gerade so? Hä, wieso lügen? Wobei willst du's wissen? Hast du kein Tablet, Laptop oder irgendwie sowas? Nein, Bro, hab ich nicht. Schwör auf Allah, dass du sowas nicht hast zu Hause, wo du jetzt grad bist. Hast du mich verirrt? Ich hab doch Freund. Oh Allah, hier. Oh Allah, reizt ich mir nicht. Sag, ich schwör auf Allah, dass ich nicht ins Internet gehen kann. Ich kann aber nur mein Handy, Bro. Ich kann aber nur mein Handy. Was war jetzt daran falsch? Ja, der Allah sagt in einer Sura, in Sura 5, Vers 14, dass er derjenige ist, der Hass und Zwietracht zwischen den Menschen stiftet. Und dann sehen wir genau die gleiche Eigenschaft, dass Satan das macht. Satan will also Hass und Zwietracht zwischen den Menschen stiften. Warte mal ganz kurz. In Sura 5, Vers 91, also allgemein im Islam, natürlich kam nur, also Satan stiftet immer zwischen den Menschen Unheil, sozusagen. Also Hass und Feindschaft, richtig? Bitte? Hass und Feindschaft zu stiften, die Eigenschaft des Teufels, ne? Natürlich, Bro. Dankeschön. Danke, Bro. Danke, Bro. Bro. Ich hab dich erwischt. Ich hab dich erwischt. Ich hab dich erwischt. Du kleiner Kasaui. Blendaui. Wie der mich noch so beleidigt in den Kommentaren. Da komm ich genau da rein. Kleiner Lümmel, du. So, was ist denn hier passiert in der Zwischenzeit, wo ich weg war? Haben wir die 200.000 vollen denn noch nicht? Ja. Ich denke, es wäre besser, wenn ich da war. Da. 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 Das gleiche Wort wird im Koran benutzt, aber da übersetzen sie es mit Säge. Heftig, das ist halt auch euer Sahidi, das ist echt heftig. Natürlich, das ist von Bukhari, Al-Adab al-Mufraat ist von Bukhari. Okay, ja, das ist heftig. Und die Muslime sagen immer, Allah ist nur am Beten für den Propheten. Der schwört auf seinen Propheten, der betet für seinen Propheten. Also mir kommt es so vor, als wäre Allah die Sprechpuppe von Mohammed. Ja, und die Muslime sagen immer, Zwin hat Jesus gebetet, ne? Das ist halt auch... Ja, ist ja lächerlich, ganze Welt, ganze Welt nacht über. Alle lachen über den Islam, alle lachen über den Koran. Alle haben herausgefunden, dass der Islam ein Witz für die Muslime, wollen das noch nicht wahrhaben. Naja. Einfach nur Märchengeschichten. Märchen, Märchen, Märchen. Märchen, Märchen, Märchen für das Märchen. Ja, ist doch lächerlich. Also wenn man sagt, das Schlimme ist auch noch, dass der Allah, der macht ja so einen riesenwissenschaftlichen Fehler ohne Ende. Ein, 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 wie sagt man das so, so eine Masse, die sich dann formt und später wird aus dieser weichen Masse, bildet sich dann Knochen, nicht zuerst Knochen und dann bildet sich das Fleisch da rum. Und das ist völliger Blödsinn, Mann. Welcher Wissenschaftler würde sowas bestätigen, Mann? Also hat die Frau erstmal so ein Skelett da drin, eben auch im Bauch? Armin hat gesagt, wer zuerst kommt, dem wird das Kind edeln. Sehr gut. Ja, 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 das Ding kenne ich auch. Armin, weißt du mal, diese Hadith, wo Mohamed die Kleider von Aisha angezogen hat und sich dann ins Bett gelegt hat? Wie heißt man diese Hadith? Ja, ja, warte. Ich kenne es noch keine besseren, äh, ja, auch im Bauch zu mir in den Kleidern von Aisha. Mohamed, weil du Pranz, Pranz. Ja, wie war es so gekommen, was es hält? Also was versuchte denn in den Kleidern von Aisha? Aber Mohamed war schon ein bisschen bi, auch, weil der hat doch, äh, der hat doch einen Jungen geküsst, ne? Ja, die Zunge in den Mundkuss. Ja, der hat dann reingesteckt, ja. Also wo ist das? Ähm, das mit den Kursstätten Al-Adab, Al-Mufrat, 1183. Ah, das ist aus dem Bleistchen, warte mal ganz kurz hier. Ach, hier hat es einer reingeschrieben, Al-Adab, Al-Mufrat, 600, mit euch das Kleidung. Ja, 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 dann ist es da, bitte. Okay, danke. Ja, gerne. Die Zunge, Dr. Ferra, Al-Mufrat, wir und sein Team sind sehr, sehr gut dabei. Ach, Armin, ich bin auch in deiner WhatsApp-Gruppe, aber da ist nicht so viel drin, also das sind nicht so viele Quellen, irgendwie. Weder sind nicht so viele Quellen, irgendwie. Also das sind irgendwie nur acht oder neun Bilder oder so. Acht oder neun Bilder? Ja. Nein, nein, nein. Das sind gar nicht, gar nicht. Ich glaube auch, ich habe irgendwas falsch gemacht oder so. Ah, egal. Okay, Armin, danke. Ich gehe dann raus. Aber euch auch? Warte mal, das Problem ist, ich glaube, WhatsApp löscht das dann irgendwann mal nach einer Zeit, ne? Wenn auf einmal Leute dazu gekommen sind. Ich weiß, ich habe mich auch gewundert. Komisch. Ach so, kommt auf an, wann du reingekommen bist? Oh, mhm. Naja, egal. Okay, mein Lieber. Okay, danke, Armin. Ciao. Warte, sehr gerne. Ciao. Ja, keine Ahnung. Ich habe mal, als ich den Kanal erstellt hatte, war dann auf einmal irgendwie so ein Text dort geschrieben. Es kann sein, dass dann nach einer Woche oder zwei Wochen die Sachen dann gelöscht werden. Bei mir sind Philipp bei Ihnen. Man sieht alles ab Oktober. Ja, okay, dann ist gut. Heftig. Ja, aber so lange gibt es den Kanal doch gar nicht. Ich hoffe, es soll dann was sagen. Wann habe ich den Kanal denn gegründet? Danke. 26. Oktober. Ah, okay. Hammer. Der ist schon so lange da? Wahnsinn. Ja, da habt ihr ein Sammelsurium von ganzen Beweisen gegen den Islam. Das ist wonderful. Ich habe mir überlegt die ganze Zeit, ob ich auch mal so ein Vermächtnis hinterlassen sollte. So meinen Weg, was mich alles so bestürzt hat und so. Einfach mal alles so in ein Buch verpacken für die ganzen Leute. Das wäre heftig. Ich brauche aber jemanden, der mir dabei hilft, dein Buch zu schreiben. Der mit mir so ein ganzes Skript durchgeht. Das wäre schon nicht schlecht. Ich schreibe gerade eins. Du schreibst gerade eins? Der Uwe schreibt U. Ah, nicht schlecht. Du schreibst gerade eins bis die P. Ich habe auch nicht schlecht. Ja, ich brauche die Hilfe auf jeden Fall von Hansi. Dann klappt das am besten, wenn der mir hilft. Luger, Luger, Lugner, Lug. Du bist Luger, diese Luger, Luger. Alles auch noch in der Tittich. Der ist nix gesagt, diese. Hansi, ich brauche Hilfe von Hansi. Hansi, hilf mir. Luger. Der kennt nur Luger. Einzige, was er kennt. Du Luger, unauthentisch und nass. Gottes Segen, Amir. Warte, ich gehe ins Auto. Da wird es leiser. Warte eine Sekunde. So. Also, die Muslime, Amir, die haben mich auf die beste Idee der Welt gebracht. Die haben gesagt, du darfst nicht den Internetseiten vertrauen, sondern du musst die Bücher lesen. Und dank Google Lens können wir die PDF-Bücher, die du dir runterladen kannst oder im Internet kaufen kannst, können wir die komplett übersetzen. Du scannst die Seite und er übersetzt dir das. Und wenn du zum Beispiel ein Hadith liest im Internet, du liest nur den Hadith, aber die Bücher, die sind ja viel schlimmer, weil die Bücher geben dir den Bezug zum Koran und Sunna. Und warum? Zum Beispiel, ja, zum Beispiel diese Abt Abdini, das ist ein Großgelehrter aus dem Osmanischen Reich. Du kennst diesen Hadith, wo man gesagt hat, ein Mädchen muss nur dick genug sein. Ist egal, wie alt sie ist. Zum Beispiel, das habe ich jetzt, das Buch habe ich mir gekauft, so als PDF. Und im Buch erklärt der Gelehrter, warum er das sagt. Und er geht auf den Hadiths an, dass Aishaya gemestet wurde und unreif war. Und aufgrund dessen kann er behaupten, dass man das machen darf. Das heißt, dass die Musik... Die Grundlage für die ganze... Die Idee gebracht haben, die Bücher zu lesen, ist viel schlimmer als die Internetseiten. Ja, natürlich, das helft nicht. Wenn du halt so die Auslegung, die vier Bücher, da können die nichts mehr sagen, bei Hadiths können die was sagen, aber wenn zum Beispiel diese Auslegungsbücher im vierten, dann ist Feierabend. Das hat mir auch ein Kollege erklärt, der sich sehr gut dem islamischen Recht auskennt. Er meinte, wenn du die Muslime bekommen willst, dann musst du mit den vierten Büchern kommen. Und da können die nichts mehr sagen, weil das dann so verankert ist, verstehst du? Das ist so fest verankert. Da gibt es keine schlechte Übersetzung und du hast den Hadiths nicht verstanden. Nein, die Gelehrten sagen ganz klar, man darf, weil es Mohammed gemacht hat. Und sie beziehen sich auf Koran und Sunnah. Da gibt es gar keinen Spielraum mehr. Und da dachte ich mir, jetzt hast du so viel Zeit verschwendet. Ich habe so viel Zeit mit Sunnah.com verschwendet, ich hätte direkt die Bücher alle holen müssen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt nimmst du alles und pack sie in ein PDF-Buch und stellst es kostenlos ins Internet, kann sich jeder runterladen. Und dann haben sie so eine Art Waffe in der Hand, so eine geistliche Waffe. Und da sagen sie so, wenn ich jetzt in Debatten gehe, zack, wie zum Beispiel der Abu Bekrat, der ja debattiert hat mit mit diesem Heuchler-Muslim, ich weiß nicht, wie der heißt, der mit den ganzen, Isan Bayern. Isan Bayern hat gesagt, die Allas-Körperteile sind nicht wirklich, aber wir haben Großgelehrte, die alle sagen, man muss das genauso nehmen, wie es Allah sagt, und zwar Wort für Wort. Zum Beispiel, da kann man aus den Fickbüchern zeigen, dass die Großgelehrten sagen, Allahs Hand ist Allahs Hand. Da gibt es nichts zu dribbeln. Genau. Allein, dass der Thron von Allah auf dem Wasser ist, sagt uns schon, dass das nicht seine Macht ist. Allahs Thron ist ein wörtwörtlicher Thron. Wer hätte ich auch? Der schlagt doch der Koran in Suche 11, Vers 7. Und sein Thron ist auf dem Wasser. Wie ist das metaphorisch gemeint? Auf dem Wasser. Nein, wie Satan, der hat ja seinen Thron auch da. Ja, genau. Die sind Nachbarn. Die sind Nachbarn. Die sagen, guten Morgen. Hi. Hi. Na, heute schon die Dämonen auf die Ungläubigen gehetzt. Die kommt noch. Okay, Urbain. Ja. 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 Zinno. Das ist der Standardsohn. Das ist heftig. Das sind hier, in dem Video sind es acht Afrikaner und bei Allah in Suche 69, Vers 17 sind es acht Engel. Ist das krank? Warte nochmal. Ihr müsst... Leute, ihr müsst euch das Bild nicht vorstellen, wie auf einmal so acht Engel das tragen und dann kommt diese Musik. Hör mal. 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 wieder rausgeholt. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Da seht ihr, dass die Engel, wenn also die Maturidia und die Sufi-Sekte und wie die alle sich dann nennen, also die Aschari, die Maturidia und Sufis und so, die ja Allah nicht mit Körper teilen, also wollten wir nicht das Ganze nehmen, sondern als metaphorisch sehen, bleibt trotzdem der minimale Fakt, dass acht Engel den Thron von Allah tragen. Wenn es also nach der Auffassung dieser Maturidia geht und Aschariah und wie die sich alle nennen, dann heißt es, dass acht Engel die Macht von Allah tragen. Die Engel tragen die Macht von Allah. Sehr schön. Sehr gute Auslegung. Sehr gut. Aber wie hilft es sich? Da knackt so der Thron, wenn Allah sich da drauf sieht. und dann macht das so, klack! Hey, hey, hey! So, wir müssen wieder zu unserem Piervogel gehen. Wir vorgehen. Soll ich jetzt nicht auf mein Thema eingehen? Guck mal. Ja, Thron bedeutet nicht einen physischen Thron. Checkt ihr das nicht. Guck mal, ich würde dir einen Reitschlag geben. Einen Reitschlag, würde ich geben. Ja, jetzt reagiert der Piervogel auf sogenannte Acharya, glaube ich, der den Kommentar verfasst hat. Mal gucken, was der zu sagen hat, der Piervogel. Wenn du gar keine Ahnung hast, diskutiere einfach nicht. Danke schön. Das Problem von vielen Muslimen, die mit Christen diskutieren und auch gar keinen Plan haben. Du hast ja noch nicht mal einen Plan über deine eigene Akita. Ja, hättest du mal, du hast doch am meisten Plan. Du tust doch immer so, als hättest du den übelsten Plan von allem und jedem. Komisch, sehe ich dich nicht einmal gegen irgendjemanden, der sich mit beidem auskennt in einer Debatte. Einfach mal eine normale Diskussion, das muss ja noch nicht mal als ein Spektakel sein. Aber dass du mal wenigstens irgendjemanden mal hochholst und mit ihm mal redest, so wie wir das alle machen. Hast du ein Ego-Problem oder was, Piervogel? Hä? Hast du ein Ego-Problem oder was, Piervogel? Kannst du nicht irgendjemanden mal hochholen, mit dem einfach mal normal reden? Bist du nicht bereit, so dich Fragen zu stellen? Auch kritische Fragen, die problematisch sind für dich. Wo ist das Problem? Alle gehen wir auf irgendwelche Fragen ein. Wir sind auch nicht allwissend, aber wir stellen uns einigen Fragen. Und jetzt, wenn du mal etwas nicht weißt, heißt es doch noch lange nicht, dass du jetzt irgendwie ein Idiot wärst oder was. Aber dass du dich noch nicht mal traust, mit Leuten zu diskutieren, die Ahnung haben. Das ist eine Schande, das Mann. Aber selber stellst dich immer als jemanden da, der übelst Ahnung von allem hätte. Du gerade sagst, widerspricht doch der Aschai und Maturidi Akida. Es geht ganz klar aus Hadithen hervor, dass der Thron physisch ist. Es gibt eine Meinungsverschiedenheit untergelehrte, was das Erste ist, was Allah erschaffen hat. Den Thron oder den Kalam. Das ist eine Meinungsverschiedenheit. Der Thron wird sogar mit Größen angegeben, mit authentischen Hadith. So, von daher, was du gerade erzählst, hat kein Hand und Fuß. Das Problem liegt darin, was man mit Istiwa, wie man das interpretiert. Die Aschari und Maturidiyah sagen dazu, Istola hat den Thron erobert. Dann sagen wir, von wem hat er den erobert? Hat er vor jemand anderem gehört? Der Thron wurde erobert. So sind die Maturidiyah und die Aschariah. Also, wenn ich mich weiter mit dem Islam beschäftigt, also, wo ich mich mit dem Islam beschäftigt habe und auf dem Weg war, so richtig frommer Moslem zu werden, habe ich mir nur gedacht, dass es nur einen Weg gibt. Und ich habe sofort gemerkt, dass diese ganzen Sekten wie Aschariah, Maturidiyah und so nicht auf dem richtigen Weg sind. Man merkt, dass eigentlich die Basis für den Islam eigentlich der Weg der Salaf ist, der Salaf Salihin. Und diesen Weg wollte ich dann irgendwann mal auch gehen, aber da habe ich gemerkt, ach du Heilige, das ist nicht mehr normal. Das ist keine normale Religion und dann die ganzen Sachen, die ich dann herausgefunden habe, habe ich gemerkt, aha, der Allah ist nicht Gott. Mohammed war niemals ein Prophet und die ganzen Tafsire geben uns auch noch recht. Und die Muslime verschweigen das, wollen das nicht thematisieren und, und, und. Behörte doch Allah schon immer. Und die Salafis sagen das, was die Salafis gesagt haben, die ersten drei Generationen, das kannst du in Bukhariki, Tabdauhid nachlesen, das Istiwa, Irtafa'ala heißt, was unter anderem von Mujahid dem Schüler von Ibn Abbas überliefert wird. Deswegen bitte, tu mir einen Gefallen und rede nicht über solche Sachen. An dieser Stelle wollte ich dich auch aufklären. Marcel Kass übrigens, glaubt dasselbe. Er glaubt, dass Istiwa, Irtafa'ala heißt, dass Allah sich über den Thron erhoben hat, auf eine Art und Weise, wie es zu seiner Majestät passt. Was passt zu seiner Majestät? Leysa kemizli, nichts ist ihm gleich. Nichts und niemand ist ihm gleich. Nichts und niemand ist ihm ähnlich. Kann Allah Istiwa machen, sich erheben, ohne dabei jemandem ähnlich oder gleich zu sein? Natürlich, genauso wie er sehen kann, ohne dabei bei seinem Sehen. Genau. Und kann auch Gott Mensch werden, wenn er möchte? Absolut. Siehst du? Und das hat er auch bewiesen. Und das sagt er auch durch die Propheten, Zacharia, Misha und Jesaja, Jeremia, alles vorhergeschrieben. Die Propheten haben davon geredet. Kommt und guckst du. Das sagt er. Und doch, gehen wir alle mal auf. Morgen. Ach so, ich bin ein Weißer. Guten Morgen. Das sind die Weißer. Willi, vollstamm, Willi, vollstamm, vollstamm. Schick mir direkt eine Match-Anfrage. Match, Match, wir wollen Geld, Geld. Wir wollen Geld, Geld. Bitte, bitte, spenden, spenden, weil ich brauche Geld. Ich bin ein Cyber-Baddler. Ein Cyber-Baddler. Jetzt, jetzt alles mal neun. Bitte, schick mir Rosen. Oh, ja, Rosen. Oh, alles mal drei. Alles mal drei. Oh, Booster einmachen. Leute, aufpassen. Die machen Sniper, Sniper. Ich habe in meinem Leben nichts Verstörendes. Okay, es gibt schon verstörende Sachen auf der Erde, aber dass diese Leute hier reinkommen und einfach Cyber-Baddler sind, das ist so krass. Es ist nichts anderes als diese, kennt ihr, wenn ihr nach Lidl geht, da sind ja auch diese Bettler-Mafia, die dann zum Beispiel da an diesen Einkaufswagen stehen und extra so den Einkaufswagen für dich aufmachen, damit du denen so die 50 Cent gibst. Ja, und dann schwingen die sich, machen die sich fertig und dann sagen die alles mal neun. Ihr Einkaufswagen ist dann ihr TikTok-Account. Das ist so schrecklich, das ist einfach so schrecklich. Das ist herriger. ...jemandem ähnlich zu sein, genauso wie er hören kann, ohne dass sein Hören der Schöpfung ähnelt, so genauso wie er sprechen kann, ohne dass sein Sprechen der Schöpfung ähnelt, genauso wie er lebt, ohne dass sein Leben der Schöpfung ähnelt. Das ist die Akida der Salaf. Und ich würde dir vorschlagen, rede bitte nicht ohne Wissen, denn es ist ein ganz klarer Konsens, dass der Thron ein Geschöpf von Allah ist. Habt ihr das gehört? Und das ist das Verständnis der Salaf und das, was Mohammed und die Sahaba geglaubt haben. Dass der Thron physisch ist und nicht seine Macht darstellt. Weil, wie ich euch das gerade eben erklärt habe, dann tragen ja acht Engel die Macht von Allah oder wie oder was. Wenn die das so metaphorisch sehen. Ist doch Quatsch. Kann ja jeder von euch nachschlagen. Hier, guckt mal. Surah 69, Vers 17. Wir gehen mal zu Surah 69, Vers 17. Und die Engel befinden sich an seinen Seiten und den Thron deines Herrn werden über ihnen am Tage acht tragen. Seht ihr? Acht Engel werden den Thron von Allah tragen. Wenn also das, wenn der Thron die Macht von Allah ist, dann tragen die Engel die Macht von Allah. So ist das richtig. Ich bezeuge Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen. Ja, unsere Schahada ist folgendermaßen. Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und ich bezeuge, dass der ewige Sohn Gottes, Jesus Christus, Mensch wurde, um für unsere Sünden zu bezahlen. Ende. Kurz und knapp. Kurz und knapp. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala Ort und Zeit geschaffen hat, dann ist er unabhängig davon. Ist er ja auch. Haben die Salafis was anderes behauptet. Das heißt, ihr, weil ihr nichts kapiert, interpretiert ihr irgendetwas in unsere Aussagen rein, um uns dann zu Kuffah zu erklären. Allah ist an nichts gebunden. Hat auch keiner gesagt, dass Allah an irgendetwas gebunden ist. Und benötigt nicht. Hat auch von uns niemand gesagt, dass Allah irgendetwas braucht. Auch keine Zeit und kein Ort. Kein Mensch hat das gesagt. Aber Allah macht doch was er will. Oder bist du anderer Meinung? Der braucht keine Zeit und keinen Ort. Aber trotzdem kommt er in jede Nacht und in den untersten Teilen des Himmels, um die Gebete besser zu erhören. Habt ihr schon mal sowas gesehen? Das sagt uns Mohammed. Damit, dass er in den untersten Bereich der Himmel kommt, um die Gebete seiner Diener besser zu hören. Ist das zu fassen? Der Allah kommt immer in seine Schöpfung hinein, um die Gebete von den Muslimen zu erhören. Das ist doch krank. Weil Allah da, wo er ist, die Gebete nicht gut hört. Deswegen muss er immer in den unteren Bereich des Himmels kommen, um die Gebete zu erhören. Ist das krank. Und dann debattiert der Mohammed sogar noch mit Allah und versucht ihn zu überreden. Und hat ihn auch überredet. Da hat er zu ihm gesagt, ja komm, jetzt mach mal für unsere Leute 20 Gebete. Dann sagt er, das werden sie nicht schaffen. Und dann debattiert der Allah ernsthaft mit Mohammed. Bis der Allah runterzieht auf 5 Gebete pro Tag. Ist das zu fassen? Und darauf beruht diese ganze Religion. 5 Gebete pro Tag. Obwohl der Koran sagt, 3 mal am Tag beten. Ist das zu fassen? Die Hadith sind höher als die eigenen Worte ihres Gottes. Weil der wahre Gott Mohammed ist. Das ist das. Immer und immer sehen wir das. Ohne Jesus Christus gibt kein Leben. Ja genau, weil er das Leben ist. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Was für eine gewaltige Aussage. Wenn wir also in den Tod gehen, werden wir leben, auch wenn wir sterben. Wahnsinn, ne? Der Herr Jesus Christus gibt uns Garantie. Heilssicherheit. Heilsgewissheit. Ja. Dann machen wir das Brief vorbereitet. Du wirst erfüllen. Und zu dem, was er machen wollte, ist, dass er ist die Wahr gemacht hat. Ist die Wahr. Dass er sich über seinen Thron erhoben hat. So wie es im Bukhari in Kedil. Habt ihr das gerade gehört? Allah will sich über den Thron erheben. Mal gucken, wer in der Bibel sich über den Thron erheben möchte. Jesaja 14. Schauen wir mal. Was die Bibel zu dem Thema sagt. Wer sich über den Thron erheben will. Hä? Schauen wir mal, wer Allah ist laut Bibel. Jesaja. 14. Denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel wieder erwähnen und sie zur Ruhe bringen in ihrem Land. Und der Fremdling wird sich ihnen anschließen unter den Jakobsdenken gehen. Und die Völker werden sich ihrer annehmen und sie an ihren Ort bringen. Und das Haus Israel wird sie am Land des Herrn als Knecht und Mägde erheben. Und es wird geschehen an dem Tag, an dem Herrn die Ruhe, Unruhe. Die Pressung aufgehört. Man bricht in Jubel. Man bricht in den Tag. Man bricht in den Tag. Man bricht in den Tag. Herr Those friends, die ist gleich cool? Hallo. Hallo, mein Lieber. Hurraus? Is das so nice? Peace out, der andere Nummer. Hallo. Hallo, mein Lieber. Hurraus? 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 Ahhhh Guck mal her Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Hiermit ist Lucifer gemeint Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhören und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden Heftig, ne? Allah will sich über den Thron Gottes erheben und Lucifer will sich über den Thron Gottes erheben Wer ist Allah? Wer ist Allah? Seht ihr, wie die Bibel uns warnt? Seht ihr, wie die Bibel uns warnt? Allah treibt ja sein Unwissen hier auf der Erde Heftig, ne? Dieser Allah treibt sein Unwissen hier auf der Erde Das ist die alte Schlange, die aus dem Paradies geschmissen wurde Lucifer Samt seinen Engeln und seinen Dämonen Und sie sind hier auf der Erde und lassen sich von 1,6 Milliarden nimmer anbeten Das ist Wahnsinn Versteht ihr jetzt? Meine Sorge Wie besorgt ich um die Muslime bin? Wen sie da eigentlich anbeten? Als ich das damals alles herausgefunden habe Ich war so schockiert Ich so, das ist ja der absolute Da sagt die Bibel uns eindeutig Wer dieser Allah eigentlich ist Und wer Mohammed die ganze Zeit ist Der wird ja Der Herr Jesus Christus geht ja auf den falschen Propheten ein Der in Schafskleidern zu uns kommt Inwendig aber ein reißender Wolf ist An seinen Früchten werden wir ihn erkennen Und dann sehen wir auch in Offenbarung 2010 Dass der falsche Prophet und der Drache Sinnbildlich auch die Schlange ist In den Feuersee geworfen wird Wo sie gepeinigt werden Von Tag bis Nacht Von Ewigkeit zu Ewigkeit Und dann siehst du auf einmal Das arabische Wort für Allah Ähnelt ganz stark einer Schlange Das ist so krank Dann verstehst du Wer eigentlich Allah ist Sobald du dich mit diesen ganzen Themen auseinandersetzt Oder mit den ganzen Die ganzen Verse dann liest Und dir das mal auch Gott ist Kommission Genau, richtig Dass der Allah der beste Betrüger ist Ja, das sind keine Eigenschaften Gottes Betrüger zu sein Ja Auch noch, dass Gott von sich selbst sagt Ich bin der beste Betrüger Ja, wundervoll Gottes Segen Armee Gottes Segen Armee Ganz kurz nur Ich bin sofort wieder raus Mir ist da gerade nur eingefallen Der Schriftzug Also der Namenszug von Allah Der gleich schon der Schlange Natürlich, hab ich doch gerade eben gesagt Das ist heftig Das war ja perfekt wie die Faust aufs Auge Ja, genau Als Ischam auf dem Paradies erschließen wurde Und der Lucifer in Jesaja 14, 12 Sich über den Thron Gottes erheben will Und Allah seinen Thron über Also der will sich über den Thron erheben Wer will sich laut Bibel über den Thron erheben? Ja Es ist nur Satan Allah ist Satan Nur Satan Aber guck mal Es sind so Ich verfehle es manchmal nicht Es sind so offensichtliche Beweise Es ist zigtausendmal von euch Gezeigt worden Wo was steht Und wie und was Und was Die nehmen da nichts von an Das ist wirklich nur stolz Angst Angst aus Auszutreten Von wegen der Familie Und Freunde und so Die lassen sich also nur mitreißen Und jetzt kommt der ein oder andere Muslim Und sagt Ja Amir Warum würde jetzt Allah sagen Dass wir nicht dem verfluchten Satan folgen sollen Wenn Allah Satan selber ist Ich sag dir wieso Wenn zwischen den Zeilen Immer wieder Gift eingestreut wird Und du weißt wie listig Satan ist Wenn er sagt folgt nicht Satan Er aber euch reinlegt Und sagt Ihr folgt mir schon sowieso Und der zwischen den Zeilen Den Muslimen immer wieder Gift gibt Dass die Juden Christen unterdrücken Nacken therapieren So ein Schutzgeld erpressen Woher kommt sowas? Verstehst du? Ja Wenn man da mit offenen Augen mal drangeht Wenn man da mit offenen Augen mal drangeht Oder so Es ist unheimlich 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 Und dass sie das nicht verstehen Es ist nicht zu verstehen Dass sie so geblendet sind Deswegen bleibt mein Titel Von meinen Livestreams Immer aktuell Immer Jesus ist Gott Allahi Satan Absolut 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 Wenn man Absolut Absolut Ganz neutral Ganz neutral Ganz neutral Ganz neutral gesehen Absolut Absolut Alles klar Ich bin wieder raus So Gut ist es gegen dir Und mach weiter Ich hör zu Weiter No hey Danke Tschau 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 Hallo 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 Was war das? Er hat den Jibril gesehen Oder was? Hat er wieder Jibril gesehen? War er wieder Jibril unterwegs? Hat ihn gewirkt? Ich kann nicht lesen Ich kann nicht lesen Nein Warte ich muss noch mal dieses Lied Stellt euch das bitte vor Hey Leute Ihr müsst euch das noch mal vorstellen Bitte Wie auf einmal diese acht Engel Wie diese acht Engel Oder was ist das denn? Ich bin der letzte Wolltrag Na? Haha Aber wie warst du? Hah Och Au Oder wie warst du so? Hör Hahaha 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 Wie wisst ihr euch, dass man es so friedlich vorstellt? Woher war der Thron so? Witz der Allah, sich das auf den Thron. Ich halte dich schwer. Hört ihr mich überhaupt? Okay, alles klar. Ich habe den rausgetan. Hat der überhaupt geredet, der Typ? Ich bin hier einfach auf dem Berg und ihr hört mich immer noch. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt besser, okay. Hat der was gesagt, dieser Yama? Yama-Lama-Ding-Dong? Yama-Lama-Ding-Dong-Song hat der was gesagt, der Yama-Lama-Ding-Dong? Yama-Lama-Ding-Dong? Hast du was gesagt? Ja, du Padamalat, ich habe geredet. Ja, was willst du denn? Was willst du? Yama-Lama-Ding-Dong? Was ist denn? Was nervst du denn, Dr. Scheram, Amir? Was geht, Amir? Jeden Tag bist du mich am beleidigen, was ist denn? Ach, Amir, weil du meine Religion beleidigst, da rastet man immer aus, weißt du? Ist das nicht lustig, wenn acht Engel Allahs Thron tragen und dann auf einmal sehen, dass acht Afrikaner auch einen Thron tragen? Guck mal, Amir, Amir, du hast vielleicht viel Ahnung von Religion und so, ja, aber du drehst alles immer um, auf jeden Fall. Und ich habe selber christliche Freunde, Bruder, richtige christliche Freunde habe ich, verstehst du? Ja, aber wie kannst du denn christliche Freunde haben, wenn Allah sagt, dass er sie nicht haben sollt? Die christlichen Freunde, die ich habe, die sind nicht geupdatet, weißt du, was ich meine? Die sind nicht geupdatet? Die sind nicht geupdatet, die wurden nicht von Amir geupdatet. Ja, aber gibst du denn jetzt einen neuen Update? Ihr habt doch einen Update, okay, darfst du dir eine Frage stellen, Amir? Da, Amir, darfst du eine Frage stellen? Ihr habt mir die mal im Zweck. Amir, komm, ich frage dich eine Sache, okay? Ich habe mich letztens gefragt, ob Christen Schweinefleisch essen dürfen. Darfst du dir die Gedanken über Schweinefleisch? Warte, 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 ich habe es gegoogelt. Das war einfach so, weil das irgendein christlicher Stream oder so hat darüber geredet gehabt und da war eine komplett falsche Aussage. Auf jeden Fall, wenn man Google zum Beispiel fragt, in Google steht, ein Christ darf kein Schweinefleisch essen. Vers 7.11. Kannst du mir das erklären? Was hast du gesagt, wenn sie von 11... Egal, welchen Christen ich frage, der sagt, die dürfen essen. Aber laut Bibel, laut Google oder so steht, die dürfen nicht essen. Verstehst du? Ja, laut Google ist Mohammed ein falscher Prophet. Guck mal, wie du jetzt kommst. Man merkt schon, du bist ein Kind im Kopf. Ein iranischer Kind, der gar keinen Plan hat. In deiner eigenen Heimat würdest du aufgefressen werden. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wer ist hier ein Kind? Du bist ein Kind. Kannst du nicht wie ein Erwachsener antworten? Du sollst geboxt haben oder was? Ich antworte nicht wie ein Erwachsener, aber kannst du denn nicht wie ein Erwachsener einmal durchgehen? Einer, der geboxt hat einmal in der Disziplin, der hat Anstand der Presse. Gibt es einfach bei Google ein Schweinefleisch Christstum und dann steht da, die dürfen nicht essen. Und dann sagst du, seht ihr, die dürfen nicht essen. Aber ich habe es gegoogelt. Dein Google, ein anderer Google oder was? Ja, ich habe auch gegoogelt, dass Mohammed ein falscher Prophet ist. Stimmt das jetzt, was Google sagt? Ich sage jetzt nicht über Jesus, weil Jesus ist auch unser Prophet, weißt du. Aber so ein Mensch wie du, Walla, so wie du hier ankommst, du solltest dich schämen. Deine Eltern würden sich für dich schämen. Jeder schäme sich für dich. Jeder Iraner, den ich kenne, schäme sich für dich. Ey, ich kenne viele Iraner. Wir haben viele iranische Freunde in unserer Familie. Diese ganzen Iraner schämen sich für dich. Jesus schäme sich für dich. Jesus schäme sich sogar für dich. Jesus schäme sich sogar für dich. Mann, nerv mich nicht hier. Unglaublich. Wie, der mich nervt. Ja, der versteht einfach nicht, dass der Herr Jesus Christus ja den neuen Bund eingeläutet hat. Der alte Bund ist ja mit Israel geschlossen. Und das Volk musste sich absondern von den anderen Völkern. Meinst du, der Typ hat einmal alter Bund, neuer Bund? Mal nachgegoogelt, mal was das ist. Der benutzt Google und liest Google, also das, was Google da ausspuckt, wie in Isam Bayan. Dead Sea Scrolls, äh, alles fake. Und dann klickt er auf den Artikel und sagt, siehst du, Amir, alles fake. Seht ihr, was Muslime machen, ihr Lieben? Habt ihr gesehen, sie gucken nach dem ersten Begriff, was Google ausspuckt und dann sagen die, ja, Google hat es gemacht. Google hat es gesagt. Habt ihr was Verstörenderes als das gesehen? Also wenn ich doch etwas herausfinden will, warum Schweinefleisch verboten war und im Neuen Testament der Herr Jesus Christus mit dem neuen Bund das Ganze uns dann auflöst, ja, und den neuen Bund einleitet mit allen Heidenvölkern. Das darf man doch nicht durcheinander bringen, das muss man auseinanderhalten. Alter Bund Israel, neuer Bund Eidenvölkern. Aber Hauptsache, Prophet Google, äh, Friede und Segen sei auf ihn. Hat geantwortet. Amir, ich habe gegoogelt. Ich habe gegoogelt und Google sagt, äh, Schweinefleisch ist verboten Christentum. Das war's. Ja, was ist da mit alter Bund, neuer Bund? Hast du dich schon mal damit beschäftigt? Weißt du, was das überhaupt ist? Ja. Ja, es ist traurig. Das ist der Zustand, genau wie Isam Bayan. Millionen von Muslime sind genau wie Isam Bayan. Habt ihr das gesehen? Mit euren eigenen Augen habt ihr das gesehen? Das ist, der Typ ist ein Lehrer. Das ist ja doch das Kranke. Der Isam Bayan ist ja nicht einfach so ein Hauptschüler oder sowas. Nein, der ist ein studierter Mann. Der hat Lehramt studiert, der ist Lehrer, der Typ. Ich muss wieder das Lied zu erraten. Warte, ich muss wieder das Lied zu erraten. Was will denn der schon wieder hier? Ey, hör auf, hier uns umzurüpsen, Mann. Danke, Mann. Hör auf, damit, Mann. Du hast mir gar nichts zu sagen, du egogeleiteter Junge. Ey, Selbstnachsteller. Ey, raus, du ein... Ein Freitagsgebet bei Ham, ja? Das ist schon heftig, ne? Also, das ist für mich unvorstellbar, dass der Isam nicht in der Lage war, äh, Dankeschön, dass der Isam nicht in der Lage war, den Text einmal zu zeigen, was denn verfälscht wurde. Ja, es handelt sich um die nachfolgenden, nach 2002 in Umlauf gekommenen Fragmente, die als Fälschung deklariert wurden. Und dann sicher, weil alle authentisch sind. Raus! Ja, 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 das ist so krank. Vielen Dank. Nein, der Jesus Christus ist gut. Ich bin nicht gut. Ich bin ein Sünder. Ohrwurm davon. Jedes Mal, jedes Mal, wenn ihr das Lied jetzt hört, dann wisst ihr es, Hure 69 per 17, die Engel tragen Allahs Thron. Danke, Manelle. Hallo. Hallo. Ja. Ich hab eine Frage. Du hast bei, wenn Christen und Juden oder Andersgläubige müssen ja in diesen bestimmten Ländern oder so, oder auch damals Jusia bezahlen, ne? Ja, richtig. Und du hattest gesagt gehabt, dass die das halt, sag ich mal, nicht normal übergeben, sondern dass die das wirklich wie Hunde, wie Dreck übergeben müssen. Und du hattest auch gesagt, dass denen irgendwie halb der Kopf abrasiert wird oder so? Das ist ja der Pakt von Omar. Die müssen ja einige Konditionen erfüllen, um am Leben zu bleiben. Das ist diese 20 Punkte, die Omar eingeführt hat, um die Juden und Christen weiterhin zu demütigen, um sie in ihrer Religion beizuweiten. Das ist dieses Wahum Saar Yerun in Arabisch. Kannst du mir denn nochmal bitte sagen, wo ich das genau finde? Ja, das befindet sich in Zure 9, Vers 29, durch die Ausleger Ibn Qasir, Al-Kurtibi, Al-Tawari, Al-Jaralay und Ar-Razi. Diese sagen uns, was damit gemeint ist, wie man die Jusia entrichtet, was die Jusia ist, alles, ne? Und den Pakt von Omar zitieren sie auch, ne? Wie man mit den Christen umzugehen hat, in einem islamischen Staat. Weil die Christen in ihrer Religion bleiben dürfen, so sagt Allah in Zure 9, Vers 29, wenn sie halt den Tribut in voller Erniedrigung entrichten. Und auch ihre Demütigung und Erniedrigung muss weiter fortgeführt werden, damit sie eines Tages durch den Druck und durch die Demütigung, das sich mehr aushalten und zum Islam konvertieren. Darum geht's ja, sie zum Islam zu zwingen. Aber auf einer ganz gemeinen Art und Weise, heftig, ne? So traurig ist die Geschichte des Islam. Also total krass, weißt du, man könnte eigentlich jeder einfach nebeneinander in Frieden leben und fertig. So auch, was momentan in Deutschland abgeht, jetzt nicht nur wegen diesen Kalifat-Idioten oder so, sondern generell so auch was, oder was der gerade gesagt hatte wegen Schweinefleisch. Weißt du, immer dieses komplette Halbwissen, genauso wie in TikTok immer, Rebecca war drei Jahre alt. Ich kann das schon fast auswendig, was da steht, um zu beweisen, dass Rebecca nicht drei war. Und da wird halt einfach nur Aisha oder so gerechtfertigt. Wenn man debattiert oder sonst was oder so, dann, klar, es wird auch mal hitzig, aber dann wenigstens bei solchen Kleinigkeiten bei der Wahrheit bleiben. Ja, wir können die ja nicht, wenn die bei der Wahrheit bleiben würden, dann würden sie ja zu Jesus Christus kommen, wenn sie bei der Wahrheit bleiben würden. Dann würden sie ja Jesus Christus ja erkennen. Das ist ja alle unehrlich. Auch was so momentan auch, finde ich, so TikTok hat sich so radikalisiert. Und ich finde, man sollte, haben die, man hat ja gesehen, wie haben die gestern ausgerastet ist, da war ich auch dabei, man sollte die wirklich alle sperren. Da müsste TikTok mal dahinter gehen oder das, TikTok hat ja generell Probleme mit dem Europäischen Gerichtshof und so, dass man sowas auch mal reinmacht. Aber wenn man sich ein bisschen damit befasst, sieht man, dass viele Jugendliche, Kinder, Jugendliche und Jungerwachsene sich nur wegen so einem Pierre Vogel und sonst was radikalisieren. Die, die ja die Kalipat-Scheiße gerufen haben, die finden die alle toll, komischerweise. Schon komisch. Ja, die sozialen Medien werden natürlich von den Selfies genutzt, um sehr viele Leute halt auch in ihren Bann zu ziehen. Ja, so ist das. Ja, das ist sehr, sehr, sehr schade, sehr schade. So gegen, sage ich mal, ich habe nichts gegen Muslime, wirklich nicht, gar nichts. Genauso habe ich muslimische Freunde, genauso haben die mich als christliche Freundin und sonst was. Man kann diskutieren und sonst was, dann ist aber auch, weißt du, wieder okay, aber wenn es so weit geht, wie es momentan geht oder wie viele drauf sind oder dass viele meinen, ja, aber der hat doch recht, ein Kalifat wäre doch eigentlich gut und so. Das ist doch nicht normal. Ja, wenn das so gut ist, warum suchen die sich dann nicht so einen islamischen Staat, wo die ihre Religion ausleben? Da kommt schon wieder die Frage auf. Warum sucht man sich dann nicht ein islamisches Land, wo man seine Religion dann in Ruhe praktizieren kann? Warum willst du hier in Deutschland einen Kalifat fordern? Was willst du, willst du die Leute unterdrücken oder was? Aber guck mal, ich habe jetzt auch einen Kommentar bekommen, da steht, wieso hat man die Demo zugelassen, um zu spalten? Nein, weil Deutschland ein krankes Bewusstsein hat für Demonstrationsfreiheit und sonst was. Deswegen darf hier jeder Idiot demonstrieren. Deswegen dürfen hier Rechtsextreme demonstrieren. Deswegen dürfen Linksextreme demonstrieren, genauso wie Salafisten und, und, und. Das müsste Deutschland einfach mal langsam einschränken. Ja, so funktioniert eine Demokratie, meine Liebe. Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist ja das Problem an Demokratie. Das ist ja das Ding, genauso wie diese Palästina-Demos. So, ich finde es auch sehr, sehr schlimm, was da passiert. Ich finde es auch nicht gut, was Israel da gerade macht, weil langsam reicht es auch. Nur mein Schwiegervater ist Jude. Denkst du wirklich, mein Schwiegervater oder die Familie von meinem Mann, denkst du wirklich, die tragen noch Kippa draußen? Ja, um Gottes Willen. Und lebensmüde, das ist lebensmüde, Amir. Ja, ja, vor meinem, ich habe da mal, vor einiger Zeit, bevor der Israel-Palästina-Krieg begann, begann, die sind bei mir vor der Haustür immer mit Juden rumgelaufen, mit ihrer Tracht und alles möglich, hier mit diesen Locken und Hut. Die drei immer dasselbe, ihren schwarzen Anzug. Und jetzt auf einmal sehe ich die überhaupt gar nicht mehr. Die sind nie wieder gekommen. Was geht, ist das alles, die sind nicht mehr da. Der Cousin von meinem Mann, wenn der Kippa trägt, dann trägt er die, aber drüber hat er so eine Kappe, weißt du, so Basecap oder so. So was trägt er dann drüber. Aber so... Du siehst ja, dass bei jüdischen Synagogien überall Polizei aufpasst. Das ist so krank. Das ist so krank. Und wie viele Polizisten passen denn auf Moscheen auf? Du warst gerade weg. Was hast du gesagt? Wie viele Polizisten? Wie viele Polizisten passen denn auf Moscheen auf? Ja. Das ist auch das Ding, ja mein Schwiegervater, mein Schwiegervater ist auch hier in der Synagoge tätig. Und ja, die Anfeindungen von Rechtsextremen mit, sage ich mal, diesen Nazis, die es immer noch, Neonazis, Entschuldigung, diese Neo-End, die es in Deutschland gibt, da haben die Probleme. Und dann noch mit diesen richtig schlimmen Extremisten gibt es auch noch Probleme. Ja. Schauen wir mal. Ja, und das Ganze wird ja weiter fortgeführt durch die Elite, die dann durch die Medien diesen Wahnsinn dann in ihre Köpfe transportiert, damit sie weiter in Wut geraten und bald loslegen. Es ist nichts anderes als geplante Steuerung. Und also dieses System muss ein Ende bald finden. Und ein neues System wird dann etabliert. Und zwar die neue Weltordnung. Und die Muslime lassen sich ja absolut verleiten. Absolut verleiten. Ja, es ist sehr schade, was gerade passiert. Unten hat auch jemand reingeschrieben wegen jüdischen Altersheim. Das erinnert mich auch gerade, meine Schwiegermutter arbeitet in einem jüdischen Altersheim. Weißt du, was die für Schutz jetzt haben? Auf die wurden, da wurden schon Steine drangeworfen und keine Ahnung was, weil das ist eine, ich sage jetzt nicht wo, aber das Altersheim steht in einer Großstadt, wo Millionen Einwohner sind. Und was da los ist, erst recht, wenn die Palästina-Demos sind, die gehen nicht nur mal an einem jüdischen Altersheim vorbei. Weil natürlich sind nicht alle so, das wäre jetzt auch Asil zu sagen, aber viele machen da auch scheiße. Und da sollte man anfangen. Auch die Leute untereinander, dass die mal selbst sagen, hier, was machst du? Ihr stellt uns Muslime schlecht und so, aber das machen die halt nicht. Ja. Okay, dann danke, dass du meine Frage beantwortet hast. Ich gehe jetzt wieder runter und segne dich. Ich glaube, ich werde das gleich mal in die Gruppe posten, also auf dem Kanal. Da, wo die ganzen Sachen verzeichnet sind, was Jizia bedeutet aus der Enzyklopädie des islamischen Rechts, was die Mama Tabari sagt und die Ausleger, damit alle das selber nachschlagen können und studieren können. Ja, da bin ich jetzt gut. Super, danke schön. Ja, gerne. Gott segne euch alle. Möge der Herr uns allen beistehen und uns das ewige Leben gebären. Amen. Amen. Okay, mein Lieber, mach's gut. Mach's gut. Ciao. Gottes Segen. Gott segne dich und deine Familie. Bin ich hier verbunden mit Dr. Sheikh Abu Amir? Wie er lebt und lebt, was kann ich für Sie tun? Sie sind hier in der Praxisstunde von Dr. Sheikh Abu Amir. Wählen Sie die 1 für eine gute Beratung. Wählen Sie die 2 für Kamelorin. Wählen Sie die 3, wenn Sie einen guten Song hören wollen. Wählen Sie die 4, wenn Sie das Evangelium hören möchten. Ich nehme 2. Kamelorin. Sterne, Jöns. Ich wollte dir sagen, ich verfolge dich schon länger. Also was heißt länger? Schon seit Abunaji-Zeiten. Ja. Und ich wollte dir einfach nur Danke sagen. Alle Ehre dem Herrn. Amen. Und ja, es ist heftig. Ich komme nämlich aus Wien, aus Österreich. Weißt du, dass es im Zentrum von der Stadt schon eine Waffenverbotszone gibt? Ja, Gott sei Dank. Das ist übelst heftig. Das ist, also alle Politiker und alle Parteien sind schon einig, dass es schon eine Gefahr ist, was hier passiert. Natürlich. Natürlich. Sie sehen, dass die Leute alle fast mit Messern rumlaufen. Also strikt so sportlich. Ja, ja. Ja, das ist, also Bedrohung ist an der Tagesordnung. Die wollen das Kreuz nicht. Die hassen Kreuz und die hassen Jesus. Aber leben gerne in diese Länder, wo Kreuz und Jesus ist. Richtig. Richtig. Ja, die wollen, die wollen so, die wollen diese Vorzüge genießen. Die wollen Hartz IV unter Tag geordieren. Ja, natürlich. Klar. Also das ist so klar. Wer möchte denn gerne in solche Länder, wo keine Freiheit gibt, wo die Menschen keinen Sinn mehr sehen in ihrem Leben und wo die Infrastruktur gar nicht herrscht und die Wirtschaft nicht funktioniert. Wer möchte denn in so einem Land bleiben, wo Religion, wo die Leute so voll der religiöse Fanatismus herrscht und alles. Ja, toll. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, also das ist ja auch das, was sie nennt, den stillen Dschihad. Ja, genau. Die wollen nicht arbeiten. Hartz IV, ne? Und, weil die wollen ja nicht westliche Werte annehmen. Aber dann frage ich mich, warum kommen sie dann in westliche Länder? Ja, weil sie das Land erobern wollen. Das ist das. Genau, genau. Richtig. Das trojanische Pferd. Kennst du das, das trojanische Pferd? Ja, ja, ja. Ja. Okay, mein Lieber. Das wollte ich dir eigentlich nur sagen. Danke dir. Ja, gerne. Gott segne dich und deine Familie. Ein Gottessegen. Danke. Ciao. Violetta. Shalom, Bruderherz. Eben nochmal ganz kurz zurück wegen altes und neues Testament. Ja. Dass die Leute das einfach mal versuchen zu verstehen, wenn du das nochmal erklärst. Auch vor allen Dingen ist es ja im Islam auch so gegeben. Ja, Mekka und Medina, sie verstehen nicht, dass sie eigentlich... Hab ich doch gerade immer erwähnt. Der Typ will aber nicht hören. Ja, ja, richtig. Der Typ ist total unter Kamelurin. Deswegen wollte er mich zuhören. Genau wie Hansi gestern. Da sagt er, er ist unauthentisch. Ich sage, ihr habt das für euch noch vorgelesen. Das ist wirklich am Ende. Weil das Ding ist, sie verstehen nicht in allem, was sie versuchen, uns Kindern Gottes anzulasten mit dem Wort Gottes. Sie legen sich immer wieder selbst ein Ei. Weil egal welche Argumentation sie versuchen vorzubringen, kann man eigentlich sofort im Keim ersticken. Egal, ob es ist. Update, Mekka, Medina. Ihr habt eigentlich das eigentliche Update, weil es stand etwas völlig anderes. Deine Religion, meine Religion. Alles gut. Sobald er aber auszog, hieß es, nimm das an, Kopf, also Nackentherapie oder Haljizia zahlen. Das ist ein Upgrade. Aber bei uns, bei dem Wort Gottes ist es einfach der Fakt so, damit es alle mal wirklich hören, ja, damit das in eurem Gehirn reingeht. Das Altes Testament ist Gesetz, Mose, an das israelisch gegebene Volk und ein prophetisches Buch, hindeutend auf die Gnade Gottes, die in dem Neuen Testament erfüllt worden ist durch den Herrn Jesus Christus. Das ist eine Prophetie. Es sind Geschichtenerzählungen, die damals passiert sind. Und es ist ein Gesetzesbuch für das israelisch gegebene Volk. Da sind so viele Weisheiten und geistliche Dinge, wie der Bruder Reza das letzte Mal mit dem Schweinefleisch erklärt hat, dass es auch ein Gleichnis ist wie mit der Sau zum Beispiel oder der Hund, der sein Erbrochenes wieder isst und so weiter. Das verstehen die alle gar nicht. Wir sollen ja verstehen, wenn sie nicht den Geist dazu haben und nicht auch nicht fähig sind, mal ein paar Minuten zuzuhören und mal das bei ihnen Klick macht, verstehst du? Ja, das ist schlimm. Das ist so schlimm. Ich liebe deine Streams wirklich. Also nicht, ich liebe, ich mag sie. Ich liebe allein den Herrn, aber ich mag deine Streams. Aber manchmal sitzt du an deinem Handy und du könntest echt an die Decke gehen. Wenn du den Leuten so zuhörst, dann kriegst du einen Auspass da in euch. Da sagst du, das kann doch nicht wahr sein. Was reden die da? Ja, das ist natürlich sehr, sehr schlimm. Was für eine Denkweise die meisten so haben. Wie sie denken, wie sie funktionieren und wie sie so blicken. Das ist echt heftig. Und du triffst ja auch verschiedene Charaktere. Das ist krank. Ja, das ist so traurig. Und dann vertraut man durch den ganzen Wald sich da durchzukämpfen. Jogovic, nochmal, ich bin kein Fangirl, sondern ich bin eine Schwester meines Bruders in unserem gemeinsamen Herrn und Gott Jesus Christus. Fangirl gibt es hier nicht. Wir sind raus aus diesem Müllhaufen von Welt, wo es irgendwelche Fans gibt von irgendwelchen Menschen. Du bist absolut verlost. Du bist ganz woanders. Voll der Typ. Okay, Gott segne dich an deine Familie, Jogovic. Danke, danke. Dich auch. Ciao. Ciao. Ehm, Jogovic, geh bitte auf dem Stummschaltpark hier. Ein bisschen locker bleibt nicht. Ja, du hast recht, Papa, ja. Auf jeden Fall verteile ich dir jetzt ein Stummschaltpaket. Auf jeden Fall dir verteile ich ein richtig cooles Paket. Ein Stummschaltpaket. Ich hoffe, du bist zufrieden mit deinem Stummschaltpaket. Komm demnächst wieder, wenn du eins brauchst. Lass mal dein Stummschaltpaket. Und hier ist dein Song. Bitteschön. Die acht Engel. Die acht Engel. Sie verdreht. Abbete zu sch simplemente nachleit. Da macht es Knack. Da macht es Knack. Da macht es Knack. Das ist so krank. Da macht es Knack. Dankeschön. Samsung nervt mich schon wieder. Samsung ist wieder da, Leute. Hallo, Amir. Womit willst du mich heute bereichern? Mit was willst du mich heute bereichern? Ich wollte fragen, ob du geheilt bist. Ob ich was bin? Ob du wieder geheilt bist. Oder ob du noch krank bist. Wie meinst du das? Der Jesus Christus hat mich geheilt von allem. Sag ich dir, was ich da meine. In der Vergangenheit, kennen wir ja deine Geschichte von der Vergangenheit und da warst du ja krank. Raus. Raus, raus, raus. Keine Nerven für diese Samsung A5. Keine Nerven für Samsung A55. Gar kein Bock. Diese Samsungs haben ihr Verbot. Raus. Jeden Tag ist er hier der Typ. Jeden Tag. Und dann kommt er mit irgendeinem Unsinn daherne. Das macht einen nur noch Kirre, wenn der kommt. Ich weiß nicht, wie viele Gehirnzellen ich wegen dem verloren habe. Aber es muss eine Menge gewesen sein. Und die erst mal wieder zurückzubekommen, das ist ein langer Prozess, Leute. Langer Prozess. Verträgt keine Kritik. Ja klar, vertrage ich Kritik. Aber komm. Ein wenig konstruktiv sollte es schon sein. Nicht Kamelurin-mäßig. Konstruktiv ja. Kamelurin-mäßig nein. Mit Kamelurin kann ich nicht so gut umgehen. Aber mit Konstruktivität, ja. Samsung, ich habe gesagt, du sollst mir keine Anfrage stellen. Wenn du noch einmal stellst, wirst du blockiert. Ich habe keinen Nerv darum. Du siehst doch, dass wir nie auf einen Nenner kommen. Ich habe schon mit dir jetzt öfters geredet. Und wir kommen einfach nicht auf einen Nenner. Du kannst einfach zuhören. Ich kann die Bibel für dich abspielen. Du kannst ein wenig das Wort Gottes hören. Und dann hoffe ich natürlich, dass diese bösen Geister, die dich immer quälen und dir den Zugang zum Herrn Jesus Christus versperren, gelöst werden. Und du auch dann dementsprechend eine Entscheidung für den wahrhaftigen Gott und das ewige Leben triffst. Denn es steht geschrieben, Denn der Sohn Gottes hat uns Verständnis gegeben, den Wahrhaftigen zu erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 1. Johannes 5, 20 Der Herr Jesus Christus ist das ewige Leben und der wahrhaftige Gott. Amen. So sieht das aus. Und so wird es auch immer bleiben. Deswegen möchte ich mich nicht mit dir streiten. Siehst du, wie gut das klang? So wird es immer bleiben und deswegen will ich mich nicht mit dir streiten. Fertig aus. Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Danke. Es ist die Prüfung. So. Ich lasse mal ein bisschen für uns Psalm laufen. Eine Stärkung. Was ist denn jetzt los? Hallo Amir, grüß dich. Grüß dich, mein lieber Gott. Segne dich von deiner Familie. Dich auch. Danke dir. Wie geht es dir? Was machst du so? Handel, Jesus. Ich sitze hier gerade im Flugzeug und fliege gerade nach Mekka. Und will ein wenig im Podcast machen. Erleitere. Was machst du so? Ich bin am Arbeiten, bin am Warten und ja, bis der Patient raus ist und dann muss ich Abholung machen und weiterfahren. Eine Frage. Ich habe letztens noch mit einem Christen Informationen ausgetauscht. Er hat mir gesagt, dass die erste Bibel erst 400 Jahre, nachdem Christus verstorben ist oder von euch gegangen ist, niedergeschrieben worden ist. War es nach 400 Jahren? Was? 400 Jahre? Nach 400 Jahren wurde die erste Bibel erfasst. Stimmt das? Nein, die Manuskripte waren schon längst im Umlauf. Die Kirchenväter haben an die Doktrin der Dreieinigkeit geglaubt und das, ich glaube, 30 oder 40 nach Christus. Die waren direkte Schüler der Apostel, die Apostel, zum Beispiel Ignatius. Ignatius war ein direkter Schüler der Apostel des Herrn Jesus Christus. Also zweite Generation sozusagen. Ja, genau. Und die christliche Lehre hat natürlich eine Tradition und Überlieferungskette, absolut authentisch. Und du siehst, dass die frühen Christen schon an den dreieinigen Gott geglaubt haben, sowohl Tertulian, Ignatius, Polikarp und wie die alle heißen. Also wurde das erste Werk nach 30 Jahren oder bis 40 Jahren nach Christus erfasst. Habe ich jetzt nicht verstanden. Das früheste Evangelium ist, glaube ich, das von Markus. Ich glaube, so 60 nach Christus. Johannes war ein Augezeuge. Auch so ungefähr 60 bis 80. Es gibt ein paar Meinungsverschiedenheiten, so 60 bis 90 ungefähr nach Christus. Aber der Apostel Johannes, der war ja ein Begleiter des Herrn Jesus Christus. Der war ein direkter Augenzeuge. Wem soll ich eher glauben? Johannes, der ein Augenzeuge war? Wer mir etwas über Jesus Christus berichtet? Oder soll ich auf Mohammed vertrauen, der nach 600 Jahren kam mit einer Sprache, die Jesus niemals gesprochen hat und mir was von Jesus erzählen will? Man muss wirklich den Verstand verloren haben, sich darauf zu beziehen. Das ist so krank. Nein, nein. Also vergleich bitte nicht mit dem Islam, weil ich bin kein Muslim. Nein, ich weine nur aus einer Perspektive für den Islam, wie sich das anhört. Wem sollen wir denn eher vertrauen? Jemanden, der mit Jesus Christus gelaufen ist, gegessen hat, alles aufgeschrieben hat von ihm? Oder jemanden, der einfach 600 Jahre später kommt, einfach Unsinn erzählt über Jesus Christus in einer Sprache, die er niemals gesprochen hat und uns etwas über ihn berichtet? Das ist doch Quatsch. Wer würde denn so vorgehen? Was meinst du, mit dem er gesprochen hat? Also ist es nicht das Arabisch gewesen, was er da von sich gegeben hat? War es ein anderes Arabisch? Er hat Hebräisch und Aramäisch gesprochen, aber nicht Arabisch. Ach so, das meinst du? Jetzt verstehe ich. Okay. Ja, weil Mohammed der Araber war. Er hat ja Arabisch gesprochen. Und dann erzählt er uns etwas über Jesus Christus, über ihn, 600 Jahre später, obwohl die ganze Geschichte des Christentums entstanden ist, das in Umlauf gekommen ist, die Manuskripte erstellt wurden, wir erste, zweite, dritte Jahrhundert Manuskripte, die Bibel haben, alles. Also da gibt es weder eine Verfälschung noch irgendwie Veränderung, gar nichts. Die Doktrin der Bibel bleibt immer dasselbe. Die Propheten haben über den Messias Zeugnis gegeben und von ihm geredet. Und der Herr Jesus Christus hat die ganze Prophezeiung erfüllt. Ende aus. Ich bedanke mich für das kurze und nette Gespräch. Gerne. Du bist noch aufgespräch. Ich wünsche dir alles Beste. Mach's gut, Ruse. Ja, Gott segne dich und eine Pamela. Ciao. Ich mich auch. Ciao. Es gibt ein Doku über Priester. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Hallo. Hallo. Do you hear my voice? Gänse. Hallo. Do you hear my voice? Hallo. Jetzt ist wieder unsere, sag mal schnell, unsere, ja, der Ohrenschmalz ist wieder weggerutscht. Durch mein Gesang, der Ohrenschmalz ist wieder weg. So, was haben wir denn hier? Eugen, Gennaro. Hallo? Gennaro, wie geht's dir? Komm, der Levy, geht's dir? Gott segne dich und deine Familie. Habibi, Armin. Okay, ich hab nur ne kurze Frage. Komm mal bitte, Lila, Telefon. Hallo? Ist besser jetzt? Ja, einfach so nah wie möglich ans Telefon. Ich bin ganz nah dran. Ja, perfekt. So ist gut. Okay, ich wollte dich fragen, aber wenn das nicht stimmt mit dem Islam, ja, nee, so wie das geschrieben ist im Koran, wie würdest du sagen, wie kam es dazu, dass so ein Mann wie unser Prophet Mohammed halt das so weit gebracht hat, dass diese Religion schon die zweitgrößte Religion ist? Ja, durch Geburtenrate. Das ist das. Al-Jazeera hat vor kurzem einen Bericht rausgebracht, in dem gesagt wurde, durch eine Studie, dass 16 Millionen Muslime weltweit den Islam verlassen, jährlich, 16 Millionen Muslime. Der Islam wächst nicht, weil der Islam die Wahrheit ist. Der Islam wächst, weil die Muslime sich vier Frauen nehmen und unzählige Kinder machen. Deswegen wächst der Islam. Ja, ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, weil der Islam die Wahrheit ist. Wir haben längst herausgefunden, dass der Islam eine Lüge ist, ein Quatschhaufnis, nichts. Okay, aber nur ne kurze Frage, weil ich hab das auch ein bisschen analysiert im Kopf und so. Stell dir mal vor, wie du sagst, also Prophet Mohammed wäre ein normaler Mensch gewesen und er hätte selber den Koran geschrieben und alles dazu, die ganzen Geschichten, alles. Die Überlieferung und so. Kann das sein, dass ein normaler Mensch sowas schafft? Geht doch nicht. Er hatte ja Schreiber, der Mohammed. Aber selbst Schreiber, das ist doch nicht menschlich, oder? Ja, in damaliger Zeit waren ja sehr viele Araber in der Poesie sehr, sehr stark. Deswegen ist der Koran auch so poetisch ausgeschmückt. Du siehst ja, dass die Muslime die Koran ja singen, rezitieren. Zu der damaligen arabischen Kultur gehörte dazu, dass die Araber sich in Gedichten gedisst haben. So wie was man heute mit den Rappern kennt. Kennt du das? Und das waren die Besten, der Besten haben sich dann in der arabischen Halbinsel getroffen und haben rezitiert, gegeneinander Rezitationen gebracht. Deine Rezitation gegen meine Rezitation. Verstehst du, Havib? Ja, aber das ist doch heftig, dass sich der ganze Koran eigentlich reimt und so. Ja, sag ich ja, das ist so ein Reimpoesie. Und je später du in die Suren kommst, also wenn du den Koran aufschlägst, zu Anfang sind die Koranzuren sehr poetisch und sehr reimvoll, Reimketten-Schema, alles sehr, sehr schön ausgeschmückt. Und dann siehst du, wie nach und nach sich das immer weiter verschlechtert. Daran merkt man auch, dass viele Leute am Koran teilgenommen haben, an dieser ganzen Rezitation. Das ist nicht nur von einer Person, sondern viele Leute waren daran beschäftigt. Oder beteiligt. Okay, aber auch die Überlieferung von damals, dass die Propheten und die Imams Nur hatten. Also man hat deren Gesicht nicht gesehen. Liegt von was denn? Von deren Gesicht. Ich habe gesagt, man konnte deren Gesicht nicht sehen, wegen deren Nur. Ach so, weil die Babys heiraten wollten. Meinst du, dieses Nur? Nein, ich meinte im Gesicht. Armin, du weißt, was ich meine. Ja, es gibt einige Imame, die haben sehr viel Licht wegen der Babylampe, weil sie das Kind wickeln, ihre zukünftige Frau. Verstehst du, was ich meine, Genaro? Genaro, die Religion ruft mir zu auf, Babys zu heiraten. Ist das so, die Religion Gottes? Ich habe dir gesagt, ich bin gerade so auf dem Weg, zu wissen, was das wahre ist. So, aber diese, wenn ich fragen habe, weil ich habe, ich weiß nicht, nur wegen dem Not. Ich will wissen, was du dazu sagst. In den Überlieferungen und alles steht doch, dass die Propheten Not hatten. Wenn die Leute das damals gelesen haben, dann haben sich doch bestimmt die ganze Bevölkerung gedacht, hey, das stimmt doch nicht. Dann wäre keiner doch zum Islam gekommen. Keiner wäre zu einem Bekrempenmann gekommen. Ich muss mal ganz kurz raus, ich hole dich gleich wieder rein. Ja, bis gleich. Ja. Hat nur. Ja, eventuell nur von dieser Babylampe. Ich komme jetzt gleich wieder, bis gleich. So, da bin ich wieder. Schwer uranisiert. Sehr schwer uranisiert. Ja. Was war hier los? Schon wieder will der mir auch noch auf die Nerven gehen. Gestern war nicht genug, mit Wort. Wie geht's? Heute geht es weiter. Alles gut. Ja, haben wir die, ist es bei dir? Auch gut, danke schön, danke schön. Ich bin ein bisschen krank, aber es geht. Ja, möge Gott dich schnell gesund machen. Dankeschön, danke schön, danke schön. So, wollen wir jetzt Matthäus 1 bis 4 lesen, Amir el-Mushrigin. Hast du mich schon wieder beleidigt, du Muschrig? Ich nenne dich Amir el-Mushrigin. Warum soll ich dich stattdessen beleidigen? Ja, ich kenne dich Kamelurin für dich ist, ist das okay für dich? Dann kannst du es auch nicht. Kamelurin ist aber gesund. Ja, ist gesund. Ich habe heute wieder ein Video gesehen, wie jemand Kamelurin getrunken hat. Sehr, sehr schön. Ja, aber in deinem Video steht Kot mit Brot, darfst du essen. Ja, das ist ein Strafgericht, das Gott den Juden aufgetragen hat, weil sie Mist gebaut haben. Aber dein Gott sagt durch die Fatwas, das ist vollkommen in Ordnung, das Brot auf Kacke zu backen. Amir el-Mushrigin, kannst du mir eine Sache erklären? Warte, warte ganz kurz, du musst dir mal vorstellen, der Allah, acht Engel tragen den Thron von Allah. Und während sie den Thron tragen, hören sie dieses Lied, guck mal hier. Warte, warte, Kamelurin muss ich gehen. Matthäus eigentlich bis hier, okay? Mach das nicht, das ist langweilig. Das wird der Song, der Song, das ist so krass. Du musst dir mal vorstellen, Allah lässt seinen Thron von so Engel tragen. Hör mal zu, lass uns sachlich bleiben, lass uns sachlich bleiben, ja? Matthäus 1 bis 4. Ach so, jetzt willst du auf einmal sachlich bleiben, ne? Matthäus 4, 1. Ja, warte mal, an was glaubst du denn? Bist du Maturidia, bist du Ascharia, was bist du? Ich bin ein Muslim. Nein, sag mal, welcher Akhida folgst du? Hat Allah Körperteile oder nicht? Warte, hallo. Siehst du, wie du dich schämst? Habt ihr gesehen, wie er sich schämt, zu sagen, an was er glaubt? Dein Gott wurde von Schaitan versucht. Wenn ich anfasse, schämst du dich für deine Religion? Anfasse doch. An was für eine Akhida hättest du denn fest? Folgst du der Salaf Salihim? Oder bist du ein Einhänger der Maturidia, Ascharia? Lass mich doch kurz aufreden. Mach mal, mach mal, mach mal, mach mal. Dein Gott wurde sogar herausgefordert. Von Schaitan, er wurde herausgefordert, okay? Ja, dein Gott wurde noch von Schaitan auseinandergenommen. Und dann wurde er was? Auf seinen Nacken, auf Schaitan Nacken nach Jerusalem gebracht. Möchtest du jetzt so, möchtest du auf dieses Niveau herabgehen, Oslo? Oslo, möchtest du auf dieses Niveau herabgehen, Oslo? Und soll er ein Gott sein? Soll er ein Gott sein, der zwei rechte Hände hat? Ist Allah ein Transformers? Der von Schaitan herausgefordert wurde und nach Jerusalem getragen wurde? Dein Allah wurde doch von Schaitan auseinandergenommen. Ja? Weißt du, wieso? Wirklich? Ja, genau, weil er die Macht über seinen eigenen Propheten hatte. Glaubst du an so einen Gott, der in Sura 15, Vers 44 sagt, dass er auf seinen Propheten aufpassen würde und Satan nicht die Kontrolle über ihn hat? Und dann sehen wir doch, dass in Sura 22, Vers 52 der Satan doch Macht über Mohammed hatte. Amir, warum wechselst du immer das Thema? Wir sind beim Thema über Satan. Dass der Satan was über deinen Gott hat, über deinen Propheten. Nein, warte, warte, Amir, Amir. Ich sage dir, deine Bibel bestätigt, dass deine Gott... Und ich sage dir, dein Koran bestätigt, dass Mohammed Verse von Satan in den Mund gelegt bekommen hat. Das stimmt nicht, das stimmt nicht, Amir. Okay, sollen wir das zusammen durchgehen? Das stimmt nicht. Warte, das ist die pure Widerspruch, was du sagst. Okay, sollen wir das jetzt zusammen durchgehen? Bist du bereit? Warte, warte, kannst du mir mal zuhören? Ich kann dir gerne zuhören, aber ich möchte, dass du dein Koran rausholst. Ja, aber du lest mich nicht. Das ist ein Asanat. Ich will nur Asanat sammeln. Asanat sammeln. Du hast Angst, du hast Angst. Du bist eine Angstharte. Wovor denn? Vor dir? Vor einem Fake-Account? Warum? Nein, das ist nicht Fake-Account. Ja, ich möchte, zeig mal dein richtiges Gesicht. Angst. Ich zeige dir mein Gesicht. Warum? Was ist das Problem? Ja, dann zeig mal. Ich möchte mal dein schönes Gesicht sehen. Warte, okay, warte. Ganz kurz, ganz kurz. Warte. Nein, ich will jetzt. Jetzt. Ja, ja, kurz, kurz. Ich muss schnell was machen. Eine Minute, ja? Bitte, ja. Ja, okay, dann geh dein Gesicht waschen, mach dich nochmal frisch und dann zeigst du dein Gesicht. Aber warte, schmeiß mich nicht raus, ja? Ja, ich warte hier auf dich. Beeil dich. Okay, okay. Geh schnell deine Haare machen. Hier sind viele, viele Muslimas, die dir zugucken. Vielleicht bekommst du dann eine dritte oder vierte Frau. Beeil dich, mach Hassanat für Allah-Sammel. Warte mal, ich muss Lewand ein wenig, ein wenig mal in seine Schranken weisen. Der Lewand, der dreht schon wieder durch. Der Mülleimer. Der Lewand muss sofort weg hier, ansonsten werde ich seine gesamten Dings beleidigen. Deswegen, gepriesen seid ihr, Herr Jesus Christus, der uns da wegholt von diesem Dreckhaufen, was es den Menschen vor sich gibt. Amen. Lasst Fuß auf seinen Kopf zu sein. Amir, mach deine Kamera an. Bitte, erklär. Erst wenn du mir die Frage beantwortest, dann mache ich meine Kamera an, wirklich. Ja, aber du wolltest das doch vorher machen schon. Aber warte, warte, Amir. Aber was ist das Problem? Warum dein Gott, warum dein Gott von dem Teufel versichert wurde, herausgefordert wurde, und nach Jerusalem in seinen Nachrichten zu fragen? Ich kann jetzt doch kein Problem, die warten auf dein sexy Gesicht. Amir, warum? Habib, Oslo, mach mal bitte dein Gesicht. Nein, mache ich nicht. Erst wenn du mir die Frage beantwortest. Ja, du hast aber doch versprochen, dass du es machst. Du hast gesagt, warte, ich gehe kurz, und dann komme ich, dann mache ich die Kamera an. Ich habe das nicht versprochen. Ich habe gesagt, ich mache das an. Vielleicht kommst du ja in bessere Fahrt, wenn ich dir vielleicht so behilflich bin, in Sachen, so einen kleinen Schubser zu geben. Vielleicht geht es dann besser. Amir, amir. Vielleicht geht es dann besser. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, es ist dann besser. Ich glaube, wir müssen das probieren. Ich mache Farsi, Baladi, das auch. Ich glaube, wir müssen das probieren. Ich mache Farsi, Baladi. Jetzt kannst du dich besser konzentrieren. Jetzt mach. Ich muss die, mach sie warten. Du willst auf vier Frauen. Jetzt komm. Amir, amir. Nein, ich habe so. Amir, warum wurde dein Gott, dein Baby-Gott von Satan versucht, Ich mache doch die Musik für dich. Ich komme, beeilig. Nein, ich habe das so. Komm, jetzt. Beantworten wir die Frage, Amir. Oslo. Beeilig. Amir, komm hier. Oslo. Mach dich doch nicht mehr. Oslo, hör. Nein, ich mache an. Amir, wir erklären mal Matthäus. Matthäus, die 1 bis 5. Oslo, ich will dir doch nur helfen, Oslo. Komm, Amir, yallah. Oslo, ich will dir helfen. Komm jetzt. Mach jetzt dein Gesicht. Zeig mal dein Gesicht. Ich zeige dir mein Gesicht erst, wenn du mir die Verse erklären kannst. Ja, aber du hast mir doch vorher schon versprochen, Mann. Okay, okay. Unter einer Bedienung, ja? Ja. Erklär mir, warum wurde dein Gott, dein Baby-Gott von Schaitan versucht, herausgefordert und nach Jerusalem auf seinen Nacken getragen? Warum? Auf seinen Nacken getragen? Und der soll ein Gott sein, Amir? Auf seinen Nacken gebracht, meinst du? Auf seinen Nacken gebracht. Ist das wirklich dein Ernst? Ist das wirklich dein Ernst, dass man Allahs Schienbein zertrümmert hat und das irgendwo im Himmelreich geschwebt ist? Möchten wir so auf diesem Niveau wieder herab? Amir, ich kann mir den Klaus einfach nicht. Komm, erklär mir mal kurz. Willst du jetzt deine Kamera anmachen, ja oder nein? Erklär mir die Verse, dann werde ich meine Kamera anmachen. Ich habe ja gesagt, das ist im Alten Testament, dass die Versuchung durch Satan im Psalm 91 schon steht. Und nicht nur im Psalm, sondern auch in anderen Versen, dass die Versuchung schon durchsteht. Ich rede von Matthäus 4.1. Aber was macht das denn für einen Sinn, Habib Oslo? Was macht das für einen Sinn, wenn der Allah sagt im Zuge 15, Vers 44, dass der Satan nur über die Abgeirrten, über die Allah nicht folgen, über die hat der Satan Macht. Und dann sehen wir auf einmal, dass der Satan Macht über deinen Propheten hatte. Wie geht sowas? Keine Chance. Satan hat niemals Macht über meinen Propheten. Kannst du mir erklären, Suche 22, Vers 52? Aber Satan hat Macht. Hör zu, hör zu. Satan hat Macht über deinen Gott, deinen Babygott. Er hat ihn herausgefordert. Kannst du mir bitte Suche 22, Vers 52 erklären? Amir, erklär mir erst die Suche. Nein, Suche bitte. Okay, Oslo möchte nicht. Auf Wiedersehen. Oslo will. Hannafi Muslim. Der ist Hannafite. Der glaubt, dass Allah metaphorisch ist. Hallo, Hannafi Muslim. Hannaf Muslim. Oh, danke schön. Oslo, geh mir nicht auf die Nerven, Oslo. Komm. Ich habe extra für dich die Musik angemacht, damit du dich besser fühlst, damit du in Stimmung reinkommst und trotzdem machst du es nicht. Verstehe ich nicht. Was ist denn los mit dir, Mann? Ginavo. So? Hörst du mich, Ginavo? Ja, ich hör dich. Hörst du mich? Hörst du mich? Ja. Wie? Warte, ich hole mal ein iPad. Warte kurz. Ja, okay. Ich möchte, dass du das dem Oslo zeigst, per Kamera, was der Allah davon sich gibt und was dem Koran da steht. Also was? Suche was? Suche 15, Vers 39 bis 44. Zeig uns das mal und der soll das schwarz auf weiß sehen. Okay. Er sagte, mein Herr, warte. Er sagte, mein Herr, darum, dass du mich in Verirrung hast fallen lassen, werde ich ihn ganz gewiss auf der Erde in Klammern das Böse ausschmücken und sie ganz gewiss allesamt in Verirrung fallen lassen, außer deinen Dienern, den Auserlesenen unter ihnen. Er sagte, das ist ein gerader Weg, der, in Klammern einzuhalten, mir obliegt. Gewiss, über meine Diener hast du keine Macht, außer wer dir von den Verirrten folgt. Und die Hölle ist wahrlich in aller Farben. Weiter? Hört man mich überhaupt? Hast du gerade gelesen, dass der Allah gesagt hat, dass der Satan nur über die Abgeirrten macht hat? Dass das selber, habt ihr das alle gelesen, ne? Hier, das war in Vers, äh, warte. Ich glaube, das war in Vers 44, ne? 42. Warte. 42. So, und jetzt geh mal bitte auf alttafsil.com. Warte kurz. Meinst du das hier? Gewiss, über meine Diener hast du keine Macht, außer wer dir von den Verirrten folgt. Ja, genau. Ja, genau. Also, nur die Verirrten, die Abgeirrten, die dem Satan folgen. Über die hat der Satan ja auch Macht, richtig? Aber nicht über die Diener Allahs. Äh, eigentlich, okay, was soll ich machen? Also, liest doch mal bitte den Vers, Sure 15, Vers 39 bis 44, damit das nochmal klar ist für alle. Also, er sagte, mein Herr, da, wer ist er? Wer ist er? Ja, wer ist er? Ja, liest mal ein, zwei Verse vorher. Wer ist er? Er, da kommt die ganze Zeit er, warte. Er. Hä, da ist die ganze Zeit er, er. Aber wer ist mit er gemeint? Ja, wer ist mit er gemeint? Okay, er, 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 außer Iblis, oder was? Ah, siehst du, da geht's los. Wer ist also mit er gemeint? Iblis. Okay, außer Iblis, er weigerte sich, mit denen zu sein, die sich niederwerfen. Er sagte, oh Iblis. Nee, nicht Iblis. Nee, nicht Iblis, Amir. Weil hier, er sagte, oh Iblis. Weiterlesen, weiterlesen. Okay. Er sagte, oh Iblis, was ist mit dir, dass du nicht mit denen bist, die sich niederwerfen? Er sagte, ich kann mich unmöglich vor einem Menschen, ah okay, vor einem menschlichen Wesen wiederwerfen. Siehst du, jetzt fängt das Gespräch zwischen Allah und Iblis an. Allah sagt, warum wirbst du dich denn nicht nieder vor Adam? Dann sagt er, ich kann mich doch unmöglich vor einem Menschen niederwerfen, lass doch Götzendienst. Guck mal, wie der Iblis richtig reagiert. Weiter. Er sagte, dann geh aus ihm hinaus, denn du bist der Steinigung würdig und auf dir liegt der Fluch bis zum Tag des Gerichts. Er sagte, okay, also Allah, stopp, langsam, Herr Ginawa, damit die Leute auch mitkommen, auch die Muslime, weil die sind sehr, sehr langsam. Also dieses Gespräch zwischen Allah und Satan ist so, dass der Allah sagt und ihn jetzt rauswirft, richtig? Ja genau, Allah sagt, dann geh aus ihm hinaus und so weiter. Hier. Weiter. Und dann sagt Allah, und auf dir liegt der Fluch bis zum Tag des Gerichts. Er sagte, mein Herr, also Iblis, mein Herr, so gewähre mir Aufschub bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden. Stopp. Also Iblis sagt zu Allah, mein Herr, gewähre mir Aufschub, damit ich die Menschen so in die Irre führen kann, richtig? Mein Herr. Ginawa. Ja, ja, mein Herr, so gewähre mir Aufschub bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden. Weiter. Er sagte, gewiss, du gehörst zu denjenigen, denen Aufschub gewährt. Was heißt Aufschub gewähren? Aufschub heißt eine Zeit, eine Frist, denen eine Frist gewährt wird. Okay. Er sagte, gewiss, du gehörst zu denjenigen, denen Aufschub gewährt wird, bis zum Tag der wohlbekannten Zeit. So, also gewährt ihm Allah einen Aufschub, eine Frist der gewissen Zeit. Okay. Weiter. Er sagt, jetzt kommt Vers 39. Er sagte, mein Herr, darum, dass du mich in Verirrung hast fallen lassen, werde ich... So, jetzt sagt der Iblis zu Allah, mein Herr, da du mich hast in die Irre gehen lassen, was sagt Iblis danach? Werde ich ihnen ganz gewiss auf der Erde das Böse ausschmücken und... So, Iblis möchte, dass das Böse auf der Erde ausgeschmückt ist, richtig? Ja. Ginawa. Ja, ja. So, weiter. Ich habe dich allesamt in Verirrung fallen lassen. Außer deinen... Außer deinen Dienern, den Auslesern unter ihnen. Okay. Also der Satan hat keine Macht über die Diener Allahs, richtig? Über wen hat er Macht? Ganz gewiss allesamt in Verirrung fallen lassen. Außer deinen Dienern. Ja, außer deinen Dienern. Weiter. Über wen hat er Macht? Den Auserlesern unter ihnen, oder was? Weiter. Über wen hat er Iblis Macht, sagt Allah? Er sagte, das ist ein gerader Weg, der einzuhalten mir obliegt. Gewiss, über meine Diener hast du keine Macht. Außer wer dir von den Verirrten folgt. Aha. Also nur die Verirrten folgen dem Satan, ne? Weiter. Die Abgeirrten. Und die Hölle ist wahrlich ihrer Allah Verabredungsort. Ja, und jetzt gehen wir bitte auf alttafsil.com. Du siehst, also der Allah gibt ein Versprechen. Nur über meine Diener hast du keine Macht, Schaitan. Du hast nur über diejenigen Macht, die abgeirrt sind, diese Verwirrten, Verirrten. Und jetzt gehen wir auf alttafsil.com. Bist du drauf? Warten. Weil ich kann das nicht zeigen, weil ich bin ja gerade am Fahren, deswegen. Du bist ja gerade zu Hause und kannst das den, kannst das zum Beispiel den Oslo. Oslo dem Boslo kannst du das zeigen. Der sein wunderschönes Gesicht nicht zeigen wollte. Warte mal, wo war das nochmal? Welche Dings? Alttafsil, bist du auf alttafsil.com? Ja, hier. So, gehen wir auf die Tapsils, da links, links die Tapsils. Warte, hier oder was? Nee. Nein, links, da ist ja die linke Spalt, da hinten links. Ja, da steht The Tapsils, The Tapsils oder Die Tapsile. Ja. So, jetzt gehen wir zur Suche 22. Vers 52. Ja. Und dann gehst du zu dem Ausleger als Bad an Nussul. Okay. Und dann? Und dann? Und dann steht da der Ausleger, Tapsils, also den Vers und die Herabsendung und der Grund für die Herabsendung des Verses, das Bad an Nussul von Al-Wahidi. Hab ich, hab ich. So, jetzt geht's auf Enter. Jetzt geht's auf Enter. Ah? So sieht das aus, so soll ich drauf jetzt? Da ist da, da diese rote, rote neben dem Tapsils, da steht doch, da steht doch Tapsils dann. Hier. Dass du das anklickst und dann kommt das. Ne, passiert nix. Genabo. Ja, aber, passiert nix, guck doch. Nein, daneben, rechts, rechts weiter, ja. Ja. Ja, aber auf welchen Fall? Ja, oben, ja, ja, da oben, ja, genau. Auf Display, ja. Schwere Geburt. Lies uns vor, lass das durch Google Übersetzer machen, du kannst ja kein Englisch. Durch kein Englisch. Ja, klick auf Google Übersetzer und dann macht er das, übersetzt er die Seite. Damit ich auch erwähne, der Hanafi-Muslim muss auch lernen. Ich dachte, auf dem Bild, das ist Abu Barah. Was? Ich dachte, auf dem Bild von dir, das ist Abu Barah. Aber da habe ich richtig nachgeschaut, da habe ich nicht erkannt. Abu Blah Blah. Genabo, lies vor. Ich höre nix, wo bist du, Mann? Genabo. Jetzt ist er raus. Nein. Da habe ich extra noch für den Oslo den Song angemacht, dachte ich, der kommt in Stimmung und dann kommt er mir mit Versuchung. Hallo. Jetzt ist der Hanafi auch raus. Hanafi, bleib hier. Wo bist du? Hanafi. Komm zurück. Ich muss mich aufklären. Komm hier zu Dr. Schecher, abon mir. Hallo. Genabo. Ja, warte, ich muss das über PC machen, weil das hat gerade über iPad nicht funktioniert. Ach so, okay. Ich dachte, der kommt richtig in Stimmung und dann geht sich jetzt im Badezimmer fertig machen, dass der eventuell hier Heiratsvermittler, Dr. Schecher, Abu Amin, die ein oder andere Muslime hat sich dann in ihn verliebt und dann wird sie zur zweiten oder dritten Frau oder was. Hat er das nicht genutzt. Ja. Selber schuld. Genabo. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Aslo, bist du hier drin? Guck jetzt, lies. Ja. Wir haben nie einen Boten oder Propheten vor dir gesandt. Koran-Kommentatoren sagten, als der Gesandte Allahs Allah segne ihn und schenke ihm Frieden, sah, dass sein Volk ihn meidete, war er verärgert über ihre Ablehnung der Botschaft, die er ihnen überbrachte. Und er wünschte insgeheim, dass Allah erhaben ist. Er offenbart ihm etwas, das ihn und sein Volk einander näher bringen würde. So sehr er auch daran interessiert war, dass sie den Glauben annahm. Eines Tages saß er in einer der Gemeinden von Quraysh, die eine große Anzahl ihrer Mitglieder anzog und er wünschte, dass Allah erhaben sei, erhaben sei er, ihm an diesem Tag nichts offenbarte, was sie von ihm abstoßen könnte. Allah erhaben ist er, wurde ihm dann offenbart, Surah Al-Najjim. Sehr stark. Durch den Stern, wenn er strahlt. Suche 53. Der Gesandte Allah segne ihn und schenke ihm Frieden, rezitierte es. Aber als er ankam, habt ihr an Al-Lat und Al-Uzza und Manat, den Dritten, den anderen gedacht. Der Teufel legte auf seine Zunge, was er sich insgeheim gewünscht und erhofft hatte. Stopp. Was hat der Teufel gemacht bei Mohammed? Der Teufel legte auf seine Zunge, was er sich insgeheim gewünscht und erhofft hatte. Oh oh. Ich glaube, wir haben ein Problem, Houston. Houston, wir haben ein Problem. Das Schiff geht gerade unter. Islam-Schiff geht gerade unter. Houston, wir haben ein ernsthaftes Problem. Der Prophet des Islams, der durch seinen Gott uns mitgibt, dass keiner die Macht über seine Diener hat. Sehen wir eindeutig, dass Satan Macht über seine Diener hat. Komisch, wa? Weiter. Weiter. Und sagte, das sind die mächtigen Kranik, 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 Al-Ullah. Kranik, okay. Und auf ihre Fürsprache hofft man. Als sie Quraysh dies hörten, waren sie sehr erfreut. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Frieden, rezitierte bis zum Ende der Suche und warf sich dann nieder. Was hat Mohammed getan? Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Frieden, rezitierte bis zum Ende der Suche und warf sich dann nieder. Also der rezitiert gerade das, was Satan ihm eingibt und dann hat er sich niedergeworfen? Oh oh, ich glaube wir haben ein riesen Problem gerade, oder? Ich glaube wir haben ein riesen, riesen Problem gerade, ihr Muslime, ne? A big, big problem, ne? Reicht das oder was? Was? Reicht das oder soll ich weiterlesen? Ja, bitte weiterlesen. Armin, ich war am Frühstücken, du hast mich gehopst. Was hab ich? Ich war am Frühstücken, du hast mich hochgenommen. Denk es, ja? Ja, ich hochnehme. Was? Ich muss alle hochnehmen. Okay, soll ich weiter bis zum Ende lesen? Ja, bitte. Alle Muslime folgten diesen Beispielen, warfen sich nieder und auch alle anwesenden Götzendiener warfen sich nieder. Alle Anwesenden, ob Muslime oder Ungläubige, warfen sich nieder, mit Ausnahme von Al-Walid, Ibn Al-Muhri'ra. Muri'ra. Muri'ra. Und Abu Uhyaha, Said Ibn Al-Asd, die zu alt waren und sich nicht wiederwerfen konnten, aber beide schnappten sich eine Handvoll Staub und legten ihre Stirn darauf. Dann zerstreuten sich die Quraysh zufrieden mit dem, was sie hörten. Sie sagt, Mohammed hat unsere Idole mit schmeichelhaften Worten erwähnt. Wir wissen, dass Allah Leben gibt und es wecknimmt. Er schafft... Was hat der Mohammed getan? Der Mohammed hat unsere Idole mit schmeichelhaften Worten erwähnt. Oh, ich glaube, wir haben noch ein größeres Problem. Also der hat die Quraysh mit diesen platanischen Versen sehr geschmeichelt. Sie haben sich alle niedergeworfen und haben Schirk begangen. Der Mohammed hat sich vor den Götzen niedergeworfen. Vor Allah, Al-Uzah und Manat. Die drei Töchter Allahs. Weiter. Er schafft und für Nahrung sorgt, aber diese unsere Götzen werden bei ihm für uns eintreten. Jetzt, wo Mohammed sie vereint hat, sind wir alle bei ihm. An diesem Abend ging Gabriel Friede sei mit ihm zum Gesandten Allahs. Allah segne ihn und schenke ihm Frieden und sagte, was hast du getan? Ihr habt den... Was hat der Engel Gabriel gesagt? Was habt ihr getan? Was hast du getan? Er hat also zu Mohammed gesagt, was hast du getan? Was hat denn der Mohammed getan? Ihr habt den Menschen vorgetragen, was ich nicht von Allah gepriesen sei er gebracht habe. Und ihr habt gesagt, was ich euch nicht gesagt habe. Wir haben ein dickes Problem gerade. Mohammed konnte also nicht die Offenbarung Satans von denen von Gott unterscheiden. Ich glaube, wir haben ein ernsthaftes Problem, die Muslime. Verstehst du jetzt, warum ich sage, dass der Islam ein Riesenwitz ist? Verstehst du jetzt, warum ich sage, dass Mohammed kein vertrauenswürdiger Mann war und nicht Herr seiner Sinne war? Nicht nur, dass Satan die Macht über ihn hatte. Nein, ein Jude hatte auch Macht über ihn. Labid bin al-Azsam. Hat ein Stück Haar von ihm geklaut und hat ihn unter voller Kontrolle gehabt. Hat ihn unter schwarze Magie gestellt. Verstehst du? Ihr müsst eure Seelen in Sicherheit bringen, ihr lieben Muslime. Ihr werdet an den brutalsten Ort hinkommen, wenn ihr mit dem Islam in den Tod geht. Mohammed ist schon auf dem Weg dorthin. Er wird bereit gemacht zum ewigen Gericht. Weil er sich vorgestellt hat, ein Prophet zu sein. Er war aber niemals ein Prophet. Deswegen tut ihr mir leid. Und deswegen bin ich aus dem sinkenden Schiff ausgestiegen und habe nach der greifenden Hand Gottes gegriffen, symbolisch gesehen, metaphorisch gesehen, die der Herr Jesus Christus mir ausstreckt. Habt ihr das jetzt begriffen? Weiter, Ginovo. Ami, ich bin am Frühstücken. Ich kann nicht. Ich muss essen. Ja, okay. Dann hören wir uns später. Gott segne dich. Aber das ist heftig, Ginovo. Aber Ami, ich muss eine Sache dazu sagen. Wie kannst du sagen, dass das metaphorisch, also bei dir geht das metaphorisch, aber wenn man sagt, Allah hat sich offenbart durch seine Schienbeine oder so, dass das nicht metaphorisch gesehen sein kann? Ja, weil die Muslime sich ja anhand dieses Schienbeins erkennen. Also muss das ja etwas physisches sein, oder? Also ich habe mal gefragt bei so Muslimen hier im Live, und die haben mir gesagt, das ist metaphorisch. Damals haben die Araber so geredet, also deren Schienbein offenlegen, das war so mäßig, deren Sprache, deren Alltagssprache. Ja, das sind ja Muslime, die sich den Grund und Boden schämen, weil Allah ja wirklich Körperteile besitzt. Wenn ich zu dir sage, was ist denn der Thron? Ist das jetzt ein Stuhl, oder ist das seine Macht? Was würdest du denn sagen? Das ist ja sein, wie heißt es auf Arabisch, sein Arsch, oder wie hieß das? Arsch, oder wie nennt man das auf Arabisch? Ja, ja, Arsch, ja, sein Thron. Genau. Ist das nicht so was wie, wie, nicht, das kann man nicht so als Thron so irgendwas, na, wie kann man das sagen? Das ist nicht direkt mit Thron zu übersetzen. Ja, doch. Hast du das auf Google-Übersetzer eingegeben, oder was? Nee, das kannst du ja selber machen. Okay, warte. Arsch, Arsch, das ist viel, viel, weit, warte, man. Ich muss mal gucken. Hier ist noch einer, hier ist noch ein Araber drinne. Hier, King of Kings ist doch arabischer Christ. Er versteht doch die Sprache. Arsch ist Stuhl, Thron. Ja, nicht der Arsch mit unserem Hintern, nein, das ist das arabische Wort. Das Al-Arsch. Ja, stimmt, hast recht. Hast recht. Ja. Ja, aber ich dachte, das wäre so ein bisschen weiter, so, 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 so nichts Materielles, weißt du? Ja. Ja, du siehst also, dass der Thron Allahs nicht seine Macht ist, weißt du auch wieso? Denn sonst würden ja acht Engel seine Macht tragen. Was ist das denn bitte? Tragen acht Engel die Macht von ihm? In Suche 69, Vers 17? Also, du siehst, dass das nicht aufgeht, diese Metaphorik. Amir, als man dir damals was erzählt hat über Christentum und so schlecht geredet, hat den Islam, warst du auch nicht ganz, ganz, äh, Dings, bist du das Ganze ganz gediegen angegangen? Ich hab mir das alles angehört, selbst als die Kritik ausgeübt haben und, äh, mehr oder weniger auch in die beleidigende Schiene gegangen sind. Ich wollte aber herausfinden, was das Ganze auf sich hat. Mir war das egal, ob der ein oder andere ihn so beleidigt oder nicht. Ich wollte herausfinden, kann der Islam überhaupt den kritischen Standpunkten standhalten? Nein, der zerfällt und zerbombt auseinander. Der Islam hält sich nur durch Lügen am Leben in Chinawo. Islam without lies dies. Das ist wirklich so. Das ist nicht so ein Spruch. Muslime sind gezwungen, zu lügen, um ihre Religion so wahrheitsmäßig aussehen zu lassen. Also, dass das so ein Wahrheitsgehalt bekommt. Durch Lügen. Geht man so mit seiner Seele um. Ja. Wer ist das denn hier? Hans May, Maja 6. Du kannst ja dann gerne auf der Ersatzbank Stummschaltpaket, kannst du dann gerne Satan dann huldigen. Aber bitte nicht hier in den Kommentaren. Danke. Amir, wenn die Leute gesehen hätten, dass der Koran durch verschiedene Philosophen und sowas zusammengesetzt wurde, dann hätte doch keiner damals jemanden fremdes wie den Propheten Mohammed geglaubt, oder nicht? Ja, der Mohammed hat ja nie existiert. Du siehst ja, dass 200 Jahre nach dieser Person sein Leben überhaupt erst mal was über ihn geschrieben wurde. Das ist doch Wahnsinn. Das früheste, was ihr habt, ist irgendwas mit 200 und 300 Jahren nach Mohammeds Tod. Weißt du, was das für ein Desaster ist? Und das sind noch nicht mal Augenzeugen gewesen. Ibn Ishaq war kein Augenzeug, Imam Bukhari war kein Augenzeug, niemand. Sie haben also nur das aufgeschrieben, was sie gehört haben und was sie gesammelt haben. Weißt du, wie fertig eigentlich die islamische Literatur ist? Dass sie das vor den ganzen Massen verschweigen müssen, dass es 31 verschiedene Koran-Versionen gibt. Es gibt keine Art, verschiedene Versionen, welche Allah jetzt wirklich herabgesandt hat. Wir haben ein Duri-Koran, wir haben ein Waj-Koran, wir haben ein Hafs-Koran, wir haben sogar von Ibn Qatil-Koran. Wir haben so viele Koran-Versionen, das ist krank. Das ist keine Übersetzung, das sind wirklich viele arabische Korane. Ich war vor ein paar Tagen so am Suchen und so am Recherchieren, ne, so ein paar Sachen. Und dann gucke ich so ein Video, da sehe ich auf einmal, du hast so ein Straßenvideo gedreht mit so jemandem. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. So, der hat Koran ausgegeben, so umsonst. Amir, dein Internet. Hörst du mich jetzt, Philipp? Ja, geht, geht. Genau, Abonaci, genau, genau, Abonaci. Abonaci, Abonaci. Ja, genau, genau. Heftig. war auch erstmal geschossen aber der ich höre dich gut du kannst weiter reden aber mein internet ist schlecht ich habe es auch zu sagen ich habe auch keine ahnung Ja, ich höre dich jetzt. Ja, ich höre dich. Ja, du siehst also das Gespräch mit mir und Abonate hat natürlich sehr große Wellen geschlagen, ne? Krass eigentlich, ne? Stimmt, wie jeder immer versucht bei dir zu erwähnen, dass du kein Moslem warst, ne? Ja. Aber was ändert das? Ja, ist lächerlich. Langsam lachen die Leute aus, wenn die sagen, dass sie kein Moslem waren. Hast du denn keine Beweise für diese Leute, dass du Moslem warst? Äh, ich hab letztens ein Foto von meiner Mama, als sie im Hip-Hab, also in, äh, das ist in Abaya nennt man sowas, glaub ich, ne? Ja. 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 Ja genau, hab ich dann ein Foto, hatte ich ein Foto gepostet gehabt von meiner Mama, aber ich hab ihr Gesicht so abgedeckt, ne? Ich will nicht, dass sie auf einmal so irgendwelche, weiß ich nicht, äh, das nehmen und dann irgendeinen Mist damit bauen, ne? Mit dem Foto meiner Mutter. Ja. Ja, ja, ganz vorsichtig. Hörst du mich? Ja. Ja. Ich hör dich. Ja, ganz vorsichtig mit sowas, ne? Bitte? Ich hab gesagt, ganz vorsichtig so mit sowas, Eltern so und so zeigen. Heutzutage ist deine Krise. Ja, ne. Natürlich, klar. Deswegen, äh, hab ich das Gesicht für meine Mama mit, äh, so einem Herzen abgedeckt. Und das Foto dann halt nur fotografiert, ne? Sind deine, äh, sind eigentlich deine Eltern noch, äh, Moslems? Das interessiert niemand. Okay. Ne, weil ich, äh, ich hätte gedacht, äh, so, wenn du Chris gewonnen bist und jeden erretten willst, dass du als allererstes deine Eltern erretten willst, weißt du? Ich hab natürlich mit denen darüber gesprochen, aber du weißt ja, wie Eltern sind. Eltern wissen immer alles besser. Weißt ja, wie die sind. Du selber bist Iraner, ne? Ne, Libanese. Ja? Libanese. Ah, Libanese. Okay. Und ja, Schia. Das ist ja kein Problem. Die Libanesen und Iraner stehen sicher sehr, sehr nah. Allein durch die Hezbollah und, äh, die schiitischen Milizen, ne? Ja, ja. Was hältst du eigentlich von Hezbollah? Was soll ich denn von denen halten? Hältst du nichts von denen oder was? Oder sagst du zu denen? Was soll ich denn von einer Gruppierung halten, die im Namen Allahs oder im Namen Gottes dann anfängt und andersgläubige zu, du weißt schon was. Aber die verteidigen sich ja nur. Die haben nie von... Ah, das verteidigen, ne? Die haben ja bisher nur verteidigt. Die haben ja noch nie von sich aus irgendwie Dings. Die haben ja niemals einen Angriffskrieg gegen Israel gestartet, ne? Ja, ohne dass es davor einen Angriffskrieg von Israel gehabt hat. Warte mal, habe ich noch das eine Video von, äh, von Hasan Nasrallah. Warte mal ganz kurz, wie der da aussieht. Der ist ja gesehener Mann, ne? Hasan Nasrallah. Was ist der? Ein gesehener Mann. Ein gesehener Mann? Ja, Hasan Nasrallah. Der wird ja richtig geliebt von den Landsleuten. Ja, natürlich, der ist wie ein Star, der Hasan Nasrallah. Ja. Der hat sehr viele schiitische, ähm, Soldaten, die bereit sind, äh, seine Befehle auszuführen. Das ist wie ein Kommandant. Da gab's mal so eine, da gab's mal so eine Dokumentation, äh, über den radikalen Islam. Kennst du denn vielleicht, diese Dokumentation? Das musst du dir mal angucken. Obsession heißt das. Obsession. War against radical Islam. Ne, kenn ich nicht. Guck dir das mal bitte an. Das ist so krass. Und da siehst du auf einmal die Hezbollah-Fighter, wie die, äh, ganz genau das machen, was der Mann aus Österreich getan hat. Du hast ja gesehen, wie die sich begrüßen, wenn, äh, der Mann aus Österreich und die, seine Leute sich immer begrüßt haben, als sie die Hand an die Brust legten und dann nach vorne, äh, kennst du diesen Begruß vom Herzen zur Sonne. Ja, du meinst doch, äh, Dings von Aha, ne? Ja, genau, von Aha, genau. Okay. Wie hat denn dieser Mann aus Österreich, der damals Deutschland hier, äh, ja, du weißt schon, was gemacht hat. Wie haben die sich begrüßt, als die sich immer gesehen haben? Kennst du so Videos, als, äh, der Aha die Leute begrüßt hat? Ja, mit der rechten Hand so nach oben. Also mit der rechten Hand ans Herz, an die linke Brust und dann? Ne, 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 mit der linken Hand an der Brust und mit der rechten hoch. Er hat doch immer einen Gruß gemacht, der, äh, der Aha. Ja, aber er hat mit der linken Hand an der Brust gehalten und mit der rechten hoch gehoben. Ja, und genau das machen diese ganzen Isbollah-Fighter genauso. Stehen da in einer Reihe als Soldaten und machen den, äh, den Aha-Gruß. Tolle Religion, ne? Du musst mal eingeben, Heinrich Himmler über den Islam. Da kriegst du Schock. Ja. Okay, Ginawo. Amir? Möchtest du noch was sagen, mein Bester? Amir. Ja, mein Bester. Du hörst mich, ne? Ich höre dich. Okay. Yallah, wir sehen uns, Amir. Okay, alles gleich. Mach's gut. Ja, genau, ich mein Onkel Adi. Moment, was ich mache, was willst du machen, Kenan? Kenan, Türkan, was willst du machen? Hi, Amir. Ja, Emmas. Hast du das gerade, hast du das gerade gesehen, was der Vorgelesen hat? Ne, ich bin jetzt gerade erst reingekommen. Na super. Wir waren ja vorhin live, aber dann ist irgendwie, wurdest du gesperrt oder was? Ja, ja, ich wurde gesperrt, ja, ja, aber nur ganz kurz und wurde wieder freigeschaltet. Ach so, ja, ich weiß gar nicht, wo wir, bei welchem Thema wir genau waren, ja? Ich glaub... Ja, ich hatte zu dir gesagt, dass du deine Seele in Sicherheit bringen sollst. Ah. Anstatt du da irgendwie Faxe reinmachst und auch noch sagst, dass du zum Islam gehörst, ne? Aber du weißt schon, wenn ich, ne? Also als Beispiel jetzt, sagen wir als Beispiel, wenn ich jetzt Christ werde, ne? Boah. Digga, du weißt nicht, wie viel Krieg hier wär. Also... Oh, oh. Ja, ganze Familie gegen mich, jeder. Ja, aber was ist denn wichtiger, Gott oder die Familie? Wenn man nicht gut zu seiner Familie ist, dann hat man auch... Also... Das weißt du ja, ne? Ja, aber der Herr sagte, wer Vater oder Mutter oder Kinder und alles mehr liebt als mich, der kann nicht zu mir gehören. Hey, wie jetzt? Hä? Wie meinst du das? Ja, der Herr Jesus Christus hat ja sein Leben für dich gegeben und hat unter Schmerzen deine Sünden ja auch getragen. Nur du musst das Geschenk der Gnade ja auch annehmen. Aber der Herr weiß auch, dass das sehr, sehr schwierig ist für die Leute, die zum Beispiel in verschiedenen Religionen feststecken und ihre Eltern sie natürlich daran hindern, eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Da schenkt der Herr aber Trost in Matthäus 5. Und da sagt er, glückselig sind diejenigen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden und alles zurücklassen um meines Namens willen. Ihnen wird das Reich der Himmel gehören. Ist das nicht wundervoll? Der Herr weiß, wie schwer das ist, dass du loslassen sollst von der Familie. Der Herr weiß, wie anstrengend das sein kann, wenn auf einmal die Familie komplett gegen dich ist. Aber alles zu verlieren und Gott zu gewinnen, das lohnt sich, glaube ich es nicht. Ich habe noch eine kleine Frage. Es gibt ja bei Christen irgendwie orthodox, katholisch und so was, evangelisch und so. Ist das so wie mit Schia und Sunniten oder was ist das genau? Ja, so in etwa kannst du das sehen, ja genau. Ist nicht ganz so gleich, aber so in etwa, ja. Was findest du am besten? Also was würdest du sagen? Und was macht der Unterschied? Der Unterschied ist eigentlich bei den Großkirchen nicht viel. Sie leben halt in ihren Traditionen, die sagen, nicht allein die Bibel reich, sondern wir müssen auch Traditionen mit einführen. Und dann haben sie natürlich sehr, sehr komische Lehren da auch noch, die sie vertreten. Aber ja, im Grunde genommen muss jeder Christ, der sich Christ nennt, muss von Neuem geboren werden. Und da sagt der Herr Jesus Christus ja, ob du jetzt Katholik bist, Evangelikale oder Orthodox, du bist hier auf der Welt, um ein Kind Gottes zu werden. Und denen gab er das Anrecht, sich Kinder Gottes zu nennen, die ihn aufnahmen. Das heißt, eigentlich müssten wir gar nicht sagen, ich bin Orthodox oder Katholik oder Evangelikale oder was auch immer. Wir müssten sagen, wir sind wiedergeborene Kinder Gottes. Durch den Herrn Jesus Christus. Amen. Ah, und wie kommt es, dass dann da untereinander immer Streit ist? Also das, weil ich habe mitbekommen, der eine sagt, ja, ne, Orthodox ist eine Sektung. Natürlich, wenn verschiedene Charaktere aufeinandertreffen und jeder die Bibel so liest, wie er das so verstehen möchte, da ist natürlich ein Problem. Wenn zum Beispiel an die einen so sagen und an die anderen das sagen, dann muss man anhand der Schrift dann schauen, wer sagt von den ganzen Leuten die Wahrheit. Und am besten ist es, sich selber ein Bild zu machen. Das heißt, du solltest selber einmal die Bibel aufschlagen und dich nicht von irgendwem verwirren lassen. Das heißt, einmal die Bibel zur Hand nehmen, zu lesen und dann schablonenartig anzuwenden, die Worte des Herrn Jesus Christus auf die sogenannte Christenheit. Und dann wirst du sehen, wer zu ihm gehört und wer nicht. Es sind also vereinzelte Leute auf der ganzen Welt, die zum Herrn Jesus Christus gehören und den Leib Christi bilden. Ich muss die Bibel lesen. Die Breite, was ist eh verloren. Die Breite, was ist eh verloren. Es gibt weltweit in Deutschland oder auch in Frankreich, Österreich, in ganz Europa oder auch weltweit Menschen, die wahrhaftig von Neuem geboren sind. Und diese sind dann Kinder Gottes und diese bilden den Leib Christi. So ist das. Sie sind dann die Braut des Herrn. Ach so. Ich habe noch eine kleine Frage. Das hat jetzt nicht mit Christ zu tun, aber dieses in Hamburg, dieses Kalifat. Ich frage mich die ganze Zeit, was das bedeutet überhaupt. Was heißt dieses Kalifat, diese Demo? Also Kalifat ist nichts anderes als der Traum eines jeden Muslim, nach der Auffassung von Mohammed und seinen Sahaba zu leben. Ein Kalifat zu gründen heißt, nichts anderes als wir gehen wieder zurück zum sechsten Jahrhundert und schauen, wie die Sahaba den Islam praktiziert haben. Ich weiß, wie gefährlich ein Kalifat eigentlich ist. Dass ein muslimischer Herrscher dann über die ganze Oma dann regiert und dann auch alle andersgläubigen in diesem Land, wo der Islam herrscht, dann dementsprechend dann behandelt werden. Auf Grundlage der islamischen Texte. Weißt du, wie gefährlich das ist? Ach so. Das steht dann an der Spitze ein Kalif. So wie der islamische Staat. Hast du gesehen? Der islamische Staat in Irak und Syrien. Wer war der Kalif des islamischen Staates? Nee, hab ich nicht gesehen. Das hast du doch mitbekommen, der islamische Staat 2015, als er an die Macht kam. Nee, hab ich gar nicht mitbekommen, ehrlich. Weil wenn sowas... Abubakar al-Baghdadi, der Abubakar al-Baghdadi war der Kalif der Muslime. Er hat sich also zum Kalifen erklärt. Und die Leute haben ihm die Bayer gegeben. Das heißt, die... Wie nennt man das? Wie kann man das ins Deutsch übersetzen? Ist das auf Arabisch? Wir haben den Treuespur geleistet bei Abubakar al-Baghdadi, das ist die Bayer. Wir haben Bayer gegeben bei ihm. Was ist Bayer? Das ist Treuespur. Ach so. Das heißt, jeder Muslime ist verpflichtet, diesen Treuespur abzuleisten. Wenn nicht, wird er bekämpft. Heftig, ne? Boah. Ja. Er ist dann derjenige, der Prinz der Gläubigen. Ein Kalif ist nichts anderes als ein Amir al-Muqminin. Der Prinz der Gläubigen. Auf ihn muss man hören. Der höchste Befehlshaber der muslimischen Oma. Ja, hier. Amir al-Muqminin. Ich, Dr. Scherer, aber Amir al-Muqminin. Ja. Ja, genau. So wie in der Mafia. Sehr gut, ja. Da ist ein Mafiaboss, der über die ganzen Mafiosis dann herrscht. Und sagt, ihr greift jetzt da das Territorium an. Und nehmt da das Dorf auseinander. Da werden wir jetzt einmarschieren. Von dem werden wir jetzt Schuttgeld erpressen. So. Aber warum machen die das denn genau? Also warum? Bitte? Warum machen die das denn genau? Weil der Koran ihnen das befehlt. Der Koran befiehlt das? Ach so. Natürlich befiehlt der Koran das. In Suche 9, Vers 29. Ja, ich müsste mal mein Buch lesen. Auf jeden Fall. Ja, sobald du den Koran liest, wirst du schnell merken, dass der Koran sehr, sehr komische Passagen von sich gibt. Die eindeutig dazu aufrufen, Anlassgläubige dann dementsprechend zu bereichern. Am besten ist es, deine Seelen in Sicherheit zu bringen, wenn du dein Leben dem Herrn Jesus Christus übergibst. Das ist das Beste, was du machen kannst. Ja, aber das weiß man ja auch nicht genau. Doch, das weiß man. Es ist ja nur ein Glaube, also am Ende ein Glaube, ne? Was? Am Ende ist es ja ein Glaube, weißt du? Ja, aber der Glaube muss ja auch bewiesen werden. Ja genau, aber das können wir ja erst nach dem Tod wissen. Ne, wenn also Gott Dinge in seinem Buch sagt, die tausende Jahre zuvor ein Prophet gesagt hat und dann tausende Jahre später so eintrifft, dann können wir nicht von einem Zufall ausgehen, sondern dann müssen wir zugeben, dass dieses Wesen, das dieses Buch offenbart hat, über Raum und Zeit verfügt. Verstehst du, Hermann? Ja, ich verstehe. Das nennt man dann einen hundertprozentigen Beweis, Gottesbeweis. Genau. Dass die Bibel kein normales Buch ist, sondern der Autor des Buches, der Bibel, über Raum und Zeit verfügt. Und das kann nur Gott sein. Verstehst du, Hermann? Ja, ich verstehe. Die Muslime nehmen ja die wissenschaftlichen Wunder als das beste Argument für den Korat. Aber wenn man sich das näher betrachtet, merkt man eigentlich, wie unwissend dieser Allah eigentlich ist. Wahnsinn, ne? Ich habe eine kleine Frage. Ich war gestern in einem Livestream drin und da hat jemand erzählt, also die Suche habe ich jetzt nicht, vielleicht weißt du, aber es soll in der Bibel, also das Wort vielleicht sein. Also irgendwie steht da... Hast du einen Koran da? In der Bibel, in der Bibel, also sowas... Ja, hast du einen in der Bibel, nein, im Koran? Achso, weil ich bin mir sicher, da wurde Bibel gesagt, dass in der Bibel das Wort vielleicht steht und... Nein, das ist der Koran. Ich habe das jetzt in den Umlauf gebracht. Meinst du, das steht im Koran? Das steht im Koran, ich kann es dir zeigen. Also ich habe keinen da, deswegen, ne? Ja, merkt ihr einfach, suche 66 Vers 8. Äh, 46, 8. 66 Vers 8. Ja, da sagt Allah, vielleicht werde ich eure Missetaten zudenken. Allah ist sich nicht sicher. Er muss noch überlegen. Vielleicht, wie so ein Mensch. Vielleicht, wenn ich einen guten Tag habe. Vielleicht meint der Mensch. Oder meine Engel, oder meine Engel den Thron gut tragen. Guck mal hier. Und das Lied dann abgespielt wird. Guck mal hier. Aber vielleicht meint der. Aber vielleicht meint der. Du heilig, wenn ich einen guten Tag habe. Und meine 8 Engel dann meine Thron tragen. Aber vielleicht meint der. Amir. Ich trage den Fußballalarm. Oder warte, hier. Amir. Amir. He. Amir. He. 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 Amir. He. 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 Du musst dir mal vorstellen. Emmat. Toni. Emmat. Was? Emmat. Was? Nein, Spaß. Du musst dir mal vorstellen. Der Allah, sein Thron wird von 8 Engeln getragen. Wie? Wie bei, äh, wie bei diesem afrikanischen Video, wo sie diesen Sarg tragen und dann tanzen so. Aber ist doch gut, 8 Engel. Was? Aber ist ja was Gutes, wenn es 8 Engel sind. Ja, natürlich. Weil der Thron von Allah sehr, sehr schwer ist. Wenn er sich drauf setzt, dann knackt das so. Knack. Was wollt ihr denn? Ah, genug. Das Abomaltchen. Wie geht das auch hier? Guck mal, was der wieder macht. Der ist auch die Oberhärte, der Typ. Kam schon 8 Millionen mal hier rein, hätte sie wieder rausgegangen. Abomarschan, Abomarschan. Abomarschan. Abomarschan, äh, Vegeta. Abomarschan, der ist der Freund von Cindy aus Marzahn. Emmat, du musst zur Vernunft kommen. Was? Lass diese Religion, Islam beiseite von Kamelorien und komm zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Abomarschan, wie geht es dir? Amina, Kuprufu. Wie geht es dir? 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 Alhamdulillahi, Rabbil Alamein. Alas Sub, Kibetallah. Was glaubst du denn? Bist du ein Selafi? Bist du ein Aschari? Oder ein Maturidini? Was bist du denn? Ich bin Ahlun, Sunnah, und Jemaah. Also das heißt, dass Allah-Wort wirklich Körperteile hat bei dir, ne? Hä? Ist es da rausgegangen? Was ist das denn? Ich glaube, der Hansi hat denen direkt eine Ansage gemacht. Die Tür, was macht ihr? Genau, sie hat keine Ahnung, ey. Der ist so pannend, der Hansi. Der geht und schreit die Leute an. Das ist so krank, ne? Der schämt sich nicht, dieser 60-jährige Opa in die Streams reinzukommen und seine muslimischen Brüder da so anzuschreien. Geh, Rostitio! Was hast du gemacht? Ich bin der Heli- Ich kann nicht mehr, das ist... Schönen Tag wünsche ich mal und Gottes Segen. Ja, danke dir. Ich wünsche dir auch Gottes Segen. Ich habe einen heiligen Koran bei mir. Das ist ja aber Ahmadiyya. Ahmadiyya? Liebe für alle und Hass für keinen. Das ist der Slogan von Ahmadiyya. Ja, danke. Und ich lese ja keins was vor, das ist nur ganz kurz. Ja, ich versuche es mal zu lesen. Allah spricht dabei, je nach Lage, von sich als Allah, als majestätisches Wir. Wir, wer ist wir, Gottes Will? Ja, wer ist wir? Und dann sagt er von er, Gott aber ist nicht männlich, sondern jenseits von Geschlechtlichkeit. Ich verstehe nur Kamelorien. Was würdest du denn jetzt sagen? Ja, ich verstehe das nicht. Wieso sagt Allah? Allah ist nicht Gott. Gott ist nicht männlich, sondern jenseits von Geschlechtlichkeit. Ja. Schön. Okay, danke dir, Ria. Na, Gott segne dich und deine Familie, Ria. Ja, danke, das wünsche ich dir auch mal. Aber das ist wirklich cool. Danke, ciao. Ja, tschüss. Ciao. Mahran, Mahran, komm hoch. Ich muss ein ernstes Wörtchen mit dir reden, Mahran. 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 Mahran, komm ran. Oh, wir haben schon die 112.000 geknackt, sehr gut. Der Stream ist auch nicht eingeschränkt, das ist ja bestens. Ist ja heftig. Das ist ja supi dupi. Mahran, ich habe die Einladung geschickt, komm hoch. Alle lesen, jetzt sofort. Du kannst das ja lesen für uns, komm hoch. Lesen. Tütsio, was machst du hier oben, Tütsio? Geh runter, wenn du hat keine Ahnung, Mann. Der Hansi ist eine Legende. Hansi ist eine legendäre Statuse. Der Hansi hat schon einen Legenden-Status erreicht, ehrlich. Das ist heftig. Geh runter. Geh runter. Mister, geh runter. Josef. Josef. Mein Bruder, was geht? Zeit noch in den Staatlöchtern, das befindet sich in den Staatlöchtern, aber bald ist es soweit. Mahran, komm doch jetzt hoch. Mahran, komm doch jetzt hoch. Mahran. Der hat dich vermisst, der will mit dir wieder im Darby auch. Der liebt mich, dieser Euro-Schicha-Muslim. Mahran. Okay, Josef. Gott, denk mit dir, ich mach's kurz. Mahran. Mahran. Komm, nimm an. Ich kann nicht hoch, bin arbeiten mit Kopfhörern, ja, ist nicht schlimm. Hol deinen Chef auch hier hin. Sag mal hier, der Ex-Muslim will mit dir reden, Chef. Hast du mir schlechte Arbeit gegeben, Chef? Schlechte Lohn, Chef. Ex-Muslim will reden mit dir. Chef, hast du schlechte Lohn gegeben? Ex-Muslim will reden mit dir. Er will dir machen Hintern versohlen. So, ich muss jetzt wieder ein bisschen geistlichen Augen zu mir nehmen. Das heißt, ich muss die Worte des Herrn hören. Richtig? Geistlichen Augen. Psalm 6. Psalm 6. Klage und Zuversicht beim Übermut der Gottlosen. 16. Psalm 68. Ein Psalm Lied Davids vorzusehen. Nach diesem ganzen geistlichen Durchfall brauche ich jetzt auch wieder geistliche Nahrung. Gott steht auf. So werden seine Feinde zerschreut und die in Hass fliehen. Danke. Wie Rauch verbringt seine Hinsen. Danke. Wie Wachs zerschmilzt vor dem Feuer, so kommen die Gottlosen rum. Die Gerechten aber freuen sich, sind fröhlich und freuen sich von Herzen. Danke. Singe. Singe. Lob singet seinen Namen. Macht Bahn den, der durch die Wüste ein Wehr fährt. Er heißt Herr. Freut euch vor mir. Ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witteln ist Gott der Heiligen. Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt. Der die Gefangenen herausführt. Das ist ihr die Wohne gehen. Aber die Abtrünnigen lässt er bleiben. Dürren landen. Gott, als du vor deinem Volk ein Heer zogst, als du ein Heer gegen sie gelegt hast, erbebte die Erde und die Himmel troffen vor Gott, Anselai, vor Gott, dem Gott Israels. Gott, du gabst Gott einen gnädigen Wieden und dein Herbe, der Stürmer, erblicktest du, dass deine Herde darin wohnen konnte. Gott, du habst die Hände in deiner Gute. Der Herr gibt dein Wort. Der Freudenboten ist eine große Schar. Die Könige der Heerscharen fliehen. Sie fliehen und die Frauen teilen die Worte aus. Wenn ihr zu Felde liegt, glänzt es wie Feuer, wie Silber und Gold Schimmer. Als der Allmächtige dort Kölige zerstreute, damals im Schmied auf dem Salon. Ein Gotteswerk ist Ascharsgebirge. Ein Gebirgereich an Gipfeln ist Ascharsgebirge. Was seht ihr schön, ihr Berge, ihr Gipfel auf den Berg, wo es Gott gefällt, zu wohnen? Ja, dort wird der Herr immer da. Gottes Wagen sind viel, tausend mal tausend. Der Herr zieht ein ins Heiligtum von Sinai. Du bist aufgefahren zur Höhe und führtest Gefangene Gefangenen. Du hast Gaben entfangen unter den Menschen. Auch die Abtrünnigen müssen sich dort vor dir wippen. Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. Zu Gott rufe ich und er erhöht mich. In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist des Nachts ausgestreckt und lässt nicht ab. Denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Ich denke an Gott und bin betrübt. Ich sinne nach und mein Herz ist im Echsen. Meine Augen hältst du, dass sie wachen müssen. Ich bin so voll Unruhe, dass ich nicht reden kann. Ich gedenke der alten Zeit, der vergangenen Jahre. Ich denke und sinne des Nachts und rede mit meinem Herzen. Mein Geist muss forschen. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr erweisen? Ist es denn ganz und gar aus mit seiner Güte und hat die Verheißung für immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein oder seiner Warmen im Zorn verschlossen? Ich sprach, darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Darum denke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich denke an deine früheren Wunder und sinne über alle deine Werke und denke deinen Taten nach. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott wie du, Gott, bist? Du bist der Gott, der Wunder tut. Das geht. Amen. Oswald. Ja, alles klar. Gott segne dich und deine Familie. Ja, dich auch. Ich wollte nur sagen, so läuft es eigentlich. Du musst ein bisschen lauter sprechen. Ja, ich will gar nicht so wegen Religion oder sowas reden. Das finde ich irgendwie nicht so cool. Hast du Kopfhörer drinne? Nein. Hörst du mich? Ja, aber so leise. Scheiße. Soll ich noch mal raus und noch mal rein? Nee, rede einfach weiter. Ich guck mal. Wie läuft Fitness? Fitness läuft immer gut. Ich wollte nur sagen, du siehst gut aus. Oh, dankeschön. Du siehst auch sehr gut aus. Nein, aber das sah cool aus. Das sah so was anderes mal. Ja, was meinst du, wenn ich anfangen würde wie Coach Frankie? Mit diesen Fitness-Zeugs und so. Dann würde ich hunderttausende von Euros machen, ey. Aber darauf geht es nicht. Hat die nicht voll gut? Und dann habe ich so ein anderes Video gesehen, wo ihr voll gebeefht habt. Was? Ihr habt euch gebeefht, Frankie und du, oder nicht? Ja, Coach Frankfurt und ich, wir machen immer Beef, Beefsteak. Wir wollen immer viel Essen zusammen, Beef, damit unsere Muskeln größer werden. Aber bei mir werden die Muskeln größer und bei ihm wird das Gehirn kleiner, bei Frankie. Äh, öh, 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 öh. Ja, das ist so. Das ist Coach Frankfurt. Coach Frankfurt. Ich wollte nur das loswerden. Du siehst gut aus, Amir. Ja, weiter so. Ja, man. Mach's gut, ja. Ciao, ciao, Gott. Ich danke dir. Gott, wegen dir und deine Familie. Mach's gut, Herr Metzler. Ciao. Ja, ab und zu man muss den Doktor Scherer auch Komplimente bekommen, oder? Danke, Osman. Gott segne dich. Osman 44. Sehr guter Junge. Sehr gut. So, weiter im Text. Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit Macht, die Kinder Jakobs und Josefs. Die Wasser sahen dich, Gott. Die Wasser sahen dich und ängstigten sich. Ja, die Tiefen tobten. Wasser ergossen sich aus dem Gewölk. Die Wolken donnerten. Deine Pfeile fuhren einher. Dein Donner rollte. Blitze erhellten den Erdkreis. Die Erde erwebte und wankte. Dein Weg ging durch das Meer und dein Pfad durch große Wasser. Doch niemand sah deine Spur. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand des Mose und Waren. Amen. Wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Wow. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden. Alle. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte. So sieht das ... Und und die Leute werden sich dann vor ihm ... Was ist das denn, Mann? Komm mal, mein Mensch. Hör auf damit, Mann. Bekehre dich zum Herrn, bevor es zu spät ist. Du weg, Mann. Weg, Mann. Hör auf damit, Mann. Hör auf damit, Mann. Weiter im Text. Amen. 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 Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig. Ich war fremd und ihr aufgenommen. Ihr Lieben, ich gucke, aber hört. Stumm schalten, stumm schalten, stumm schalten. Jetzt müsst ihr zuhören. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Hört das Wort Gottes. Dann werden ihm die gerechten Antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben. Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben. Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen. Darauf soll der König ihnen antworten. Was hörst du denn davon, Leute? Sage euch, was ihr für einen Meiner, Geringste... Da wollten die nicht mehr, ne? Hat in ihren Ohren gekitzelt das Wort Gottes, wenn der Herr Jesus Christus in ihre Herzen spricht. Das wollen sie nicht. Aber wenn zum Beispiel jemand in seinem eigenen Namen kommt und sie verführt bis zum Gehtnichtmehrt, den nehmen sie auf. So eine Traurigkeit. Dann wird er sich auch an die auf der linken Seite wenden und zu ihnen sagen, hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr gab mir nichts zu essen. Ich war durstig und ihr gab mir nichts zu trinken. Ich war fremd und obdachlos und ihr nahmt mich nicht auf. Ich war nackt und ihr gab mir keine Kleidung. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten. Herr, wann haben wir dich hungrig? Oder durstig? Oder obdachlos? Oder nackt? Oder krank? Oder im Gefängnis? Gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten. Amen, ich sage euch. Was ihr für einen dieser geringsten nicht getan habt. Das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten. Die Gerechten, aber das ewige Leben. Amen. So sieht das aus. Die Gerechten, aber das ewige Leben. Wer spricht schöner als der Herr Jesus? Keiner. Ein Säman säte Samen auf dem Feld. Und als er säte, fielen Körner auf den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein Teil fiel auf steinigem Boden, wo es nur wenig Erde gab. Und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen. Und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Teil fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Teils hundertfach. Teils sechzigfach. Teils dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Warum sprichst du zu ihnen in Gleichnissen? Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelnreichs zu erkennen. Ihnen ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Weshalb spreche ich zu ihnen in Gleichnissen? Weil sie sehen, aber nicht sehen. Hören, aber nicht hören. Weil sie hören und auch nicht hören und nichts verstehen. Nichts verstehen sie. Da redet der Herr Jesus Christus auch zu den Muslimen. Mit ihren Ohren hören sie, aber sie hören eigentlich gar nicht. Mit ihrem Verstand verstehen sie auch gar nicht, obwohl sie Verstand haben. Sie begreifen gar nichts. Sie sagen, siehst du, Jesus gibt uns sein Fleisch zu essen. Das ist so krass, ey. Ihnen erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas, die sagt, hören sollt ihr aber nicht verstehen. Genau, an dem Propheten Jesaja. Siehst du, da hängt es schon wieder. Am Propheten Jesaja. Immer und immer wieder. Der ist der Schlüsselprophet für alles, ne? Der Prophet Jesaja. Weil in seinem Buch alles verzeichnet ist, was wir brauchen, um die Gottheit des Herrn Jesus Christus eindeutig zu erkennen. Amen. Sehen sollt ihr, aber nicht erkennen. Denn dieses Volk hat ein hartes Herz und mit ihren Ohren hören sie nur schwer. Ja, sie hören sie nur schwer. Und ihre Augen halten sie geschlossen, damit sie mit ihren Augen nichts sehen. Mit ihren Ohren nicht hören, mit dem Herz nicht verstehen und sich nicht bekehren. Damit ich sie nicht heile. Heftig, ne? Sie entscheiden sich also gegen den Herrn Jesus Christus. Habt ihr das gehört? Sie schließen bewusst die Tür vor ihm. Obwohl er an der Tür ihres Herzens am Klopfen ist. Und sie sagen, ne, ich will nichts mit Jesus zu tun haben. Wahnsinn, ne? Sie wollen sich nicht retten lassen vom Herrn. Das ist aber auch ihr gutes Recht, sagt der Herr Jesus. Siehst du, er lässt ihnen den freien Willen. Willst du nicht? Kein Problem. Ich spiele dir aus Liebe die Gnade an. Du musst das nicht annehmen. Aber da musst du die Konsequenzen ertragen, spätestens wenn du in die Ewigkeit gegangen bist. Weil du hast alle meine Gesetze übertreten und ich bin gerecht. Deswegen muss ich das bestrafen. So wie du hier in diesem Staat bestraft wirst, wenn du das Gesetz übertrittst, so wird Gott dich bestraft, wenn du sein Gesetz übertriffst. Amen. Nur damit du das verstehst. Ihr aber seid selig. Denn eure Augen sehen. Und eure Ohren hören. Jetzt spricht der Herr Jesus Christus zu uns, die ihn erkannt haben und seine rettende Hand angenommen haben. Seine rettende Gnade. Pass mal auf. Amen. Ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben sich danach gesehen, zu sehen, was ihr seht. Wahnsinn. Und haben es nicht gesehen. Sie haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Hört also das Gleichnis vom Sämann. Wenn ein Mensch das Wort vom Reich hört und das nicht versteht, dann kommt er böse und nimmt weg, was ihm ins Herz gesät wurde. Bei ihm ist der Samen auf den Weg gefallen. Auf felsigem Boden ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört und sofort freudig aufnimmt. Aber es schlägt keine Wurzeln in ihm und er ist unbeständig. Sobald er bedrängt oder verfolgt wird aufgrund des Wortes, dann kommt er zu Fall. In die Dornen ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort zwar hört, aber dann ersticken es die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum. Wahnsinn. Und es bringt keine Frucht. Keine Frucht. Doch auf gutem Grund ist der Samen bei dem gesät, der das Wort hört und das auch versteht. Er bringt dann Frucht. Hundertfach. Oder sechzigfach. Jetzt würden die Muslime kommen und sagen, siehst du, Jesus, du bekommst hundert Früchte. Hundertfach Früchte bekommst du dann. Du bringst dann hundert Früchte, Äpfel und Birnen. Das ist dann die Ausdehung der Muslime, wenn der Herr Jesus Christus für sie spricht. Glaubt es mir, so wahr ich hier sitze. Es würde bestimmt Muslime geben, die sagen, siehst du, Jesus gibt dir hundert Birnen. Hundert Äpfel. Oder dreißigfach. Ja, dreißig bin ich nur der Äpfel, genau. Selig, die Arm sind und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werden solltet. Halleluja. Freut euch und jubelt. Euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt. Ihr seid das Salz der Erde, wenn das Salz seinen Geschmack verliert. Womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, zu gar nichts. Es wird weggeworfen und von zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen. So sieht das aus. So sieht das aus. So sieht das aus. So sieht das aus. Wie diese Hintergrundgeräusche so einen beruhigen, mit diesem Vogelgezwitscher und diesem Klaviergang und so. Das ist heftig, ich bekomme direkt so voll die komischen Gedanken, bin total in so komischen Gedanken am Rumschwirren. Das ist heftig. Herr. Wie oft muss ich meinen Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Ich sage dir nicht siebenmal. Sondern siebenundsiebzigmal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man ihm einen, der ihm 10.000 Talente schuldete. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, da fiel der Herr, ihn mit Frau und Kindern zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und er bat, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm 100 Dinare schuldete. Er packte ihn, würgte ihn und rief, bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte, hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und... Er ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt hat. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Und berichteten ihm alles, was geschiehen war. Dann ließ man ihn... Hör das Wort, Gott ist! ... und sagte, du elender Diener, deine ganze Schuld. Habe ich dir erlassen, weil du mich so angeflieht hast? Hättest du nicht auch mit jedem Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinen Zorn übergab ihn der Herr den Vorderknechten ließ, er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Hör dir diese Worte an, wie wundervoll! Der nur für sich sein, Schätze sammelt. Aber vor Gott nicht. Es muss dir nach dem Reich Gottes gehen! Und in den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er hin und her, was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich meine Ernte unterbringen soll. Dann sagte er, so will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und Größe bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann kann ich zu mir selber sagen. Nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Hol dich aus! Dies! Trink! Freu dich des Lebens! Da sprach Gott zu ihm, du nahe! Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wen wird denn all das gehören, was du angehäuft hast? Wem? So geht es jeder, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt. Noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist wichtiger als die Nahrung. Das Leben ist wichtiger als die Nahrung. Seht auf die Raben! Sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben keinen Schweicher und keine Scheuner, denn Gott ernährt sie. Gott ernährt sie! Wie viel mehr seid ihr wert, als die Füge? Wie viel mehr seid ihr wert! Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern, wenn ihr nicht einmal etwas so Geringes könnt? Darum macht ihr euch dann Sorgen um all das Übrige. Seht euch die... ...Lilien an. Sie arbeiten nicht. Und sie spinnen auch nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo, weil in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Halleluja! Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird. Wie viel mehr denn euch, ihr Kleingläubigen? Ja, Kleingläubigen, ja? Darum fragt nicht, was ihr essen und was ihr trinken sollt. Und vor allem ängstigt euch nicht. Denn um all das geht es den Heiden in der Welt. Euer Vater weiß das und er weiß, dass ihr das braucht. Euch jedoch muss es um sein Reich gehen. Dann wird euch das andere dazugegeben. Fürchte dich nicht. Du kleine Herde. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich... ...das Reich zu geben. Verkauft eure Haber. Und gebt den Erlös den Armen. Macht euch Geldbeutel, die nicht zerreißen. Verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt, toben im Himmel. Wo kein Dieb ihn findet. Und keine Motte ihn frisst. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Amen. Bist du der König der Juden? Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Ist nicht von dieser Welt. Was soll ich dann tun mit Jesus, den man den Messias nennt? Kreuze gehen. Guck mal, wie sie mit dem Herrn Jesus Christus umgehen. Das ist so krass. Der noch nicht mal die Sünde kannte. Keiner konnte ihm eine Sünde nachweisen. Guck mal, wie die mit ihm umgehen. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen. Ich bin unschuldig am Tod dieser friedlichen Mannes. Das ist eure Sache. Vater, die Zeit ist da. Verherrliche den Sohn, damit der Sohn auch dich verherrlicht. Das ist das ewige Leben. Dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen. Und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe dich auf Erden verherrlicht. Ich habe das Werk, das du mir aufgetragen hast, zu Ende geführt. Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir. Mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und bei Mordetrick einfach den anderen hat er geholfen. Sich selbst kann er nicht helfen. Er ist doch der König von Israel. Er soll vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut. Der soll ihn jetzt retten, wenn er es will. Er hat doch gesagt, ich bin Gottes Sohn. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt. Und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Frau, siehe dein Sohn. Und siehe deine Mutter. Mein Gott. Mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wiederzunehmen. Niemand entreißt es mir. Niemand. Sondern ich gebe es. Ich gebe es freiwillig. Und ich nehme es auch. Von deinem Willen hin. Maria. Rabboni. Halte mich nicht fest. Denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Geh aber zu meinen Brüdern. Und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater. Und zu eurem Vater. Zu meinem Gott. Zu meinem Gott. Und zu eurem Gott. Ich habe ihn gesehen. Gerechter Vater. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht. Und werde ihn bekannt machen. Damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist. Und damit ich in ihnen bin. Geh darum aus. Zu allen Völkern und tauft sie auf den Namen des Vaters. Und des Sohnes. Und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss. Ich bin bei euch. Alle Tage. Bis zum Ende der Welt. Propheten sagen, sie werden mit uns sein bis zum Ende der Welt. Das ist so krank. Ich weiß nicht. Das ist einfach nur noch grandios. Wie perfekt das aber auch auf diese blinden Leute passt. Mit ihren. Sie haben Ohren, doch hören nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben einen Verstand und doch verstehen sie nicht. Ja, und das Wichtigste, was der Herr Jesus Christus sagt. Ich bin heute sehr cool. Ich bin heute im Grundpunnen. Ich bin heute. Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott kommt. Denn niemand kann die Wunder tun, die du tust, außer Gott ist mit ihm. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, nur wer von Neuem geboren wird, kann eingehen ins Reich Gottes. Wie kann ein alter Mensch erneut geboren werden? Kann er noch einmal in den Mutterland zurückkehren und wiedergeboren werden? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wird jemand nicht aus Wasser geboren und aus Geist kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, du musst von Neuem bohren ist. Wie kann das nur sein? Wie kann das nur sein? Du bist ein Lehrer Israels und begreifst das nicht? Ist die Verbindung schlecht? Hört ihr mich überhaupt? Jetzt wieder gut? Hört ihr gut, ja. Ihr Zung, begreifst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir tun kund, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben und doch verwerft ihr unser Wort. Gott, ich habe über Irdisches gesprochen und ihr habt mir nicht geglaubt. Wie wollt ihr da glauben, wenn ich von Himmlischem rede? Niemand ist in den Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist. Nämlich der Menschensohn, der im Himmel ist. Mimose, die Schlange in der Wüste emporhoben, muss auch der Menschensohn emporgehoben werden. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht stirbt, sondern sondern das ewige Leben hat. Was hat der gerade gesagt? Erst. Mimose, die Schlange in der Wüste emporhoben, muss auch der Menschensohn emporgehoben werden. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht stirbt, sondern sondern das ewige Leben hat. Denn Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht stirbt, sondern das ewige Leben hat. Amen. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, um die Welt schuldig zu sprechen, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht schuldig gesprochen. Doch wer nicht an ihn glaubt, ist bereits schuldig, weil er nicht an den Namen des einzig gezeugten Sohn Gottes glaubt. Und dies ist das Urteil. Dies ist das Urteil. Das Licht ist in diese Welt gekommen. Und die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse ist. Weil ihr Tun böse ist. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Und kommt nicht zum Licht, damit sein Tun nicht getadelt wird. Ja, genau. Wer jedoch die Wahrheit tut, kommt zum Licht. Damit offenbar wird, dass sein Tun in Gott vollbracht ist. Und das ist das Licht. Das sind die Worte des Wahrhaftigen, nicht das, was der alle da von sich gibt. Hier sehen wir die wahren Worte Gottes, des Herrn Jesus Christus. Seinem Vater. Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben. Und verschleuderte sein Verwirrung. Und als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land. Und das ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aus Feld zum Schweinehütten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen. Aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich. Und sagte er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen. Und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Vater, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen. Und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger, holt Schuhe und zieht sie ihm an. Bringt das Mastkalf her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot. Und nun lebt er wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und so begannen sie ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten sollte. Der Knecht antwortete, Dein Bruder ist gekommen. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, sagte, So viele Jahre schon diene ich dir. Und niemals habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Doch niemals hast du mir auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat. Da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, Mein Kind, du bist immer bei mir. Und alles, was mein ist, es ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern. Denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden. Hammer, wie der Herr Jesus Christus die Worte bildet. Wenn beispielsweise jemand, der in Christus ist und auf einmal wieder ausschweifend lebt und so, dass er immer wieder so zurückkehren kann zu seinem himmlischen Vater und bereuen kann. Und der Herr ja wie so ein Vater für uns ist. Der ihm wieder alles vergibt. Das sehen wir anhand eines Beispiels, wenn jemand Kinder hat und sein Kind gegen ihn sündigt. Und dann siehst du, dass der Vater erst mal sauer ist, aber sich freut, wenn das Kind kommt und Reue zeigt. Richtig? Und so ist der Herr ein liebender Vater. Gott ist ein liebender Vater. Allah ist ein liebendes fliegendes Schienbein. Genauso sieht es aus. Wir dienen dem lebendigen Gott Jesus Christus und Muslime dienen zwei rechte Hände. Das war's. Und Fuß. Genau wie dieses Mädchen, die hier am Rumtreuen ist. Diese Wachterauf oder wie die heißt. Und die hat heute genug Alec Krimbic in sich reingetan. Deswegen ist sie jetzt hier drin am Rumtreuen. Deswegen müssen wir ihr ganz schnell empfehlen, dass sie zum Herrn Jesus Christus kommt und weg geht von Alec Krimbic. Ja, Alec Krimbic ist nicht von Gott. Das ist nämlich von Beate Use. Und da bitte ich dich dann einmal dementsprechend dann von dieser Religion abzulassen und dann zum wahrhaftigen Gott und zum ewigen Leben zu finden. Also Alec Krimbic weglassen, den islamischen DILDO und dann einfach mal zum wahrhaftigen Gott und zum Herrn Jesus Christus finden. Also das ist, ne? Das schaffst du schon. Das kriegst du hin. Alec Krimbic weglassen, Beate Use, Schopp und so ein Blödsinn. Weglassen und dann einfach zum wahrhaftigen Gott und zum ewigen Leben finden, meine Liebe. Und dann brauchst du auch nicht mehr hier rumzutrollen und dann sagen, ihr hattet recht, ich war eine Blinde und dank euch darf ich jetzt sehen und habe den Herrn Jesus Christus erkannt. Amir, du hast vollkommen recht gehabt. Alec Krimbic war nichts für mich. Ich war eine Zeit lang damit beschäftigt, den besten Alec Krimbic zu finden, aber das Wort Gottes hat mich befreit. und dann sage ich, das hast du sehr gut gemacht. Du bist eine sehr weise Frau, Alec Krimbic beiseite zu legen und zum wahrhaftigen Gott und zum ewigen Leben zu finden. Sehr gut. Danke. Hallo. Ja. Wie geht's? Handel ist es mir. Gut. Wusstest du eigentlich, dass wenn eine Muslime unter Begierde leitet, sie sich den abgeschnittenen Tierkirchen jetzt einführen darf? Was? Oh, ich wollte dir eigentlich eine Frage stellen. Darf ich? Ich würde dir auch gerne eine Frage stellen. Ist das normal, dass man seine Muslime spricht? Okay, wenn du eine stellen darf, darf ich diesmal auch eine stellen, oder noch? Warte, ich bin nur nicht fertig. Ist das normal, dass eure Religion über abgeschnittene Tier-PNS spricht? Nein, ist es nicht. Warum macht denn deine Religion sowas? Wo steht das? Sahih Muslim, Buch der Menstruation, Hadith 525, der Kommentar dazu von Imam An-Narawi. Ich finde das nicht in Ordnung, sowas dann, wenn ich beispielsweise ein Muslim wäre, dass meiner muslimischen Schwester, Tochter oder Nichten, Cousinen, Tanten oder gar der Mutter dann zu sagen, wenn sie zum Beispiel eine Witwe ist und sie unter starke Begierde leidet, dass sie sich eine abgeschnittene Tier-PNS reinführen darf. Ist das okay? Was sagt denn Iman An-Narawi? Soll ich dir das vorlesen? Mhm. Okay. Gerne doch. Allzeit bereit bist du. Nicht, dass es wieder daif ist, oder? Das ist dahi-Bus. Bro, du willst halt Hadith heraus, die dahi-Bus sind im Nachden. Dahi-Bus. Bist du gerade am Paket aufsteigen, aber wie? Wie willst du das auch lesen? da werde ich auch immer hier. Kommentar von Imam An-Narawi zum Hadith Sahih Muslim Buch der Menstruation Hadith 5, 2, 5 Der Ausspruch des Propheten Friede sei mit ihm, wenn er zwischen ihren Vierbeinen sitzt. Meist ihrem Haustier Shubba al-Arba und Verkehr mit ihr hat und ermüdet sie. Und dann heißt es weiter. So, was heißt es hier weiter? Unsere Gefährten haben gesagt, dass wenn der PINIS-Kopf in den ANOS einer Frau oder eines Mannes oder in die Vulva oder in den ANOS eines Tieres eingedrungen ist, es notwendig ist, sich zu waschen. Ob die Person, die gepunktpunktet wird, lebendig oder tot, jung oder alt, ob es absichtlich oder geistesabwesen getan wurde, sei es vorsätzlich oder gewaltsam. Und weiter hier unten. Wenn eine Frau den PINIS eines Tieres in ihre Vulva macht, muss sie sich waschen. Und wenn sie einen abgetrennten PINIS wörtlich ein abgetrenntes männliches Dings einführt, gibt es zwei Meinungen. Das Richtige ist, dass sie sich waschen muss. Geh und bring mal das deiner Schwester und deiner Mama und deiner Tante und allen weiblichen Verwandten in deiner Familie bei. Los. Ist das nicht der letzte Dreck, den du je in deinem Leben gehört hast? Erstens, äh, ich weiß nicht, ob es der Hadif authentisch ist. Zweitens, weiß ich nicht. Ist das nicht der allerletzte Dreckhaufen, den du jemals in deinem Leben gelesen hast? abgeschnittene Tier PINIS, abgeschnittene Tier, ich schreibe mir jetzt den Hadif. Ich schreibe mir jetzt den auf und schreibe später meinem Chef, ok? Was machst du? Gib mir den Hadif, ich schreibe mir jetzt den auf und schreibe später dazu. Das ganze Arabisch? Ja. Was? Moment. So, gib mir den Hadif. Sahi Muslim? Buch der Menstruation? Ja. Hadif 525? Kommentar von Annaoui. Ok, Tom. Annaoui. Ok, ich frage dazu später, jetzt darf ich meine Frage stellen? Ja. Ist Selbstmord im Christentum verboten, ja oder nein? Ja, natürlich. Ok. Kann Jesus Leben geben und nehmen, kann er, oder? Natürlich. Ok. Ist Jesus am Kreuz gestorben, ja oder? Ja, natürlich. Ok. Ist Jesus freiwillig ans Kreuz gegangen, ja oder nein? Ja, natürlich. Ok. diese Freiwilligkeit, das ist doch Selbstmord und so nicht. Nein. Der hat den Auftrag des Vaters empfangen und den hat er auch ausgeführt. Der hat gesagt, niemand nimmt mir mein Leben, ich lasse es selber und habe auch die Macht, es wiederzunehmen. Du siehst also, dass Jesus Christus kein gewöhnlicher Mensch ist. Er hat die Macht, sein Leben zu lassen und es auch wiederzunehmen. Ein normaler Mensch, der kann ja nicht so reden. Verstehst du? Merde ich sei nicht, das muss man ein bisschen mehr erklären. Es ist jetzt nicht böse gemeint, weißt du, aber ich verstehe das gar nicht. Doch, doch, das verstehe ich. Wie es sein kann, dass Selbstmord an sich ist ja eine Sonne. Das ist ein Blödsinn, den du gerade behauptest. Der Jesus Christus ergeht dann freiwillig ans Kreuz. Das ist Selbstmord. Was ist denn Selbstmord? Der Jesus Christus erfüllt gerade die Prophezeiung, die über den Messias abgegeben wurde, dass der Messias kommt, um für die Sünden der Menschen zu bezahlen. Das findest du in Jesaja 53. Kannst du uns das bitte vorlesen? Jesaja was? Jesaja 53. Lies uns das mal bitte vor. Okay. Ich lese es jetzt nur vor, weil du am Fahren bist, bro. Jesaja 53. Jesaja 53, genau. Okay, okay, okay. Ist es das mit, aber wer glaubt dem? Ja. Wenn du sagst, dass das Selbstmord wäre, wenn du zum Beispiel die Kugel für jemanden auffängst, für deine Liebsten, ist das dann Selbstmord, dass du dich da reingeschmissen hast? Natürlich. War das dann ja Selbstmord? Natürlich. Ich mach's ja, in meiner Entscheidung ich mach's nicht mehr in die Liebsten. Selbstmord, wenn du dann auf einmal deine Liebsten für andere gibst, ne? Das wäre dann Selbstmord, ne? Was ist denn die Definition von Selbstmord? Selbstmord ist das, wenn du zum Beispiel ein psychisch kranker, äh, ein Knacks hast und auf einmal dich von der Brücke schmeißt, weil du nicht mehr weiter weißt mit deinem Leben anzufangen. Aber wenn du auf einmal Heldentat annimmst und dich schützend vor einer, vor deiner Familie stellst, damit du den Tod erleidest und deine Familie lebt, ist das Selbstmord? Sag mal, hast du Kamelurin zu dir genommen, oder was? Bro, das ist was die Kamelurin, ich lese jetzt mal den Solicitat in Wikipedia vor, was das bedeutet an sich, okay? Bro, du hast gerade zu mir so einen Highkick bekommen, das glaubst du gar nicht. Was wie Highkick, Alter? Bro, das ist natürlich Selbstmord, Alter, wenn du so etwas in die Kugel hineinwirfst, vor seinen Liebsten, das ist doch auch wiederum wieder selbstmord. Fragen wir anders, fragen wir anders, wenn auf einmal dein Kind vor dir steht, auf einmal kommt ein Mafiose, hält eine Waffe vor dir, würdest du dann dein Kind dahin stellen oder würdest du die Schützen dahin stellen? Wenn ich mich in meinem eigenen Gewissen dahin stelle, ist es per Definition Selbstmord. Das nennst du dann nicht Aufaufbauung, das nennst du dann Selbstmord, ne? Ja, Aufaufbauung ist Selbstmord, Bro. Hallo? Wenn du aber dann einen palästinensischen Vater siehst, der sich schützend mit seinem Körper für den Kind stellt, ist das dein Selbstmord, dass er sich sozusagen aufgeopfert hat oder ist das eine Heldentat? Ein Suizid verhaltet auch Suizid von Lateinisch Sui, seiner selbst und sedere Fällen Niederschlankträten ist die vorsätzliche vorsätzliche Beendigung des eigenen Lebens. Vorsätzlich. Was verstehst du denn unter vorsätzlich? Dass der das freiwillig gemacht hat? Aber wenn du gerade in einer Situation willst, wo deine Familie in Schwierigkeiten ist und jemand eine Waffe beispielsweise, Szenario, rein hypothetisch gesehen, würdest du dann einfach sagen, ich hau jetzt mal ab? Nein, du würdest dich schützen da hinstellen. Aus Aufaufbauung, nicht aus Selbstmord. Vorsichtig. Ich würde es vorsätzlich handeln. Hast du Kamelurin zu dir genommen in Tablettenform? Bro, warum kannst du dich abhaben, dass sie so Selbstmord gemacht hat? Verstehe ich nicht. Er ist freiwillig ans Kreuz gegangen und ist freiwillig raus. Mit Kindern rede ich nicht mehr. Komm mal ein bisschen weg von deinem Kamelurin-Dasein und seh mal die Dinge, wie sie wirklich sind. Wenn jemand Selbstmord begeht, habe ich dir doch gerade eben erklärt, dass wenn jemand einen psychischen Knacks in seinem Kopf hat, irgendwo oben an der Brücke steht oder irgendwelche Tabletten zu sich nimmt, weil er nicht mehr weiter weiß. Das nennt man Selbstmord. Aber wenn du dich aufopfernd hingibst für deine Familienmitglieder oder für Menschen, die gerade in Not sind, ein Feuerwehrmann, der auf einmal in ein Haus reinrennt, wo das Haus brennt und die Familie gerade am Verbrennen sind, ist das dein Selbstmord, wenn er da reingeht oder ist das Aufopferung? Seht ihr ihr Lieben? Er hat es schon verstanden. Er hat es schon verstanden. Er will nicht. Die wollen Jesus nicht. Versteht ihr das? Sie wollen Jesus nicht. Sie wollen einfach nur diskutieren. Unglaublich. Das versteht doch jeder Zweiklässler. Aufopferung und Selbstmord. Der Herr Jesus Christus hat sich aufgeopfert aus Liebe. Niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es freiwillig und habe auch die Macht, es wieder zu nehmen. So was nimmst du Selbstmord, wenn er für uns bezahlt hat? Aus Liebe? Du wärst doch bereit, aus Liebe dich schützend dahin zu stellen. Ist das ein Selbstmord? Ein Feuerwehr reinrennen. Ist das Selbstmord? Nein, das ist Aufopferung von der Liebe, Mann. Unglaublich. und gleich von 36 Jahren aufbewahrt. Unglaublich. Ja genau. Für Muslime ist das natürlich Selbstmord. Aber wenn, als Mohammed das hier gesagt hat, das ist dann kein Selbstmord. Pass mal auf. Guck mal, wie sie ihren eigenen Propheten ruinieren. Pass mal auf. Guck mal hier. Pass mal auf, wie sie ihren eigenen Propheten ruinieren. Achtung. Guck mal, was Mohammed zum Thema Dings sagt. Wo sind wir hier? Sahih al-Bukhari. Kapitel 2, Hadith 36. Abu Hurayra, Allahs Wohlgefallen auf ihm überlieferte, dass der Prophet Allahs Degen und Heil sei auf ihm, sagte, Allah hat demjenigen, der auf seinem Weg ausdrückt, ausdrückt, Folgendes verheißen. Wer zum Kampf ausdrückt, nur weil er an mich glaubt und die Botschaft meiner Gesandten bestätigt. den werde ich mit dem zurückkehren lassen, was er an Lohn oder Beute errungen hat und oder ich lasse ihn ins Paradies eingehen. Jetzt pass auf, was Mohammed sagt. Würde es meiner Oma, Gemeinde, nicht schwerfallen, so würde ich niemals hinter einer Truppe daheim bleiben und ich würde mir stets wünschen, auf Allas Weg nackentherapiert zu werden, dann wieder zum Leben erweckt zu werden, dann wieder nackentherapiert zu werden, weiter nackentherapieren, dann wieder zum Leben erweckt werden, dann wieder nackentherapiert werden. Und das ist kein Selbstmord? Siehst du, in was für einem negativen Sinn der Mohammed das uns wiedergibt? Hast du gesehen, wie man vernichtet? So macht man das! Ist das jetzt auch Selbstmordial? Ist der Suizid gefährdet? Du bist blind. Du bist blind. Ist der Suizid gefährdet, du Kamilorin tätig ist? Natürliches Suizid. Wäre es kein Suizid, dann würde der sich nicht freiwillig ans Kreuz hängen lassen. Ist dein Prophet Suizid gefährdet? Er hat sich blamiert. Weißt du das? Ist dein Prophet Suizid gefährdet? Blamiert. Blamiert ist derjenige, der Allas Fuß in den Mund nimmt. Das ist blamisch. Das ist die Art. Unglaublich. Das kannst du keinem erzählen. Gottes Segen, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Siehst du? Ja, ja. Dass du das doch mal alle mal seht. Guck mal, wie die den Herrn Jesus Christus darstellen. Sie sehen also nicht die Heldentat hinter dieser ganzen Sache. Nein, sie sagen, der ist Selbstmord. Der ist so Selbstmordgefährdeter. Aber ihr eigener Prophet sagt, ich hätte niemals eine Einheit zurückgelassen und ich würde gerne auf Allas Weg sterben, wieder zurückkommen, kämpfen, nackentherapieren, sterben, wieder zurückkommen. Das ist dann für sich alles normal. Habt ihr gesehen, diese Heuschelei? Habt ihr das gesehen? Die wissen alle ganz genau, dass sie im Unrecht sind. Ich glaube, dass die meisten einfach nur es nicht wahrhaben wollen. So sieht's aus. Schade, dass er jetzt rausgegangen ist. Der ist doch hier drin, der hört sich doch. Der ist doch noch da drin. Welcher Schenk oder welcher Imam hat ihm verboten, sowas zu glauben? Die Frage stelle ich mir. Wer zu diesen ganzen Leuten da immer redet und sagt, dass die dem, was als erstes kam und was als erstes niedergeschrieben wurde, dass die all dem kein Glauben schenken sollen. Ja, ist alles verfälscht, laut Allah. Allah ist ja der unfähigste Gott, auf sein Wort überhaupt aufzupassen. Ja, deswegen hat er ja zwei linke Hände, glaube ich, oder? Und lockige Haare. Ja, genau. Was Grünes an. Der hat zwei ungeschickte Hände, ja, genau. Der ist sehr ungeschickt. Da muss sich jemand an diese Geschichte da denken, wo der Mohamed da seine Himmelfahrt gemacht hat mit dieser komischen Jetzt lacht ihr in den Kommentarbereich und sagt, ihr seid alle blind. Schaut euch das mal bitte an. Ist das nicht eine Blamage, ihr Lieben? Ist das nicht eine Blamage, so ein 16-, 17-jähriger Junge, der hier reinkommt und den unterschiedlichen Selbstmord und Aufopferung nicht kennt? Schaut euch das mal bitte an. Der nicht in der Lage ist zu differenzieren. Aber nicht nur er als 16-jähriger. Selbst die Erwachsenen sind so, die sagen, ey, Selbstmord. Das ist so Hansi. Hansi, äh, Dings. Äh, Hansi-like. Das ist so Hansi-Niveau. Und deine Kut, deine Baby-Kurz, hat Selbstmord begangen. Mehr als 20 IQ ist haram. Haram für diese Leute. Haram. Wahnsinn, ey. Ohne Spaß. Seitdem ich hier auf TikTok bin, was haben wir alles erlebt? IQ unter einem Brotmann. Kein Geistlichkeit. Keinerlei Auffassungsvermögen. Null Weitsicht. Alles unfassbare Aussagen, die hier getätigt werden. Schockiert. Wir sind alle schockiert. Das kommt von diesem Kamelurin. Und ich sage zu denen, hört auf damit, endlich. Hört auf, Kamelurin zu trinken. Das schadet euch. Aber manche von denen sind vielleicht echt Hardcore-Radikali drin. Also ehrlich, so richtig derwe. Hä? Es gibt einige von denen, da denke ich mir echt so, die sollte man echt beobachten. Da kommt nichts Gutes dabei raus. Ja. Okay, mein lieber Gott, segne dich an deine Familie. Julio, ciao. Mach's gut, ja. IQ über 20, Ihr seid radikal, sagt er. Ja, wir gehen auch mit tausend Mann auf die Straße und fordern Kalifat. Genau. Ihr seid radikal. Wenn wir zur Wahrheit stehen und die Wahrheit äußern, dann sagt er, wir sind radikal. Das kannst du keinem erzählen. Aber die in Hamburg, die nach Kalifat schreien, die sind natürlich sanft. Das sind schön, das sind gute Muslime. Nein, dazu fehlt mir nur noch das hier ein. Nur noch fällt mir das hier ein. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Dazu fällt mir nur das hier ein. Ein bisschen was das krass ist, wenn du das Video auch noch siehst und dann noch diese Suche 69 Vers 17 dir vorstellt. Das ist so krank. Ihr lacht euch kaputt. Nehmt euch die Suche 69 Vers 17 und dann guckt euch das Video an. Die acht Engel, die Allahs Thron tragen. Ich kann nicht... Alter, ich muss... Alter, telefonieren, telefonieren. Ja, nerv mich nicht, dir halt. Schick mir keine Anfrage, du Kind. Auf damit. So. Armin hat euch auseinandergeglückt. Ja, so ist das. Eine Million für Jesus, null für den Islam. Armin. Nicht Armin, sondern eine Million zu null für Jesus Christus. Jesus Christus bleibt Sieger, ob mit mir, ohne mich, egal. Ob mit euch, ohne ihn. Der Herr Jesus Christus hat den Tod überwunden und er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Selbst Allah sagt, dass er von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Jetzt. Jetzt im Moment ist er jetzt bei Allah. Im Himmelreich, Suche 3, Vers 55. Ich werde Isa zu mir emporheben. Aha. Zu Allah emporheben. Aha. Und dann lässt er seinen Liebling, Habibullah, durch eine Jüdin vergiften. Habt ihr was Verrückteres als das gehört? Jesus wird emporgehoben, aber sein Liebling, der beste Mensch der Welt, auf den er sogar schwirrt, der Allah lässt er von einer Jüdin vergiften. Sehr gut machst du das. Sehr gut, mein lieber Muslim, dass du dieser Religion folgst. Dass du nicht weiterdenkst. Dass du nicht weiterdenkst. Sehr gut machst du das, mein lieber Muslim. Immer weitermachen. Ich bin sehr, sehr stolz über dein Auffassungsvermögen. Sehr stolz. Sehr stolz. Da müsst ihr euch mal auf die Zunge zergehen lassen. Allah schwirrt sogar auf seinen Propheten. In Suche 15, Vers 72. Sagt, dass er der beste Prophet, der letzte Prophet ist. Der heftigste von heftigsten. Sadevel Amin. Al-Insan Al-Kamil. Der vollkommene Mensch. Der allerbeste. Die Schöpfung. Allah hat, bevor er überhaupt die Welt geschaffen hat, hat er an Mohammed gedacht. Und dann sehen wir, wie er durch eine Jüdin vergiftet wird. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass Jesus zu ihm emporgehoben wird. Und ihr wollt mir sagen, dass ihr an euren Propheten glauben soll. Ja, genau. Machen wir weiter mit La Ilahe. Wir Muslime sind stolz drauf. Ja, sehr gut. Du kannst gerne stolz auf eine Lüge sein. Wir Christen haben den Stolz beiseite gelegt und haben erkannt, dass wir nicht sind und uns zurückschrauben und den Herrn Jesus Christus erhöhen. Amen. Denn Stolz ist eine Eigenschaft des Teufels. So sagt es ja auch dein Gott. Aber das Schlimmste ist, er selber sagt, dass er der Stolze ist. Al-Mutter Kampir. Der Stolze, der Arrogante. Ja, wie Laver. Ist wirklich so. Suche 59 Vers 23 in Kombination mit Suche 16 Vers 23 und das Ganze auch noch mal gepaart mit Suche 2 Vers 34. Bum, bum. Bum, bum. Bum, 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 bum. Der Schäcki macht euch rum. Ist das heftig. Der Allah sagt, dass er der Stolze ist. Dann sehen wir auf einmal, dass der Satan der Stolze ist und am Ende hat sogar Allah den Stolz. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Nicht nur Allah vergibt Sünden im Islam. Jetzt pass mal auf. Der Koran sagt sogar, dass der Mohammed Sünden vergibt. Jetzt kommen die ein oder andere auf den Gedanken und sagen, boah, jetzt hat Armin wirklich den Verstand verloren. Mohammed, Mohammed vergibt Sünden. Ja, Mohammed vergibt Sünden im Koran. Suche 46 Vers 31. Lies. Pavlos, komm mal rein. Schlag mal bitte für uns Suche 46 Vers 31 auf. Lies mal bitte für uns vor. Hey, wie ich Bruder? Du hast ja gerade einen Einladung, für Gottes Segen. Was soll ich lesen? Ja, ich schick mal. Was soll ich lesen? Suche 46 Vers 31. Guck dir das mal bitte an. Du bist abgehackt. Ich habe nur Vers 31 gehört. Suche 46 Vers 31. Okay, ja. Mach ich. Vers 31. Bambarani. Na, no, na, na, na. Nee, nee, nee. Na, 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 na. Oh, na, 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 na. Hahaha. Allah. 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 Es ist es wie reingegangen in der Saison, ne? Vers 36 Vers 31. So, Vers 36, ne? Nein, nein, 31. 46 Vers 31. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir sind eure Beschützer in diesseitigen Leben und dem Jenseits. Ihr werdet darin haben, was eure Seelen begehen und ihr werdet darin haben, was ihr erbetet. Wo bist du gerade auf? Weiter, Suche? Äh, 41 Vers 31. Habe ich dir gesagt? 41 Vers 33 oder 46 31? Ich hatte gesagt, 64, ich gucke jetzt nach. Suche 46 Vers 31. Ja, warte, warte. Jetzt. Oh, unser Volk, erhöht all das Rufhaft. Und glaubt an ihn, so vergibt er euch etwas von euren Sünden und gewährt euch Schutz vor schmerzhafter Strafe. Genau. Lies nochmal ganz langsam. Guck mal, wie sich das anhört. Ich lese langsam. Oh, unser Volk, erhöht all das Rufhaft. Und glaubt an ihn, so vergibt er euch, wie er vergibt euch, etwas von euren Sünden und gewährt euch Schutz von schmerzhafter Strafe. Wie, Mohammed hat eine Versetzung, guck mal hier, wie es bei mir ist, im Koran.com. Guck mal hier. 46 31. Das hört sich so an, als würde Mohammed dir die Sünden vergeben. Was war auf? Heftig. Oh unser Volk, erhöht Allahs Rufer. Also wir sollen Mohammed erhöhen. Und glaubt an ihn, so vergibt er auch etwas von euren Sünden und gewährt euch Schutz vor schmerzhafter Strafe. Siehst du, wie das rüberkommt? Oh unser Volk, erhöht Allahs Rufer und glaubt an ihn, so vergibt er euch etwas von euren Sünden. Wer? Der Mohammed. Allahs Rufer. Heftig. Jetzt hab ich auch so hautgelesen gerade. Mohammed vergibt ein paar Sünden hier. Was ist das denn? Da steht in Klammern, aber da steht aber nicht Gott. Wenn irgendwas in Klammern ist, dann heißt das nicht, dass das im Koran verzeichnet ist. Heftig. Alles was in Klammern ist, ist eine Hinzufügung. Heftig. Das ist heftig, mein Lieben. Das ist wirklich heftig. Heftig. Liehst du das? Das ist klar. Du mit bisschen Geld hier wieder. Oh unser Volk, erhöht Allahs Rufer und glaubt an ihn. So vergibt er euch etwas von euren Sünden und gewährt euch Schutz vor schmerzhaften Strafe. Siehst du? Eindeutig. Ja, das ist Katastrophe, ganz klar. Darauf nicht mal hören, was du musst hiermit dazu sagen. Ja, wer ist denn Allahs Rufer? Das ist Mohammed. Nochmal, Bruder. Wer ist denn Allahs Rufer? Das ist doch Mohammed. Du bist immer weg, mancher mit der Verbindung. Du bist mancher und du sagst wer und dann bist du weg. Wer ist denn Allahs Rufer? Allahs Rufer, Mohammed. Ja, also, siehst du? Ja. Ja, heftig, ne? Bruder Ami, ich wollte dir was sagen. Du kannst, wenn du dein Live ein Verbänden tust und neu machst, du kannst diesen Raster ändern. Dann hast du wieder ganz normal wie vorher auch. Was soll ich machen? Nein. Also, wenn du den Live beispielsweise jetzt irgendwann beendest und wieder live kommst mit dem Account. Du kannst, bevor du live gehst, steht da irgendwo drinnen unter den ganzen Einstellungen ein Raster ändern. Du kannst den Raster dann ändern. Du kannst sogar mittendrin jetzt sogar was ändern. Ich glaube, das kann man jetzt ausschauen. Ja, unten, links. Und eine Einstellung, das steht eben so. Kommentar-Einstellung gespürt, da kann ich nicht. Sturmgeschatz kann moderat zur Kanaleinstellung. Ne, Ranglisten, ne, das geht nicht, ne? Ja, dann machst du, wenn du beendet hast und neu gemacht hast, du kannst das auf jeden Fall ändern. Da steht eben was mit Raster oder so. Ja, du kannst diesen Raster Gitter ändern. Ja, mach ich dann mit. Okay, Barblas, alles klar. Na, Gott, deswegen. Wolltest du noch was sagen, oder willst du noch? Nein, nein, ich wollte nicht sagen, Gott, deswegen. Okay, wenn du möchtest, kannst du auch hier drinnen bleiben, ist kein Problem. Ja, sieht so blöd aus halt für dich, ne? Mit dieses ganze Zeit so quer hier. Ja, das stimmt, ist kein Problem. Ja, ich kann kurz ein paar Minuten... Aber hast du das Bestellnis gesehen, wie die Muslime denken über den Herrn Jesus Christus? Dass er Selbstmord gemacht hat? Wahnsinn, ne? Ich hab das so lieb bekommen, ne, was du da erzählt hast. Ja, seine Selbstaufopferung und diesen absoluten Liebesbeweis anhand des Beispiels, wenn wir für unsere Liebsten quasi unser Leben geben würden. Verstehst du? Ja, das ist komplett falsches Verständnis, ne? Die denken, Leben geben für andere ist Selbstmord? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? M47 hast du denn in Niederlage endlich angesehen? Ja, ja, ich hab's angesehen. Ihr werdet noch zur Rechenschaft gezogen. Was? Wir werden noch zur Rechenschaft gezogen, sagt der. Nicht von mir, sondern von dem, der euch zur Rechenschaft zieht und das ist von Allah. Ich verstehe den Fall schlecht, Mann. Ich hab nur kurz verstanden, er hat gesagt, nicht von mir, sondern von Allah, hat er gesagt. Der holt sich Hassanat von Allah? Was hat er gesagt? Der holt sich Pommes von Allah? Nein, nicht Pommes. Er hat gesagt, nicht von mir wird die gerichtet, sondern von Allah. Immer das gleiche. Steht irgendwo drinne, äh, Armin, steht irgendwo drinne, ganz ins Land, dass Mohammed irgendwann ein Richter ist? Nee, ne? Bitte? Steht irgendwo drinne, dass Mohammed jemals richten wird? Oder steht nur drinne, dass so Isa richten wird? Äh, nee, nur der Isa wird richten am Tage der Auferstehung, ne? Er kommt als ein gerechter Richter vom Himmel herab, heftig, ne? Hä, der Einzelne richten kann, ist doch nur Gott? Ja, wir wissen ja, es gibt kein gerechtes Richten, als das Richten von Allah. Ja, heftig. Ja, genau. Da sind wir wieder diese Peinheiten, ne? Aber also Bruder Amir, der Bruder Reza, ne? Wo er das gesagt hat, mit Adam und Eva, mit der Seite, heftig. Hälfte, wie der Heilige Geist daraus gesprochen hat, ne? Erinnerst du dich noch? Wo der eine Muslim, der sagt, ich gebe das Lockdown-Vers? Ja. Und dann sagt, dann sagt der Reza so, jetzt gebe ich dir die Erinnerung. Was war denn bei Adam? Wo seine Seite aufgemacht worden ist und die Rippe daraus, die Braut gemacht worden ist. An wen erinnert uns das? Der Heilige Christus, ne? Der Stich, der Stich in die Rippe. Ja, ja. Und daraus ist, was resultiert? Die Braut. Die Braut. Aber so tief, die können sie gar nicht denken, das ist das. Sie würden niemals auf die Idee kommen, so weit zu denken, verstehst du? Ich habe das gestern einem Muslim erzählt und viele andere Bibelstellen, dieser Ergeben heißt der. Der ist nachdenklicher geworden. Der hat gesagt, heftig, das habe ich, der hat gesagt, unfassbar sowas. Der war voll geschockt. Der hat gesagt, nur die Liebe hat gerade auf die gesprochen. Jetzt sagt der, Rebecca war drei, aber hat kein Problem damit, dass ein Prophet ein kleines Baby auf dem Boden krabbeln sieht und Heiratsgefühle bekommt. Baby. Sehr gut, MCM47. Sehr gut. Für dich ist da der Dreijährige sogar noch erwachsen. Das ist lächerlich, lächerlich. Der kommt ja immer rein und wird immer widerlegt und dann sagt er immer, habt ihr eure Niederlage angesehen? Was stimmt mit dir nicht? Ja, der erinnert mich immer an diese Taube. Kennst du das? Das Gleichnis von der Taube? Guck mal her. Taube, Schatz. Ja, genau, hier. Mit dummen Menschen zu streiten, ist wie mit einer Taube Schach zu spielen. Egal wie gut du Schach spielst, die Taube wird alle Figuren umwerfen, auf das Brett kacken und herumstolzieren, als hätte sie gewonnen. Wenn man nur Schach-Argumente gelten lässt, mag der unbekannte Verfasser dieses Zitat recht haben. Das ist heftig. Einfach eine Taube. Die kommen einfach auf das Brett und dann denken die, dass sie irgendwas gerissen haben. Ja, das ist heftig. Ja, das ist heftig. die muss die brust gegeben hat und die andere stehen gewesen haben wo auch noch still entsteht und so weiter der meint so sehr stillen bedeutet und groß geben so in ein gefäß und da wird das abgegeben es kommt auch so ein müll wie kommt man auch so steht drin groß geben stehen ein erwachsene kriegt schon halbe schock und ich so wie noch haben wir sie sind noch erwachsen und menschen und sagt ja ich weiß dass sie erwachsen sind und die muslime kommen einfach nur drauf ja in ein gefäß und dann wieder umflashieren die stimme kommt sehr leise über paulus ja ist das jetzt besser mit dem telefon kommt ich bin jetzt besser so ja es muss ja okay ja wiederholen das aber bitte ja also der also der muslim er hat gesagt wo wir den vers rausgekommen haben die hadith wo drin steht das eischa die brust gegeben hat und gestillt hat der muslim ja das ist in ein gefäß in ein gefäß diese überlieferung ist schwach nein nicht die überlieferung ist schwach sondern er meint es wurde in ein gefäß reingetan an die anderen hat diese gerichtet wie kann denn er die ihre milch da reingetan haben wenn sie noch niemals ein kind hatte es handelt sich also nur um den akt daran zu nuckeln fünfmal er sagt die der sagt die hat nicht genug also die person hat nicht doch die haben die zitze an die münder der männer gelegt und dann haben die angefangen so richtig rumzuluddeln das stillen eines erwachsenen die muslime schämen sich ja in grund und boden das heftige ihr müsst mal bitte die fatwa 200.111 lesen dann kriegt ihr schock gibt mal einfach ein fatwa 200.111 ich muss rein und raus kommen bei dir an mir ich höre dich sehr schlecht nein ich will nicht dass du rein und raus kommst bei mir das ist schändlich ich höre noch nichts nein ich habe gesagt 200.111 ja genau 200.111 genau ja aber nicht dass die ja wenn du dich vertippst dann musst du das entweder löschen oder oder direkt klar stellen weil du siehst ja wie die leute hier sind auf einmal sagen die ja guck mal falsche quellenangabe da steht wortwörtlich gestillt ja natürlich steht da wortwörtlich gestillt meinst du ich nicht meinst du wir erzählen ja ein quatsch nein das ist ein gängiges thema im sunnitischen islam reda al kabir heißt das stillen eines erwachsenen reda al kabir deswegen haben die schiiten aus aisha ein ding gemacht die beleidigen sie aufs übelste das ist das das ist das das ist das also jetzt müsst ihr mich eigentlich auch besser verstehen ja ja bei dir höre ich manchmal so ich höre dich manchmal gar nicht manchmal bist du so weg und dann bist du da ja bei der suche 46 31 warum liest du da kein tafsir ja und außerdem mit er ist allah gemeint und nicht unser prophet wer ist denn allahs rufer wie gesagt mit dem er ist nicht unser prophet ihr seid am ende das ist das problem mit dem er ist nicht unser prophet gemeint dein allah geht sogar für deine propheten dein allah schwört auf deinen propheten weil dein allah weil dein prophet warum schreist du aber warum schreist du das ist doch keine nächstenliebe bitte das ist nächstenliebe das ist doch ganz viel finde ich die liebe für dich ok aber du musst doch nicht schreien alter jedes mal reißt du du musst doch lauter werden und so bringt es nicht mein organ ist sehr sehr laut ja auf jeden fall ist damit nicht unser prophet gemeint dass er sünden verzeiht ja weil diese suche 46 31 so abgestellte abgestempelt hat dass unser prophet sünden verzeiht das ist aber das ist der text mal da wirst du sofort drauf kommen ja und wenn du bist du deutsch könntest hör mal genau das auch nicht ja doch guck mal schließt vor unser volk erhöht allahs rufer wissen allahs rufer wer ist der rufer von allahs? unser prophet ja ok sehr gut und glaubt an ihn und genau guck jetzt so vergibt er euch wer ist mit er jetzt gemeint wer ist mit er jetzt gemeint unser prophet oder Allah? Bezug nehmen auf den propheten ja Bezug nehmen auf den propheten sonst ergibt das ja gar keinen Sinn der Satz natürlich ergibt das Sinn nein sonst würdet ihr eigentlich nicht Allah vergibt euch eure Sünden so wie es immer da steht aber hier in dem text sehen wir das nicht eindeutig du siehst also dass der Mohammed erhöht wird zu Gott weißt du auch wieso? weil dein Allah sogar auf ihn schwört würdest du jemals auf den Propheten schwören? nein nein würd ich nicht weil das Haram ist Haram habt ihr das gehört ihr lieben? habt ihr das gehört? auf den Propheten zu schwören ist Haram ok bring mir jetzt das komm bring mir das das heißt dein Gott hat Haram gemacht wo steht das? wo steht das? hier warte zeig dir das suche 15 Vers 72 Allah hat Haram gemacht habt ihr das gehört? genau ich hab sogar den Tafsir ich kann das sogar einblenden suche 15 Vers 72 und jetzt möchte ich das die Suche 46 31 ne hallo geh doch erst die Suche ne ne wie wechseln die da? das gefällt mir nicht ich will dir doch damit sagen dass Mohammed höher ist als Allah hundert mal sehen wir das Suche 15 was? du bist nicht geantwortet du willst niemals auf den Propheten schwören weil es ein erschaffenes Wesen ist Allah sagt wenn die schwört dann schwört auf mich was Pavlos Zurufe 15 72 72 72 genau jeder Tafsir egal wen du nimmst die sagen alle Allah hat auf Mohammed gesprochen es ist geist das mal ein Christ mit nächsten Liebe mir antwortet Armin nimm die mal ein Beispiel an Pavlos hä? der Armin hat die nächste Liebe gezeigt ja und du schreist wenigstens nicht Pavlos der ist auch nicht im Auto und das ist bei ihm auch nicht so laut wie bei mir ja genau ja ok bei deinem Leben seierten wahrlich in ihrer Trunkenheit umher steht hier nur ja ok sag dem bei deinem Leben ok und jetzt nehmen wir den Tafsir dazu von Ibekath von Ibekath Ibn Abbas such den aus ja jetzt kriegt der gleich Schock der hat seinen eigenen Gott vernichtet Wahnsinn ne der hat ihm Haram zugespielt was denn du hast mich vorhin gefragt ob ich auf unseren Propheten schwören darf das ist doch ein Schilk das ist doch ein Schilk er hat dein Gott Schilk begangen oder was? kein normaler Mensch würde einfach auf erschaffene Dinge schwören stell dir mal vor ich sage ich schwör auf den Bleistift du würdest von mir sagen bist du krank was schwörst du auf das erschaffene warum schwörst du nicht auf den der das erschaffen hat? der Tafsir von Ibn Kathir ist aber ein bisschen länger ne ja da steht sogar auch drin ne ist kein Problem von Ibekathir geht das genau so da steht sogar drin dass er auch aufgeschweißt der Ibn Kathir sagt in den ersten Sätzen dass der Allah auf seine Propheten schwört und ihm damit sehr große Ehre erwiesen hat aber das ist der Wahnsinn wenn Allah auf den Propheten schwört warte so wie viel hier von Ibn äh hier habe ich das glaube ich ich guck mal warte ich jetzt warte ich jetzt muss ich nochmal machen warte so so Bruder mach mich schon groß dann zeige ich Ihnen das mit 1572 von Ibekathir so kann man das erkennen ich lese einfach mal vor wahrlich bei deinem Leben in ihrer äh wehentrunkenheit wanderten sie blind umher Allah schwor bei dem Leben seines Pro siehst du das? ja warte ich hab selber äh ja 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 ich weiß nicht ob das von das ist von Ibekathir das ist von Ibekathir das ist von Ibekathir das ist dein Tafsier den du wolltest oder willst du Ibekathir was haben? den kann ich dir auch geben ich verstehe nicht warum die muss sie mir immer so sind wenn es um die Fakten geht näher kommst du rein statt immer rauszugehen nee ja warte mal kurz gib mir mal eine Minute bitte ja 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 Hebräer Kapitel 6 Vers 13 das heißt dass Mohammed höher ist als Allah richtig Udahan, ja wer weiß dass ein Muslim darauf geantwortet hat der sagt zu mir für uns ist der Sünde für Allah erlaubt ja ja das Problem siehst du wie behindert diese Argumentation ist. Für uns ist das Sünde, aber für den Gott, der uns das mitgibt, was wir zu praktizieren haben, der macht natürlich den Fehler. Also Gott macht Fehler und wir sind besser als Gott. Wie behämmert kann man nur sein. Das heißt mit anderen Worten, Gott macht Fehler und wir sind besser. Ja, genau. Und nein, Bruder Amir, es gibt noch einen Untock drauf, wo ich gezeigt habe, mit Seine Buchhalle 6614, dass Allah sündigt, ne? Sagt der Moslem zu mir, ja jeder macht doch Sünden. Oh mein Gott. Genau. Zeig ihm mal bitte Al-Adab-Almufrat 645. Warte mal, da muss ich erst mal rausrufen hier. Warte mal, ich mach dich mal groß. Wie geht das hier? Speichern. Wie wird er geschrieben? Al-Mufrat. Al-Adab. Warte, ich schicke es dir. Warte, Pavlos. Hier, klick drauf. Diar. Der Allah schwört nicht nur auf seinen Propheten, der betet sogar für ihn. Wenn wir für den Propheten beten, dann wird Allah für uns zehnmal beten. Auf ihn beten. Toller Gott. So, da habe ich es. Es wurde berichtet, dass Asim bin Humaid sagte, ich fragte Aisha, womit er gemeint war, der Prophet Mohammed Qiyam al-Layl begann, sie sagte, du hast mich etwas gefragt, was niemand vor dir gefragt hat. Der Gesandte Allah Mohammed pflegte zehnmal den Taqbir, zehnmal den Tamid, zehnmal den Tasbih und zehnmal den Talil zu sagen und zehnmal um Vergebung zu beten und zu sagen Allahu mag firini wahadini wazukuni wafini ahudu milali kann ich nicht aussprechen. Du musst zu diesem Satz kommen, wo der Mohammed sagt, wer für mich betet, für den wird Allah beten. Oh Allah, vergib mir, leite mich, leite mich, wirwehren mir Versorgung und gute Gesundheit, die Suche Zuflucht bei Allah, vor der Schwierigkeit am Tag der Auferstehung zu stehen. Das hat mir der Dings mit übersetzt. Warte Angelo, 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 hier, guck mal bitte. Ich hab dir, glaube ich, den Falschen gesendet. Du hast mir so lange an Assay geschickt, na? Entschuldigung, geht nicht. Fablos. Fablos? Kann man nicht sagen. Was denn, was? Ich hab jetzt aufs Video jetzt nachgelesen und da steht irgendwas anderes drin, dass irgendwas mit ich bitte dich selbst. Ey, mein Lieber, ey, ich hab das dir gerade gezeigt, dass hier von Eben, aber es kann ich dir sogar noch zeigen. Veraufgängst du das steht genauso drin. Er schämt sich, ich mach Screenshot und zeige es euch. Ich hab doch selber Screenshot soll ich dir zeigen? Bevor ich aber zeige, lese ich jetzt vor, was mir Ami geschickt hat. Abu Huraira berichtete, dass der Gesamte Allah, möge Allah ihn segnen und ihm Frieden gewähren, sagte, wenn jemand einmal auf mich betet, wird Allah zehnmal auf ihn beten. Was? Ja, siehst du? Allah wird zehnmal auf denjenigen beten, der für den Propheten betet. Allah betet. Seht ihr? Und jetzt guck dir mal das Wort an, Pavlos. Das Wort, Yusaluna befindet sich dort. Genau das gleiche Wort, was im Koran verwendet wird, in Surah 33, Vers 56. Im Koran wird das mit segnen übersetzt und hier wird es richtig übersetzt, mit beten. Habt ihr eine wahnsinnigere Glaubensgemeinschaft als diese gesehen? Lügner und Betrüger, ein Haufen von Lügner und Betrüger. Amir, beruhig dich mal ein bisschen. Haufen von Lügner und Betrüger. Beruhig dich doch. Damit die Leute arme Diyars wie dich, arme, arme Diyars wie dich verarschen von morgens bis abends. Dass du im Islam drinne bleibst. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Was, Pavlos? Du verarschst dich schon selbst. Du hast selber gelesen, dass Ibn Kati geschrieben hat, dass Mohammed gemeint ist. Wo Allah auf ihn geschworen hat. Warum verarschst du dich selbst? Wirst du dich selbst in die Hölle reinwerfen? Einfach so? Wegen deinem Stolz? Warte mal. Wo hast du den Tafsir her? Auf welcher Seite? Langsam wird es lächerlich. Ja, langsam wird es lächerlich. Nein, Bro. Auf welcher Seite hat den Tafsir? Dankeschön, dass du dabei warst. Kommt, langsam wird es lächerlich. Wo hast du den Tafsir her? Ihr könnt einfach eingeben. Das kann jeder von uns machen. Da musst du wirklich ein Spatzenhirn sein. Anstatt einfach in Google einzugeben, Tafsir Ibn Kassir 15,72. Einfach. Tafsir Ibn Kassir 15, Doppelpunkt 72. Da hast du es doch schon. Er lügt gerade. Er lügt gerade rum. Das findest du in einer Minute findest du es da raus. Da steht genau bei allen.org und so, da steht es auch die anderen drin, die anderen Tafsire. Da steht sogar selbst von Ibn Abbas, da steht es so drin. die anderen Tafsir Ibn Kassir 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 Also in dem Hadith wird das sozusagen wichtig. Ich bin so glücklich, dass ich eine Entscheidung rausgetroffen habe und für die Wahrheit getroffen habe, Jesus Christus. Wir haben es zu tun mit einer Glaubensgemeinschaft, Leute. Ihr müsst euch das jetzt mal so vorstellen. Wir haben es zu tun mit einer Glaubensgemeinschaft, die bereit ist, in die ewige Verdammnis zu fahren, nur um nicht zuzugeben, dass der Koran ein Witz ist, beziehungsweise der Koran auch Lügen beinhaltet. Wenn es eine Lüge ist, dann ist es eine Lüge. Dann brauchen wir nicht mehr diesem Spuch zu folgen. Und das Problem ist, das ist auch immer so ein Cherrypicking. Weil letztens habe ich das Argument gehört mit dem Barnabas-Evangelium, was ja eine totale Apokryfe ist, woran wir ja nicht glauben. Da sagen die ja, dass Mohammed sozusagen vorprophezeit wird. Aber wiederum steht in diesem Barnabas-Evangelium, dass Mohammed der Messias sei. Weißt du, das ist so paradox. Das beißt sich immer ineinander. Und die suchen sich halt immer nur das raus, was denen passt. Das ist das Problem. Ja. Super. Alles, was mir in den Kram passt, was mir in die Tüte passt, das erwähnen wir. Alles, was gegen meine Sache spricht, das verwerfen wir. Genau. Obwohl es klar und deutlich dort steht, das ist so krank. Und letztens hatte ich auch gelesen gehabt. Warte, Armin, Sherry Clemens hat Herzinfarkt bekommen. Ist das jetzt echt? Wer? Was? Armin steht? Sherry Clemens hat Herzinfarkt bekommen. Erzähl nicht. Ist das jetzt wahr oder nicht? Ja? Nein, das ist ein Witz. Das ist Spaß jetzt, oder? Gott ist Segen. Servus. Hallo, mein Lieber. Was denn? Wie? Du meinst es ernst? Ehrlich? Das habe ich gerade auf mehreren Seiten gefunden bei denen. Und die haben gemeint, der hat einen Herzinfarkt bekommen. Oh. Oh, oh. Er ist auf dem richtigen Weg. Gerade mal 27, der Typ, oder so. 28. Ja, Armin, lass ihn. Den brauchen wir nicht. Nein, auf so zu reden. Du musst mit ihm reden. So was machen wir nicht. Ja, aber du weißt, wie er ist. Wie schlimm er ist. Wie gefährlich er ist. Wie war Paulus? Wie war Paulus? Armin, es liegt in Gottes Hand. Sagen wir mal so. So sieht es aus. Bete für ihn und bitte, dass der Herr mit ihm Gnade hat, dass er nicht in den Tod geht ohne ihn. Eben gerade habe ich es gesehen. Mehrere Accounts haben gepostet. Er hat einen Herzinfarkt bekommen. Die beten für ihn. Macht und hin und her. Unglaublich. Heftig. Jetzt warte mal. Jetzt siehst du auf einmal, wie die ganzen Muslime sagen, siehst du, siehst du, Sheer Ibrahim, dass du sowas getan hast mit Allah solche Fragen beantworten. Jetzt hast du den Salat davon, weißt du, nach dem Motto. Heftig, ne? Ich gehe mal kurz auf, ich komme gleich wieder. Alles klar. Ich auch. Mach's gut, Jungs. Gute sagen. Mach weiter so. Das ist wirklich heftig. Gott fängt durch alle. Gute sagen. Man soll für jeden beten, ob es auch für einen Feind ist. Für jeden beten. Keine Ahnung, Amir Sheerke Ibrahim heißt der. Amir Sheerke Ibrahim, so müsste er heißen. Ich glaube, ich habe mit dem Aufbarn mal geredet, ne? King of Kings. Weißt du ganz genau, wer das noch mal ist? Nicht, dass ich den vertausche. Ich glaube, du vertauscht den. Das ist Sheerke Ibrahim, das ist der, der immer diese dummen, banalen Fragen beantwortet auf TikTok, der immer so ein... Ach, der Sheerke Ibrahim. Ja, genau, genau. Ich habe den anderen, weil es gab einer, der hieß Amir Sheerke, der hieß genauso, und der war bei mir in Live drin. Ne, das ist so dieser TikTok-Sheer, haben die den auch genannt. Ach, der richtige Sheerke, ach, heftig. Ja, auf ihn beten, ne? Der war ja richtig radikal unterwegs, aber trotz dessen muss man Nächstenliebe zeigen. Jetzt weiß ich, wen jemand. Ich dachte, es hieß wirklich, weil jemand hat geschrieben Amir Sheerke, und da gab es wirklich jemanden, der hat schwarzes Profilbeten, und der war immer öfters mal bei mir oben, der hieß Amir Sheerke Ibrahim. Ah, okay, okay. Nee, deswegen, ich habe an ihn jetzt gedacht. Ne, ne, das ist der andere, dieser radikale Typ. Ja, krass, heftig. Ja, auch für ihn beten, ne? Auch für ihn. Ich habe gestern noch Apostelgeschichte neu gelesen, mein, was für ein Zufall. Von Saulus zu Paulus. Ja, heftig, siehst du. Wie war Paulus, wo er noch Saulus hieß? Er hat die alle gejagt, die Christi gemeint hat, er verfolgt. Verfolgt. Und dann wurde er gebrochen, wo der Herr Jesus Christus hin erschienen ist. Und sagt er, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Genau. Stephanus wurde ja auch gesteinigt. Ja, und dann sagt er, ja, aber wer bist du? Und er sagt, du, ich bin der, den du verfolgst. Unfassbar, ne? Das Schöne ist ja auch, wo er fragt, warum verfolgst du mich? Sagt er, wer bist du, Herr? Da hat er ihn ja schon erkannt gehabt, ne? Er hat schon gemerkt, was ist, ne? Er hat schon gemerkt, aber der will das Vergewissern, ne? Schon heftig. Ja, und so wurde er dann mit Blindheit geschlagen und musste dann zur Stadt. Wie hieß die, Damaskus? Damaskus, also er, genau, er war auf dem Weg nach Damaskus, genau. Ja, genau. Und, ähm, dann, dann ist er hingegangen und da hat ein anderer ihn geheilt, also wieder das Licht gegeben und dann hat er, dann hat er seinen neuen Namen und so weiter bekommen, ja? Dann hieß er jetzt Paulus. Pavlos. Auf Griechisch heißt es tatsächlich Pavlos. Und, äh, kleiner neben, äh, Info, Saulus ist hebräisch und bedeutet der Große. Paulus, also auf Griechisch Pavlos, heißt der Kleine. Genau deswegen habe ich mir auch diesen Namen. Das ist auch abgeleitet von, äh, Saul, ne? König Saul, da, äh, zu der Zeit von David. Ja, 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 ja. Na, das ist eine Abgleitung davon. Und, äh, das heißt ja, der Große. Und Pavlos, der hatte extra diesen Namen gegeben, weißt du warum? Der hat sich selbst gedemütigt, der Paulus. Der hat sogar selber gesagt, ich bin der größte Sünder. Ne, es gibt keinen größeren als, der hat sich immer als selbst den größten Sünder gesehen. Ja. Der sagt sogar noch, im Römerbrief, Kapitel 7, 14 bis 25, ähm, ähm, was sagt er nochmal? Ich elender Mensch, wer kann mich nur aus diesem Todesleib erretten? Dank dem Herrn Jesus Christus, der von uns eingestorben ist. Unfassbar, ne? Nein. Dank dem Herrn Jesus Christus. Wer nimmt die ganze Zeit Leute hier oben hoch und runter? Na, mir ist doch gar nicht da. So, auf jeden Fall, ähm, unfassbar, ne? Wie Paulus das alles so gesehen hat. Heftig, ja. Und der hat, egal, wisst ihr eigentlich, was für Schmerzen Paulus erlitten hat? In der Apostelzeit? Ähm, das war, lass mich nicht lügen. Zweiter Gründerbrief, genau, zweiter Gründerbrief. Da hat Paulus sogar selber gesagt, ich habe Gefeind daran, misshandelt zu werden. Ich habe Gefeind daran, verfolgt zu werden. Ich habe Gefeind daran zu dürsten, zu hungern und so weiter. Ja, schlicht beantwärt zu werden. Weil er sagte, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Weil das hat er ja alles für den Herrn getan. Ja, deswegen wurde er auch verfolgt, in Gefängnis geschmissen, hat immer gedürstet gefühlt, wurde misshandelt, na, ohne Ende. Ja, Paulus ist halt das beste Beispiel dafür, dass sich jeder Mensch ändern kann, ne? Das muss man immer in Erwägung ziehen und nicht vergessen. Also selbst das größte Monster, sage ich jetzt mal, auf gut Deutsch gesagt, kann immer noch sich bekehren und Jesus finden, ne? Naja, genau. Und das krasse ist, die anderen Aposteln, wo die gehört haben, Paulus hat sich bekehrt, der die alle verfolgt hat. Die hatten sogar Angst, ihn zu treffen. Richtig, genau. Die hatten so, nicht diese richtige Angst, aber so dieses, ne? So, ist das eine Falle? War skeptisch, ja. Und so weiter. So und so machen. Und dann ist auch Dingsmücke, ich glaube, Bannerbars war das. Ich glaube, Bannerbars war dabei. Genau. Der war als Freund dabei und hat dann ihn so mitgenommen, so wie ein Freund, ja, so ein Bruder, der ihn dann vorstellt. Unfassbar. Ja, und Paul, und was wird, Petrus und Paulus, ne, das war auch eine heftige Geschichte. Paulus hat Petrus richtig ermahnt, sogar zweimal, sogar in der Öffentlichkeit, vor den ganzen Brüdern. Du, der ein Jude wie ein Heide lebt, aber sagst, die Heiden sollen wie ein Jude leben. Du heuchte, er hat ihn als heuchte, er hat ihn richtig, nee, in der Öffentlichkeit ermahnt. Und dann hat Petrus Einsicht gehabt, hat Demut gezeigt, ne? Das sehen wir später in den ganzen Briefen, Petrus Briefen, da erwähnt Petrus sogar Paulus, mein geliebter Bruder. Der sagt sogar noch, mein geliebter Bruder. Am Anfang hatten die Angst vor denen, Streitigkeiten noch gehabt, Meinungsverschiedenheit. Und dann mein geliebter Bruder. Ja, daran sieht man halt auch, das ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, auch unter Geschwistern. Man streitet sich mal, man verträgt sich mal, das ist normal, das ist menschlich, ne? Das sieht man da ganz. Ja, das ist heftig, ne? Mein geliebter Bruder, Paulus erwähnt Petrus, Petrus erwähnt Paulus. Und Petrus hat auch gesagt, Paulus, Schriften sind nicht so leicht zu verstehen. Er hat gesagt, die sind schwierig, aber die kann man verstehen. Unfassbar, wie die sich ergänzen. Und da sehen wir, dass Paulus kein Lügen heißt oder eben was anderes erfunden hat, sondern die anderen Aposteln haben ihn sogar noch bestätigt. Ja, ich finde das Buch Apostelgeschichte an sich auch sehr spannend. Also man sieht da wirklich, wie sich das verbreitet hat. Es ist auch ein sehr schönes Buch auf jeden Fall. Du musst schon langsam am Ende der Apostelgeschichte sogar lesen, wo Paulus in der Säute angeklagt werden und er sagte, ich habe aber einen römischen Pass. Denn hat er sich damals gekauft mit seinem Vater zusammen, weil er reich war. Und da hat Paulus gesagt, ich möchte nach römischem Gesetz dann verurteilen.